Quiet Leadership – Wie man Menschen und Spiele gewinnt Von Carlo Ancelotti mit Chris Brady und Mike Ford Aus dem Englischen von Thomas Bertram Gelesen von Walter Kreie und Jakob Weigert Vorwort Habe ich als kleiner Junge, der auf einem Bauernhof im Norden Italiens aufwuchs, jemals davon geträumt, eine führende Position in einem globalen Multimillionen-Business zu haben? Natürlich nicht. Alles, was ich wollte, war Fußball spielen. Wenn ich heute zurückblicke, erkenne ich, dass wir damals arm, aber glücklich waren. Viele Erkenntnisse, die ich in diesem Buch mit Ihnen teile, verdanke ich zuallererst meiner Familie und meiner Herkunft. Respekt und Loyalität, der Wert von Geld und harter Arbeit, die Bedeutung der Familie – all dies wurde mir früh in die Wiege gelegt und es entwickelte sich und kam zur Blüte, als mir das besondere Privileg zuteil wurde, eine Laufbahn zunächst als Profifußballer und dann als Trainer einzuschlagen. Quiet Leadership erzählt die Geschichte meiner bisherigen Zeit im Fußball. Zugleich enthält das Buch meine Gedanken und Reflexionen darüber, was es braucht, um in meinem Beruf eine führende Rolle zu spielen. Im weiteren Sinne lassen sich die Lektionen dieses Buches aber durchaus auf andere Berufe übertragen, denn die Anforderungen an Führungskräfte ähneln sich in vielerlei Hinsicht über alle Branchengrenzen hinweg. Im Profisport kommt es oft auf dasselbe an wie im Geschäftsleben. Und ich bin ein großer Freund davon, Wissen aus anderen Gebieten zu übernehmen, so wie ich meine eigene Sachkompetenz in Paris, London und Madrid eingebracht habe und sie jetzt nach München mitbringe. Natürlich haben sich meine Erfahrungen und Fähigkeiten dabei ständig erweitert, denn eines sollten wir niemals tun, aufhören zu lernen. Für manche mag Quiet Leadership eine ruhige und zurückhaltende Führung wie Nachgiebigkeit oder gar Schwäche aussehen, aber genau das bedeutet sie für mich nicht. Und ganz bestimmt versteht das niemand falsch, der je mit mir oder für mich Fußball gespielt hat. Im Gegenteil. Die Art von Zurückhaltung, die ich meine, ist eine Stärke. Wer ruhig und überlegt handelt, Vertrauen aufbaut und besonnen Entscheidungen trifft, seinen Einfluss und seine Überzeugungskraft einsetzt und eine Aufgabe professionell angeht, der verströmt Macht und Autorität. Schauen Sie sich Vito Corleone in Der Pate an. Sehen Sie einen schwachen, in sich gekehrten Mann? Oder sehen Sie einen ruhigen, mächtigen Mann, der die Dinge unter Kontrolle hat? Ich glaube, dass eine Führungskraft nicht herumbrüllen oder mit eiserner Faust regieren muss, um ihre Autorität zu behaupten. Es ist wirkungsvoller, Macht und Einfluss indirekt auszuüben. Es sollte sonnenklar sein, wer das Sagen hat, aber diese Einsicht muss das Ergebnis von Respekt und Vertrauen sein und nicht von Angst. Ich habe mir meinen Respekt zum einen durch eine erfolgreiche Karriere als Spieler und Trainer erworben, indem ich meinen Klubstitel verschafft habe. Aber wichtiger ist das andere. Ich respektiere die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Die Leute trauen mir zu, dass ich das Richtige tue, so wie ich darauf vertraue, dass sie ihre Rolle in der Organisation richtig wahrnehmen. Mein Führungsstil ist Teil meiner Persönlichkeit. Er entspricht meinem Naturell. Und das ist entscheidend. Führungsstärke lässt sich erlernen, aber man kann sie nicht nachahmen. Natürlich kann man anderen großen Führungspersönlichkeiten bei der Arbeit über die Schulter schauen, aber wenn man von Natur aus eher zurückhaltend, still und mitfühlend ist, dann wäre es unklug, ein anderer sein zu wollen. Ich bin mit der ruhigen Methode seit meiner Kindheit durch meinen Vater vertraut und wende sie an, seit ich als Spieler Kapitän des AS Rom wurde. Ich behielt sie bei, als ich zum AC Mailand wechselte und die Spieler von mir erwarteten, dass ich in der Kabine eine Führungsrolle übernahm. Und ebenso später, als ich diesen Klub und Teams wie Chelsea, Paris Saint-Germain und Real Madrid trainierte. Und wenn ich mich ab Sommer 2016 der Herausforderung bei Bayern München stelle, werde ich es nicht anders halten. Denn jeder, der mich engagiert, weiß, dass er mit mir auch diesen Führungsstil akzeptiert. Was Sie in diesem Buch nicht finden werden, ist ein Kapitel über Beziehungen. Und zwar deshalb, weil Beziehungen die Grundlage von allem bilden, was ich als Führungskraft tue, so dass sie auf jeder einzelnen Seite vorkommen. Beziehungen zu jenen, die über mir stehen, zu meinem Assistenzteam und, was am wichtigsten ist, zu meinen Spielern. Ohne die Spieler kann es kein Spiel geben, so wie es ohne Mitarbeiter und ohne Produkt kein Geschäftsleben gäbe. Die Tausende in den Stadien, die Millionen zu Hause vor den Bildschirmen. Sie zahlen nicht, um mich an der Seitenlinie zu sehen oder Pep Guardiola oder Sir Alex Ferguson. Sie wollen die Spieler sehen und die Magie erleben, die sie heraufbeschwören können. Mit diesen Sportlern zu arbeiten, sie in ihrer Entwicklung zu fördern, Vertrauen und Loyalität aufzubauen, unsere Erfolge gemeinsam zu feiern und Enttäuschungen gemeinsam zu überwinden, all das macht für mich den Kern meiner Tätigkeit aus. Und genau deshalb stehe ich jeden Morgen mit einem Lächeln auf und gehe zur Arbeit. Als Kinder spielen wir Fußball zunächst einmal, weil wir uns in das Spiel verlieben. Als ich anfing, professionell zu spielen, konnte ich mein Glück kaum fassen, dass ich dafür bezahlt wurde, etwas zu tun, das ich liebte. Natürlich können die Belastungen und Schwierigkeiten auf dem Spielfeld und abseits davon dazu führen, dass die Leidenschaft irgendwann abkühlt oder sich ganz zu verflüchtigen droht. Dann ist es meine Aufgabe, den Spielern dabei zu helfen, dass sie sich die Begeisterung für das Spiel bewahren oder sie wiederfinden. Wenn mir das gelingt, bin ich zufrieden. Dieses Buch zu schreiben und meine beiden Co-Autoren und Freunde Chris Brady und Mike Forde an Geschichten und vielen großartigen, aber auch an einigen schwierigen Erinnerungen teilhaben zu lassen, war eine überaus bereichernde Erfahrung für mich. Ich hoffe, dass Sie als meine Leserinnen und Leser in diesem Buch Dinge finden werden, von denen Sie für Ihr eigenes Leben und Ihre Karriere profitieren können. Und vielleicht etwas, das auch Sie zufrieden macht. Carlo Ancelotti im Februar 2016 Über das Buch Dieses Buch auf die Beine zu stellen, hat mehrere Jahre gedauert. In erster Linie, weil Carlo Ancelotti, Mike Ford und ich es als echte Gemeinschaftsarbeit wollten. Wobei wir uns zunächst einmal darüber verständigten, was dieses Buch nicht sein sollte. Wir wollten keine normale Autobiografie. Wir wollten Leser weit über die Gruppe der Fußballinteressierten hinaus erreichen. Es sollte kein praxisfremdes Businessbuch sein und ganz sicher kein Enthüllungsbuch mit Klatsch und Tratsch. Wir haben vielmehr ein Buch für Menschen geschrieben, die, egal ob im Geschäftsleben oder im Sport, eine Leitungsfunktion oder Führungsrolle wahrnehmen, davon fasziniert sind oder eine solche Funktion anstreben. Ein Buch, das ehrlich, originell und überzeugend ist und eine neugierige Leserschaft zu Diskussion und Widerspruch reizt. Es ist keine Sammlung von Geschichten und Anekdoten, obwohl die konkreten Erfahrungen von Carlo Ancelotti natürlich eine wichtige Rolle spielen. Im Mittelpunkt stehen vielmehr die Überlegungen eines Praktikers, der Erfahrung damit hat, Teams in einem der dynamischsten und umkämpftesten Märkte, die es gibt, zum Erfolg zu führen. Wir wollen Carlo Ancelottis grundlegende Prinzipien und seine Leadership Journey, seine Entwicklung zur Führungspersönlichkeit sichtbar machen. Außerdem betrachten wir seine Kernaufgaben, seine Schlüsselqualifikationen und seine prägenden Erfahrungen. Wie lernte er zu führen und was hat es mit der Marke Ancelotti auf sich? Wie sieht er sich selbst und wie wird er von anderen wahrgenommen? Wir wollten ganz genau wissen, wie er sich kontinuierlich weiterentwickelte, mit Rückschlägen fertig wurde und wiederholt Erfolge auf der größtmöglichen Bühne feierte. Natürlich gehört die wichtigste Stimme in diesem Buch Carlo. Er tritt auf den folgenden Seiten als Ich-Erzähler auf. Seine Schilderung ist das Ergebnis von mehr als 50 Stunden ausführlicher Interviews, die wir überall auf der Welt mit ihm geführt haben und deren Hauptaugenmerk der Frage galt, was seine Erfahrungen zur Lösung aktueller und zeitloser unternehmerischer und geschäftlicher Herausforderungen beitragen können. Seine Lektionen sind implizit in seinen Überlegungen und Schilderungen enthalten. Aber um das Nachschlagen zu erleichtern, findet sich am Ende jedes Kapitels eine knappe Zusammenfassung mit den wichtigsten Aspekten der ruhigen Philosophie. Weil wir wollten, dass dieses Werk zugleich ein Buch von Ancelotti und über Ancelotti ist, haben wir zusätzlich Interviews mit jenen geführt, die seine Führungsqualitäten am besten kennen. Sie wissen ja, wenn sie wirklich wissen wollen, wer sie sind, müssen sie wissen, was die Leute über sie sagen, wenn sie den Raum verlassen. Wir haben Carlos Vorgesetzte, Mitarbeiter, Konkurrenten und vor allem jene, die für ihn gespielt haben, dazu eingeladen, hinter seinem Rücken über ihn zu reden. Zu den interviewten Spielern gehören Cristiano Ronaldo, David Beckham, Zlatan Ibrahimović und John Terry, die alle auch für die anderen Trainergiganten im Fußball gespielt haben. Also Leute wie Pep Guardiola, Jose Mourinho und Sir Alex Ferguson, der als Vertreter der großen Rivalen ebenfalls zu Wort kommen wird. Von den Vorgesetzten haben wir Adriano Gagliani befragt, den Geschäftsführer des AC Mailand. Letzterer war in der einen oder anderen Funktion etwa 13 Jahre lang Ancelottis Chef, während dieser Spieler oder Trainer war. Es zeugt von der Stärke der Bindung, die Ancelotti schafft, und von der Wertschätzung für ihn, dass all diese Angehörigen der absoluten Fußballelite großzügig ihre Zeit opferten, um über ihn zu sprechen. Tatsächlich waren sie geradezu erpicht darauf und gerieten derart ins Schwärmen, dass die Interviews den vorgesehenen Zeitrahmen fast immer überschritten. Ich schätze, Zlatan würde heute noch reden, wenn ich ihm nicht nach 90 Minuten vorsichtig nahegelegt hätte, zum Schluss zu kommen. Und noch eine kleine Anmerkung des Verlags. Mehrere der Befragten erzählen von den seltenen, aber eindrucksvollen Wutanfällen von Carlo Ancelotti. Das scheint nicht ganz zum Leitmotiv dieses Buchs, der ruhigen Philosophie, zu passen. Und in der Tat liegt der Grund nicht darin, dass allen beim Thema Ancelotti als erstes seine Ausraster einfielen, sondern dass sie von den Co-Autoren des Buchs ausdrücklich danach gefragt wurden. Abgesehen von Ausnahmeerscheinungen wie Sir Alex Ferguson bei Manchester United oder Arsene Wenger bei Arsenal London folgen die Karrieren der Trainer von Profiteams, wie generell die Laufbahnen von Führungskräften, stets einem ähnlichen Muster. Zuerst kommt das Werben, wenn der Klub dich ausguckt und versucht, dich zu gewinnen. Es folgt die Schonzeit, in der alle, die Spieler, die Mitarbeiter, die Fans, dir Zeit geben, dich zu etablieren. Diese Phase wird allerdings wie alles Unbeschwerte im Leben leider nicht allzu lange. Als nächstes kommen, hoffentlich, Stabilität und Erfolg. Für einen Spitzenklub bedeutet das Titel. Weiter unten in der Liga wird Erfolg anders gemessen. Die Stabilität wird irgendwann zur Routine und dann beginnen die Probleme, die Risse in der Beziehung. Und schließlich kommt der Bruch, die unvermeidliche Trennung. Mit dem sogenannten Leadership Arc, also dem Phänomen von Aufstieg und Fall der Führungskräfte, das wir in diesem Buch kurz und bündig als Erfolgskurve bezeichnen, beschäftigen sich unzählige Managementbücher. Ob es Ken Blanchards Arbeiten sind, die um 2005 entstanden, ob es um George D. Parsons und Richard T. Pascals Summit Syndrome geht, oder auch um die Seminare, die an der Wharton School stattfinden, All diese Konzepte basieren auf der Erkenntnis, dass die Karrieren selbst der bedeutendsten Führungskräfte einem stets ähnlichen Muster folgen. Die durchschnittliche Beschäftigungsdauer eines britischen Börsenmanagers liegt momentan bei 5,18 Jahren. Bei Trainern in der englischen Premier League sind es nur 2,36 Jahre. Rechnet man den Dino Arsene Wenger heraus, sinkt der Durchschnitt auf 1,7 Jahre. In Italiens Serie A beträgt der Durchschnitt 1,31 Jahre. In Spaniens La Liga sind es 1,34 Jahre. In anderen Sportarten sieht es kaum besser aus mit der Langlebigkeit. In den USA liegt die durchschnittliche Beschäftigungsdauer eines Trainers in der NFL, National Football League, bei 3,4 Spielzeiten. Ein neuer Trainer in der NBA, National Basketball Association, kann mit 2,4 Spielzeiten rechnen. Das Ende kommt oft plötzlich und brutal. Die englischen Profi-Ligen erlebten in der Saison 2014-15 insgesamt 47 Trainerentlassungen. In 17 Fällen handelte es sich um Trainer-Neulinge, die keine besonders guten Aussichten auf eine zweite Chance haben. Darüber hinaus verloren mehr als 150 Assistenztrainer ihren Job als unmittelbare Folge der durch die Trainerentlassung verursachten Instabilität. Die Vereine oder der neue Trainer wollen oft den gesamten Trainerstab austauschen. Eine kleine Elite ausgenommen, hat das Gerede vom Trainerkarussell wenig mit der Realität im Fußball zu tun. In der Mehrzahl der Fälle hat die Familie des Entlassenen von einem Tag auf den anderen ihre Haupteinkommensquelle auf Dauer verloren. Der moderne Profisport ist kein Geschäft für Zartbeseitete. Einmal mehr liegen die Parallelen zur Geschäftswelt auf der Hand. Ein Sporttrainer unterliegt Woche für Woche einer Überprüfung, wie sie der Vorstand einer AG nur einmal pro Quartal überstehen muss. Ein Vereinsvorstand aus der englischen Premier League bemerkte einmal treffend, jede Woche tauchen 40.000 Aktionäre auf und sagen mir ihre Meinung darüber, wie ich den Laden schmeiße. Im Sport wird alles in die Zeitspanne einer einzigen Saison gezwängt, während der Lebenszyklus in der Geschäftswelt wahrscheinlich etwa 10 Quartale oder 30 Monate beträgt. Erst danach können Ergebnisse abschließend bewertet werden. Sowohl im Geschäftsleben als auch im Sport scheint die Verweildauer von Führungskräften in erfolgreichen Organisationen einen unaufhaltsamen Kurvenverlauf zu nehmen. Ungeachtet solcher Sonderfälle wie Sir Alex Ferguson, Bill Belichick bei den New England Patriots oder Greg Popovich bei den San Antonio Spurs. Während jedes Engagements bei einem Verein gibt es Schlüsselmomente, in denen man als Führungskraft Ereignisse beeinflussen und ihren Verlauf bestimmen kann. Über Erfahrung Die erste Trainerstelle Reggiana Sommer 1995 bis Sommer 1996 Würde der Präsident des AC Reggiana heute mit dem Gedankenspielen, einen ehemaligen Spieler mit lokalen Wurzeln als neuen Trainer zu verpflichten, und er fragte mich um Rat, dann würde ich antworten, »Wieso denn den?« »Er hat keine Lizenz und er hat noch nie irgendwo gecoacht.« »Er mag ein guter Spieler gewesen sein, aber wen interessiert das?« Zu meinem Glück funktioniert die verrückte Welt des Fußballs nicht so. Denn es lief wirklich so. Reggiana stellte mich im Sommer 1995 ein, weil ich ein berühmter Spieler und ein Junge aus der Gegend war. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Ausschlag geben. Wenn man es liest, ergibt es vielleicht überhaupt keinen Sinn, aber für mich war Reggiana absolut sinnvoll und umgekehrt traf es ebenso zu. Der Klub war soeben in die Serie B abgestiegen und sie brauchten einen Namen. Ich hatte diesen Namen und ich war bereit. Nicht unbedingt für das Projekt, aber auf jeden Fall dafür, Verantwortung zu übernehmen. Heute weiß ich, dass eine erfolgreiche Spielerkarriere allein nicht ausreicht, um ein guter Trainer zu werden. Sie ist eine hilfreiche Grundlage, um einen Draht zu den Spielern herzustellen und sie zu verstehen. Aber was alle anderen Aspekte betrifft, ist eine fundierte, praktische und theoretische Ausbildung unerlässlich. Am Anfang hatte ich noch nicht einmal eine Trainerlizenz. Ich hatte zwei Drittel der Trainerausbildung fertig. Den abschließenden Teil absolvierte ich dann parallel zur bereits begonnenen Trainertätigkeit bei Reggiana. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man seine Qualifikationen erwerben sollte, bevor man eine Berufslaufbahn einschlägt, aber manchmal ist das nicht möglich. Die formale Qualifikation sollte generell kein Selbstzweck sein in Unternehmen. Manchmal gibt es Naturtalente, bei denen es Verschwendung wäre, sie auf die Schulbank zu zwingen. Aber wenn immer möglich, sollte man sich qualifizieren und die Arbeitgeber sollten diese Ausbildung wertschätzen. Da ich keine Lizenz hatte, musste ich jemanden einstellen, der pro forma der Trainer war und faktisch als mein Assistent fungierte. Außerdem brauchte ich einen Torwarttrainer. Ich suchte im alphabetischen Verzeichnis des italienischen Trainerverbands nach einem Mann, der zu mir passte und der beide Kriterien erfüllte. Der erste Name, auf den ich stieß, war der von Giorgio Chiaschini. Er lebte in der Nähe von Reggio Emilia und ich hatte noch nie von ihm gehört. Aber ich rief ihn trotzdem an und er willigte ein, zu kommen und mit mir zusammenzuarbeiten. Und das taten wir dann über zehn Jahre lang. Er ist seit Beginn meiner Trainerkarriere ein loyaler Teil meiner Fußballfamilie. Und wie in diesem Buch immer wieder deutlich werden wird, sind mir solche langfristigen Bindungen sehr wichtig. Treue Kollegen sind ein elementarer Faktor für Erfolg und Zufriedenheit im Laufe der Karriere. Der Präsident hatte zu Saisonbeginn die Meisterschaft der Serie B, also den sofortigen Wiederaufstieg als Saisonziel ausgegeben. Aber am siebten Spieltag fanden wir uns mit vier Unentschieden und drei Niederlagen am Ende der Tabelle wieder. Wahrscheinlich war der schlechte Start meiner Unerfahrenheit geschuldet, denn am Anfang war es nicht so einfach, der Boss zu sein, nachdem ich gerade noch Spieler gewesen war. Natürlich war ich nicht vollkommen unerfahren. 1992 hatte sich mir die Gelegenheit geboten, Assistenztrainer von Arrigo Sacchi in der italienischen Nationalmannschaft zu werden. Ich hätte durchaus noch eine Saison als Spieler bei Milan dranhängen können, aber ich zog es vor, aufzuhören, weil ich dachte, dass die Erfahrung bei Sacchi gut für mich wäre. Und in der Tat war diese Zeit von entscheidender Bedeutung für meine Entwicklung als Trainer. Und vielleicht wäre ich ohne diese Jahre mit den Azzurri bei Reggiana gescheitert. Als ich Sacchi mitteilte, dass ich den Job bei Reggiana annehmen und künftig auf eigenen Füßen stehen wolle, sagte er, es sei an der Zeit und wünschte mir Glück. Aber obwohl ich in der Nationalmannschaft die Nummer zwei hinter Sacchi gewesen war, ist es doch etwas völlig anderes, wenn man selbst der Boss ist. Wenn man Trainer wird, nachdem man gerade erst seine aktive Karriere beendet hat, besteht das Problem vor allem darin, dass man meint, alles zu wissen. In Wirklichkeit weiß man nichts. Zunächst einmal muss man zwei schwierige und wichtige Dinge hinbekommen, ein gutes Verhältnis zu den Spielern und die eigene neue Rolle als Boss. Beides ist nicht unmöglich und es ist seltsam, dass viele Leute bestreiten, dass ein Trainer gleichzeitig einen guten Draht zu den Spielern haben und seine Autorität wahren könne. Richtiggehend Angst machte mir anfangs, dass ich jetzt regelmäßig vor die Spieler hintreten und zu ihnen sprechen musste. Zu begreifen und zu akzeptieren, dass ich der Boss war, fiel mir sehr schwer. Ich kenne meine eigenen Unzulänglichkeiten, meine eigenen Verletzlichkeiten und ich konnte nicht glauben, dass andere sie nicht sehen konnten. Deine Leute erwarten vielmehr, dass es perfekt läuft, weil du der Boss bist. Dass es für dich selbst neu ist, interessiert sie nicht. Man hat plötzlich die Karrieren anderer Menschen in der Hand und darf sie nicht merken lassen, wie nervös einen das macht. Vielleicht ist das für die meisten von uns das Schwierigste am Übergang vom Angestellten zum Chef. Aber ich musste lernen, meine Angst zu besiegen. Die Ansprachen sind das wichtigste Führungsinstrument des Trainers. Idealerweise spricht man zugleich für die Spieler und mit ihnen. Während meiner Kabinenansprachen vor dem Spiel waren nicht immer alle aufmerksam und hellwach. Der eine gähnte, ein anderer saß mit geschlossenen Augen in der Ecke. Manche starrten ausdruckslos aus dem Fenster. Und bisweilen schlief auch mal einer tief und fest ein. Vor allem für einen Anfänger ist es wirklich schwierig, die ganze Zeit jedermanns Aufmerksamkeit zu fesseln und die unterschiedlichen Arten des Zuhörens und die verschiedenen Grade der Aufmerksamkeit nicht persönlich zu nehmen. Immerhin saßen da ja, Kader und Mitarbeiter, 25 bis 30 Leute. Am Anfang hörten normalerweise alle zu. Aber sobald ich die Aufstellung bekannt gab, wurde es schwierig. Man hat 18, vielleicht 20 Spieler. Aber sobald man die 11 für die Startformation genannt hat, machen die Nicht-Nominierten plötzlich mürrische Gesichter und schalten ab. Ich kannte dieses Phänomen noch bestens aus meiner aktiven Zeit. Eine Zeit lang sparte ich mir die Nennung der Startelf bis ganz zum Schluss der Teambesprechung auf, damit alle zuhörten und mitbekamen, was ich mir überlegt hatte. Aber egal, wenn man die Aufstellung bekannt gibt, mit dem Phänomen der unzufriedenen Spieler muss man stets leben. Eine andere Schwierigkeit, vor der man in seinem ersten Job als Cheftrainer steht, ist die simple Frage, wie man die Mannschaft auf das Spiel vorbereitet. Spielern fehlt das volle Verständnis für die umfangreiche Vorbereitung, die aus Sicht eines guten Trainers nötig ist. Ich weiß, dass es mir als Aktiven nicht anders ging. Aus der Perspektive der Spieler sieht alles so einfach aus. Ich habe gelesen, dass Bill Parcels, der legendäre American Football-Cheftrainer, davon überzeugt war, dass alle den Willen haben, zu gewinnen, aber nur die Besten den Willen haben, das Gewinnen auch vorzubereiten. Er hatte ja so recht. Am Anfang wusste ich nicht mal, wie ich eigentlich das Training aufbauen sollte. Ich weiß nicht, wie es anderen Trainern-Neulingen geht, aber mir fehlte damals schlicht das Fachwissen darüber, wie man das Training richtig organisiert. Immerhin konnte ich auf meine Erfahrungen bei Saki zurückgreifen. Am Anfang kopierte ich einfach seine Methoden. Aber allmählich begann ich, meine eigenen Ideen und Ziele zu entwickeln und meine eigenen Trainingspläne. Mein Assistent, Giorgio Chiaschini, war mir während dieser Zeit eine enorme Hilfe. Ich musste lernen, zur Mannschaft zu sprechen, damit sie an mich glaubte, denn wir mussten langsam mal anfangen zu gewinnen. Ich trommelte die Spieler zusammen und sagte ihnen, ich habe meine Ansichten darüber, wie wir spielen und auftreten sollten. Wenn ihr damit einverstanden seid, können wir zusammenbleiben. Wenn ihr nicht einverstanden seid, will ich nicht warten, bis der Besitzer mich rauswirft. Dann gehe ich. Wenn wir uns nicht einig sind, können wir hier und jetzt Schluss machen. Fast alle Spieler waren auf meiner Seite. Nur zwei wollten mir nicht folgen. Einige unzufriedene Akteure hat man, wie gesagt, immer im Kader. Allmählich erzielten wir bessere Ergebnisse und wir beendeten die Saison schließlich auf einem Aufstiegsplatz. In der folgenden Saison würden wir in der Serie A spielen. Während der ersten sieben Spiele hatte ich gedacht, dass ich es nicht packen würde als Trainer. War das wirklich der richtige Beruf für mich? Und wollte ich mich diesem permanenten Druck aussetzen? Der war übrigens zum größten Teil selbst erzeugt. Ich stand am Beginn meiner Trainerlaufbahn und wusste, wie entscheidend diese Phase für meine gesamte Karriere war. Heute bin ich Mitglied der League Managers Association und wenn ich in den Unterlagen der LMA lese, wie wenig Zeit die meisten neuen Trainer in einem Job bekommen, dann wird mir Angst und Bange. Ich bin froh, dass ich diese Zahlen nicht kannte, als ich bei Reggiana war. Das Ende meiner Erfolgskurve, die Trennung, erfolgte nicht in Form eines Rauswurfs, sondern weil mir ein Job bei einem größeren Club angeboten wurde, beim AC Parma. Eine Trennung kann ja sowohl von der Führungskraft als auch vom Unternehmen ausgehen und es ist wichtig, mit beiden Varianten gelassen umzugehen. Manchmal geht man, weil man es selbst will und manchmal wird man nicht mehr gewollt. So ist es eben, im Fußball wie auch im Geschäftsleben. Die zweite Trainerstation, Parma. Sommer 1996 bis Sommer 1998. AC Parma wollte mich, da ihre Verhandlungen mit einem anderen Trainer nicht wie gewünscht liefen. Da diese Situation erst kurz vor der Sommerpause auffiel, hatten sie bei Parma nicht sehr viel Zeit, sich nach einem Ersatz umzusehen. Ich hatte bei Reggiana gute Arbeit geleistet, Ich kannte den Geschäftsführer von Parma und der Wechsel zu einem größeren Club war ein sinnvoller nächster Schritt für mich. Eine neue Erfolgskurve nahm ihren Anfang. Genau wie bei Reggiana starteten wir schlecht. Aber am Ende konnten wir auf eine erfolgreiche erste Saison zurückblicken und wurden Vizemeister. Ich hatte einen guten Kader zur Verfügung mit Leuten wie Gigi Buffon im Tor und Lilian Thuram in der Abwehr, der in der Innenverteidigung mit Fabio Cannavaro ein Paar bildete. Und sie waren alle jung. Buffon war erst 17 Jahre alt, Cannavaro 23 und Thuram 24. Dann hatte ich einen Stürmer, Hernan Crespo, den ich in der argentinischen Olympia-Auswahl entdeckt hatte. Er war ihr Topscorer bei den Olympischen Spielen 1996, wo er mit sechs Treffern in sechs Spielen neben dem Brasilianer Bebeto Torschützenkönig wurde. Und er war erst 21 Jahre alt. In dieser Zeit kauften wir auch Rivaldo und danach Cafu. Rivaldo wurde sofort an Deportivo La Coruña weitergereicht. Cafu 1997 an den AS Rom. Parma war damals noch ein kleiner Verein, sodass wir regelmäßig Spiele abgeben mussten. Vielleicht hatte Capello letztlich doch recht gehabt. Parma hatte eine interessante Partnerschaft mit dem brasilianischen Klub Esse Palmera Sao Paulo, die für uns gut funktionierte. Themen wie Dritteigentum, Third-Party-Ownership, TPO, also der spekulative Handel zwischen Investoren mit den Verträgen begabter junger Spieler, galten damals noch als unproblematisch. Und viele europäische Klubs hatten Arrangements mit lateinamerikanischen Vereinen, wodurch alle möglichen Deals denkbar waren. In meinen ersten beiden Spielzeiten bei Parma qualifizierten wir uns für die Champions League 1997 und den UEFA-Pokal 1998, bevor ich nach einer Reihe schlechter Ergebnisse zum ersten Mal in meiner Karriere gefeuert wurde. Nach sechs Monaten ohne Job begann ich einen kurzen Flirt mit Fenerbahce Istanbul. Diesmal war ich es, der noch vor dem Start absprang, was die Türken allerdings partout nicht akzeptieren mochten. Sie ließen nicht locker und ich stellte immer absurdere Forderungen, um sie abzuwimmeln, aber sie willigten einfach immer ein. Doch dann meldete sich Juventus und diese Entscheidung fiel mir leicht. Angestellter der Firma Juventus Turin Sommer 1999 bis Sommer 2001 Das Werben eines Vereins wie Juventus Turin war eine neue Erfahrung für mich. Ich stand gerade im Begriff, in die Türkei zu fliegen, um die Verhandlungen mit Fenerbahce nun doch abzuschließen, als ich einen Anruf von Luciano Moggi erhielt, dem Manager von Juventus. Er bat mich, nichts zu unterschreiben, bevor wir miteinander gesprochen hätten. Also suchte ich ihn im Haus von Juvis Geschäftsführer Antonio Giraudo auf. Neben Giraudo und Moggi war auch Roberto Bettega da, der Vizepräsident des Vereins und legendäre, frühere Juventus-Stürmer. Sie redeten nicht groß um den heißen Brei herum, sondern sagten einfach, wir wollen, dass Sie der nächste Trainer von Juve werden. Weil mein Vertrag in Parma noch lief, genau genommen war ich nicht gefeuert, sondern beurlaubt worden, einigten wir uns auf einen Vertrag ab Sommer 1999. Ein paar Stunden später hatte ich bereits einen Vorvertrag unterschrieben. Bald danach, im Januar 1999, warf der damalige Juve-Trainer Marcello Lippi wegen Misserfolgs vorzeitig hin. So fing ich doch schon im Februar 1999 an, während der Klub die noch ausstehenden Vertragsdetails mit Parma regelte. Nach den eher gemütlichen Verhältnissen bei Reggiana und Parma war ich nun in einer echten Firma. Die Eingewöhnung fiel mir entsprechend schwer. Juventus ist ein großartig organisierter Klub, aber wenn ich zum Trainingsgelände ging, hatte ich das Gefühl, ich ginge zur Arbeit in einer Fabrik. Eindrucksvolle Menschen arbeiteten dort. Der Besitzer Gianni Agnelli und Luciano Morgi beispielsweise. Aber es war keine Familie wie Reggiana oder Parma oder, wie ich später feststellen sollte, Milan. Nachdem ich bei meinen ersten beiden Stationen recht erfolgreich gewesen war, wollte ich aber unbedingt die nächste Stufe erreichen und mittlerweile hatte ich auch das nötige Selbstvertrauen für einen Verein wie Juventus mit seiner großen Tradition und seiner langen Geschichte. Abgesehen von der anderen Unternehmenskultur gab es noch einen weiteren Grund, aus dem ich mich schwer tat in diesem Job. Die Juve-Fans hassten mich. Warum? Weil ich als Spieler bei der Roma und bei Milan gewesen war. Und mit Parma hatte ich Juventus bis weit ins Frühjahr 1997 hinein den Titel streitig gemacht. Sie hassten mich also wirklich. Meistens warteten sie vor dem Trainingsgelände auf mich, um mich zu triezen. Sowas passiert in Italien leider wirklich und das gar nicht so selten. Es war eine Riesenaufgabe, die Fans für mich zu gewinnen. Ich blieb mehr als zwei Jahre bei Juventus, bis ich im Sommer 2001 auch dort gefeuert wurde und vier Monate lang ohne Engagement war. Meine Erfolgskurve bei Juventus war beendet worden, bevor ich fertig war mit meiner Arbeit. Ich hätte mich vielleicht gar nicht auf diesen Job einlassen sollen, aber immerhin vermittelte er mir einen Eindruck davon, wie es bei einem großen Club zugeht. Denn genau dort wollte ich als Trainer hin. Wieder zu Hause. AC Mailand. November 2001 bis Mai 2009. Lange Zeit sah es so aus, als würde ich zu Parma und in die relative Sicherheit meiner Heimatregion zurückkehren. Doch ein solcher Schritt zurück wurde in letzter Minute durch einen Anruf des Klubs abgewendet, der mir meine großartigsten Momente als Spieler geschenkt hatte, des AC Mailand. Milan hatte gerade mit dem türkischen Trainer Farid Terim 0 zu 1 beim AC Turin verloren und wie sich herausstellte, hatte Milans Geschäftsführer Adriano Gagliani mich seit längerem auf dem Schirm. Wir hatten ein paar Tage zuvor geplaudert und ich hatte beiläufig erwähnt, das ich wieder bei Parma unterschreiben würde. Nach dem Spiel in Turin sprach Gagliani mit Silvio Berlusconi, dem Eigentümer, und sie beschlossen, den Trainer zu wechseln. Dabei konzentrierten sie sich sofort auf mich, offenbar in der Hoffnung, dass ich noch nicht bei Parma unterschrieben hätte. Diese spezielle Werbungsphase würde zügig vonstatten gehen müssen. Gagliani rief mich umgehend an und ich sagte ihm, dass ich am nächsten Tag bei Parma unterschreiben wolle. Der nächste Anruf von Gagliani kam am Montag, als ich gerade auf dem Weg zur Unterzeichnung eines Vertrages mit Parma war. Ich hatte dem Präsidenten Callisto Tansi bereits per Handschlag zugesagt. »Haben Sie schon ein paar Mal unterschrieben?«, fragte Gagliani. »Nein, noch nicht.« »Aber ich bin unterwegs«, sagte ich. »Ich komme zu Ihnen nach Hause«, sagte Gagliani. »Wozu?« »Ich habe mit Berlusconi gesprochen und wir sind uns einig, dass Sie hierher kommen müssen, zu Milan. Wir sind bereit für Sie.« Also schaltete ich mein Telefon aus. Sobald ich den Vertrag mit Milan unterschrieben hatte, schaltete ich es natürlich wieder ein, um Tansi bei Parma anzurufen. Ich sagte ihm, »Es tut mir leid, aber Milan ist meine Familie. Ich habe dort gespielt und das tut mir jetzt so leid. Ich hoffe, dass Sie das verstehen können.« Und er sagte zu mir, »Ich verstehe alles.« Selbst nach 15 Jahren bin ich mir immer noch nicht sicher, was Tansi damit meinte. Natürlich war er der große Boss. Er war der Gründer und Hauptanteilseigner des Parmalat-Konzerns, dem der AC Parma fast ganz gehörte. Und er wurde später wegen eines der größten europäischen Konkurse und Finanzbetrugsfälle angeklagt und verurteilt. Ich kam im November 2001 zu Milan und fühlte mich augenblicklich zu Hause. Das Gefühl war so gut. Nicht so gut war allerdings die Mannschaft. Heimzukehren ist nicht immer einfach und die ersten sechs Monate waren hart. Zur neuen Saison gelang es uns, Clarence Seedorf und Alessandro Nesta zu holen. Zwei herausragende Spieler. Nesta war 27, im besten Fußballeralter, und Lazio Rom verlangte sehr viel Geld für ihn. Der Manager konnte Berlusconi anfangs nicht überzeugen, eine solche Summe zu bezahlen, da Berlusconis Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten steckte. Er fürchtete das Urteil der öffentlichen Meinung und wollte nicht als Verschwender dastehen, vor allem nicht für einen Verteidiger. Nesta sollte 30 Millionen Euro kosten. Aber ich musste Berlusconi trotz dieses Preises überzeugen, dass er unentbehrlich für uns war. Nicht alle Zwänge, denen Führungskräfte unterliegen, sind offen erkennbar. Die Tatsache, dass die Arbeit eines Trainers unter den Augen der Öffentlichkeit stattfindet, bedeutet nicht, dass die Öffentlichkeit auch alles sieht. Ich hielt Nesta für so unentbehrlich für die Mannschaft, dass ich beschloss, es selbst bei Berlusconi zu versuchen. Er war zu der Zeit in Dänemark, und ich sagte ihm am Telefon, »Herr Präsident, alle wollen die Champions League gewinnen, aber wenn Sie Nesta nicht kaufen, werden wir sie nicht gewinnen. Geben Sie mir Nesta und ich gebe Ihnen die Champions League.« Am Ende war es ein großartiger Deal für uns beide. Er kaufte Nesta und ich präsentierte ihm in der Saison 2002-2003 den Champions League-Titel. Später würden wir noch einen Champions League Triumph liefern, 2006-2007, sowie ein Finale 2004-2005, ein Halbfinale 2005-2006 und ein Viertelfinale 2003-2004. Es war eine fantastische Zeit für den Klub. Meine Erfolgskurve bei Milan war die bislang längste meiner Karriere. Acht Jahre. Und die Länge meiner Einstellung eröffnete mir die Chance, im Lauf der Zeit die Spieler auszutauschen und das Team allmählich nach meinen Vorstellungen umzugestalten. Die größten Veränderungen passierten am Anfang. Aus purer Notwendigkeit, weil der Kader nicht gut genug war. Meine erste Saison beendeten wir nur als vierter, was bedeutete, dass wir zu Beginn der folgenden Saison 2002-2003 in die Qualifikation zur Champions League mussten. Doch da ich erst im November des Vorjahres gekommen war und noch keine volle Saison und keine Saisonvorbereitung gehabt hatte, war der vierte Platz für uns ein schöner Erfolg. In der nächsten Saison kamen Seedorf und Nesta zusammen mit anderen, etwa Rivaldo. Wir hatten bereits Rui Costa. Und diese vier Spieler waren die wichtigsten für mich, weil ich wusste, dass der Präsident nach Capello und seinen Nachfolgern den Stil der Mannschaft ein bisschen verändert sehen wollte. Capellos Teams waren wirklich gut organisiert, aber vielleicht spielten sie nicht in dem Stil, den der Präsident wollte. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass ich beauftragt wurde, die Spielweise einer Mannschaft so umzustellen, dass der Klubbesitzer damit glücklich war. Angesichts all der neuen Spieler standen wir vor einer neuen Schwierigkeit, nämlich, wie man so viele klasse Leute bei Laune halten konnte. Nicht jeder konnte in jeder Partie spielen, aber genau das wollen Topspieler am liebsten tun. Im Mittelfeld mussten wir irgendwann Kaká, Gennaro Gattuso, Rui Costa, Andrea Pirlo, Seedorf und Rivaldo unterbringen und vorne hatten wir Crespo, Shevchenko, John Daltonasson und Filippo Inzaghi. Meine Herausforderung bestand darin, sie alle bei guter Stimmung zu halten und mir gleichzeitig über die Weiterentwicklung der Mannschaft Gedanken zu machen. Die Atmosphäre bei Milan war gut, was ungeheuer wichtig ist und die Spieler wussten, dass sie in einem fantastischen Team waren und für einen großartigen Klub spielten, sodass sie sich leichter damit abfanden, nicht in jedem einzelnen Match aufzulaufen. Natürlich gab es Schwierigkeiten, aber sie wurden individuell geregelt. Zu Beginn meiner ersten vollen Saison hatten wir ein Champions-League-Spiel und ich setzte Rivaldo, der weder eine volle Saisonvorbereitung noch die Vorbereitung auf das Match mitgemacht hatte, auf die Bank. Er war aufgebracht. Ich versuchte ihm zu erklären, dass er drei Tage später spielen würde, aber er sagte, Rivaldo hat noch nie auf der Bank gesessen. Ich sagte ihm, okay, es gibt immer ein erstes Mal und jetzt ist der richtige Zeitpunkt für das erste Mal. Nein, nein, sagte er zu mir, Rivaldo setzt sich nicht auf die Bank. Ich erwiderte, Rivaldo, du musst dich auf die Bank setzen. Er stand einfach auf und fuhr nach Hause. Den wirklich außergewöhnlichen Spielern fällt es schwer zu verstehen, warum sie nicht spielen dürfen, selbst wenn sie nur zu 80 Prozent fit sind. Sie sind auch deshalb große Spieler, weil sie in jeder Partie dabei sein wollen, selbst wenn sie nicht fit sind. Diese Einstellung macht einen Teil der Persönlichkeit eines Champions aus. Der Klub sprach mit Rivaldo und seinem Berater und Rivaldo kam zurück und setzte sich für das Match gegen Modena, eine unbedeutende Partie, auf die Bank. Erst danach redete ich wieder mit ihm. Hör mal, sagte ich, du machst es um deinet Willen, nicht für uns. Du musst dir keine Sorgen machen, denn es kann heute passieren, es kann im nächsten Spiel passieren und es kann jedem Spieler passieren. Wir haben sehr viele Spiele und wenn du aussetzt, bist du im nächsten Spiel frischer. Milan hatte in den Jahren zuvor nicht viel Erfolg gehabt, aber wir arbeiteten daran. 2003 gewannen wir die Champions League und der Erfolg festigte unter den Spielern die Auffassung, dass sie bei einem tollen Verein waren. Sie verstanden, dass sie manchmal spielen würden und manchmal nicht. Es wurde einfacher, mit den wichtigen Spielern zurechtzukommen, weil alle Spieler wichtig waren. Eine weitere Herausforderung bei einem großen Klub wie Milan besteht darin, die Konkurrenz unter den Spielern zu moderieren. Am Anfang war Christian Abbiati die Nummer 1 im Tor und Dida die Nummer 2. Dida musste also warten. Zu seinem Glück und zum Pech seines Rivalen brach Abbiati sich eine Rippe und stand dem Team eine Zeit lang nicht zur Verfügung. Dida stieg in seiner Abwesenheit auf, sodass sie Abbiati, als er nach seiner Verletzung zurückkehrte, sagen musste, dass Dida gut gehalten habe und die neue Nummer 1 sei. Er nahm es gut auf und blieb noch eine Weile als Nummer 2, bis er ab 2005 an Juve, den FC Turin und Atletico Madrid ausgeliehen wurde. So läuft das bei großen Klubs. Du musst auf deine Chance warten und sie dann nutzen. Aber auch wenn du sie genutzt hast, muss dir klar sein, dass du ständig herausgefordert werden wirst. In einem großen Klub ist kein Platz für Bequemlichkeit und Selbstzufriedenheit. Und alle Spieler müssen wissen, dass sie jederzeit ihre Chance bekommen können, wenn sich die Gelegenheit bietet und sie ihre Sache ordentlich machen. Natürlich wusste Abbiati das und verhielt sich absolut professionell. Wir hatten eine großartige Zeit mit Milan. Gewannen zweimal die Champions League und 2004 den Scudetto. Und ich fühlte mich heimisch in meiner Fußballfamilie. Aber irgendwann kühlte das Verhältnis ab und beide Seiten wurden ein bisschen müde. Acht Jahre sind eine lange Zeit und Berlusconi wollte etwas verändern. Ich ebenfalls. Ich suchte nach einer neuen Erfahrung im Ausland. Ein Jahr vor der Trennung hatte ich schon einmal sehr konkret mit Real Madrid verhandelt, ihnen aber zugleich Folgendes gesagt. Ich verlasse Milan nur, wenn der Klub will, dass ich gehe. Ich bin bereit, nach Madrid zu kommen, aber nur, wenn Milan mich gehen lässt. Ich ließ sogar eine Klausel einfügen, die festlegte, dieser Vertrag wird erst gültig, wenn der AC Mailand seine Zustimmung gibt. Als ich Gagliani von meiner Chance berichtete, sagte er, nein, 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 bleiben Sie. Sie müssen bleiben. Also blieb ich. Gagliani hatte großes Vertrauen in mich bewiesen, wie auch die Madrilenen, als sie mich wollten. Nichts ist so wichtig, wie geliebt und geschätzt zu werden. Im Jahr darauf war es Chelsea und ich sagte den Londonern dasselbe. Ich werde mit Milan sprechen und wenn Milan will, dass ich bleibe, bleibe ich. Als ich diesmal mit Gagliani sprach, war er ehrlich und sagte, das könnte eine Idee sein. Die Zeit, Italien zu verlassen, war gekommen. Chelsea, London Juni 2009 bis Mai 2011 Chelsea hatte erstmals bei zwei Treffen im Mai 2008 in Genf und Paris sein Interesse signalisiert. Der Trainerposten würde bald frei werden, weil man mit dem Ersatz für José Mourinho, Avram Grant, nicht glücklich sei. Der Versuch, diese Treffen heimlich über die Bühne gehen zu lassen, gab dem Ganzen eine leicht komische Wendung. Denn die Vorstellung, eine Begegnung zwischen zwei bekannten Leuten wie Roman Abramowitsch und mir, könne geheim gehalten werden, erwies sich bereits wenige Stunden später als naiv. Adriano Gagliani rief mich an, um zu fragen, wie es gelaufen sei. Damals kamen wir gar nicht an den Punkt, dass ich Milan um Zustimmung bitten musste, weil Abramowitsch Luis Felipe Scolari vorzog. Angeblich wegen meines schlechten Englisch. Scolari erwies sich als nicht so effektiv für Chelsea und wurde im Februar 2009 gefeuert. Ruiz Hidding wurde, wie erneut 2016, als Feuerwehrmann bis zum Saisonende angeheuert und so stand ich plötzlich wieder zur Debatte. Die ganze Gesprächsprozedur wurde wiederholt, einschließlich weiterer, geheimer Treffen mit Abramowitsch und seinen Mitarbeitern. Im Februar 2009 nahm sich Chelsea's Sportdirektor Mike Ford sechs Wochen Zeit für eine Reihe von Besprechungen mit mir und meinem Assistenten Bruno Di Michele. Diese Gründlichkeit war für mich ungewohnt. In den Gesprächen wurden unter anderem Chelsea's Vision, das Geschäftsmodell des Vereins, zentrale strategische Ziele, die Nutzung biometrischer Daten, die gezielte Spielerverbesserung, der Umgang mit den wichtigen Spielern und meine Bedingungen für eine erfolgreiche Arbeit thematisiert. Zu all diesen Dingen und noch mehr befragte Mike mich in großer Ausführlichkeit. Diese Werbung war sehr intensiv und anders als alles, was ich bis dahin erlebt hatte. Im März willigte ich ein und im Juni 2009 trat ich meinen neuen Job dann an. Bereits seit der Unterschrift hatte Mike mir außerordentlich dabei geholfen, die Personalsstruktur, die Besonderheiten der Premier League, Chelsea's Rekrutierungspolitik und die Erwartungen des Eigentümers zu verstehen, wobei Letztremier bereits sehr deutlich klargemacht worden waren. Zusammen mit Bruno wurde ich zu einem einwöchigen Englisch-Intensivkurs nach Holland gebracht. Der Unterricht dauerte jeweils von morgens acht bis abends um acht. Diesmal sollte die Sprache auf keinen Fall ein Problem sein. Ich mag es, wenn man mich als guten Schüler kennt, also lernte ich fleißig. Kurz nachdem ich meine Arbeit aufgenommen hatte, hielt ich meine erste Pressekonferenz bei Chelsea ab und sprach vor mehr als 200 Journalisten Englisch. Natürlich war ich nervös, aber auch sehr zufrieden. Im Kader von Chelsea gab es jede Menge starker Persönlichkeiten und ich bin mir sicher, dass meine eigenen Karriereerfolge mir anfangs sehr zugute kamen. Es hilft dabei, sich bei einem neuen Klub Respekt zu verschaffen, wenn man bereits zweimal die Champions League gewonnen hat. Allerdings nur am Anfang. Diese Schonzeit, die die Spieler dir gewähren, dauert nie lange, weil sie dich sehr bald abzuchecken beginnen unter dem Aspekt, was kann dieser Typ für mich tun? Ich beließ die Trainingsweise zunächst so, wie ich sie vorgefunden hatte. Die Spieler fühlten sich wohl damit, warum also etwas ändern? Was wir sehr wohl änderten, war die Spielweise. Abgesehen davon, dass man die Mannschaft damit erfolgreicher und attraktiver machen will, hat eine solche Änderung auch nach einen anderen Vorteil. Die Spieler müssen sich konzentrieren und etwas Neues lernen, was die Besten von ihnen stets zusätzlich motiviert. Und wie bei Milan und auch später bei Real Madrid war es natürlich auch der Wunsch des Bosses, einen anderen Stil spielen zu lassen. Bei einer meiner ersten Begegnungen mit Abramovic sagte er mir, ich brauche einen Trainer, der meinem Team ein eigenes Gesicht gibt. Wenn ich mir Barcelona oder Manchester United ansehe, finde ich eine Identität. Bei Chelsea sehe ich keine. Also änderten wir die Spielweise und spielten ab jetzt mit mehr Ballbesitz. Und wie kann man den Ballbesitz besser kontrollieren als mit einem Spieler wie Andrea Pirlo? Vergeblich versuchten wir, ihn von Milan wegzuholen. So ließ sich zunächst Michael Essien auf dieser zentralen Position spielen. Er passte sich an die Situation an und entwickelte sich zu einem der besten Spieler auf der Position. Mein Start bei Chelsea war wunderbar. Wir hatten gleich eine Saisonvorbereitungstournee in den USA und gewannen jedes Spiel. Die Spieler nahmen meine Ideen und meine Herangehensweise offenbar an. Auch die eigentliche Saison fingen wir sehr gut an. Die Mannschaft gewann 14 der ersten 16 Begegnungen in allen Wettbewerben. Doch schon damals gab es Anzeichen, dass das Verhältnis zum Besitzer schwierig werden könnte. Während dieser tollen Serie von Spielen verloren wir eines mit 1 zu 3 gegen Wigan. Für meine Begriffe war das bloß ein Ausrutscher, wie er nun mal vorkommt im Fußball. Aber Abramowitsch kam am nächsten Vormittag aufs Trainingsgelände und stellte mich zur Rede. Ich versuchte, ihm vor allem zuzuhören und nicht impulsiv zu reagieren. Aber vielleicht hätte ich besser vorbereitet sein und ein paar Antworten für ihn parat haben sollen. Diese Episode hätte mir eine Warnung sein sollen. Auf einen solchen Boss musste ich mich erst einstellen. Selbst Berlusconi war nicht so fordernd gewesen. Anfang Dezember waren wir Tabellenführer in der Premier League und hatten unsere Vorrundengruppe in der Champions League gewonnen. Für das Achtelfinale wurde uns Inter Mailand mit José Mourinho zugelost und beinahe augenblicklich setzten der Druck und die Erwartungshaltung ein, obwohl es bis zu den Spielen noch mehr als zwei Monate waren. Zum Jahresauftakt spielten wir stark im FA Cup, aber im Februar trafen mich zwei Blitze, die sich ernsthaft auf mein Verhältnis zu Abramowitsch auswirken sollten. Zuerst verloren wir zu Hause mit 2 zu 4 gegen Manchester City, was vor allem deshalb schlimm war, weil wir sowohl kämpferisch als auch taktisch unterlegen waren. Abramowitsch berief für 9 Uhr am nächsten Morgen eine Besprechung ein, um zu fragen, was los gewesen sei. Er kann Niederlagen generell nicht akzeptieren. So etwas darf Chelsea seiner Meinung nach nicht passieren. Der zweite und schlimmere Nackenschlag war unsere 1 zu 2 Auswärtsniederlage gegen Inter im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. Als wir auch das Rückspiel zu Hause gegen Inter 0 zu 1 verloren, wurde ich von den Medien zum ersten Mal öffentlich infrage gestellt. Die Schonzeit war wirklich und wahrhaftig vorbei. Am nächsten Tag sprach Abramowitsch zum gesamten Trainerteam und verlangte Antworten. Was mich diese Episode lehrte, war der Umgang mit einer völlig anderen Art von Führungsstil. Wieder entschied ich mich dazu, Aggression nicht mit Aggression zu beantworten. Das ist einfach nicht meine Art. Ich denke lieber gründlich über Probleme nach, um anschließend kühl und vernünftig die Lösung anzugehen. Als Mourinho mit Inter später den Wettbewerb gewann, ein Traum, den er Chelsea nicht hatte erfüllen können, war das nicht gut für mich. Es war die gelbe Karte. Mindestens. Nach dem Aus in der Champions League motivierte ich die Spieler mit dem Ziel, erstmals in der Geschichte von Chelsea das Double zu gewinnen. Ich brachte ein Schaubild in die Kabine, das unseren Weg zum Double zeigte und ich erzählte ihnen, dass im 20. Jahrhundert nur vier Mannschaften das Double gewonnen hätten und im 21. Jahrhundert nur eine. Wir wären nach acht Jahren die Ersten, seit Arsenal 2002. Das wurde unsere neue Mission. An dieser Stelle kommt der Aufbau starker Beziehungen ins Spiel. Die Spieler wussten, dass Abramowitsch mich auf dem Kieker hatte und sie hatten das Gefühl, mich im Stich gelassen zu haben. Sie fingen an, für mich zu spielen. Sie fanden, sie seien es mir schuldig und sie reagierten glänzend. In der Folge gewannen wir eine Menge Spiele, viele davon deutlich. Am letzten Spieltag schlugen wir Wigan 8 zu 0 und wurden Meister. Eine Woche später sicherten wir uns mit dem Sieg im FA Cup-Finale gegen Portsmouth das Double. Ungewöhnlicherweise bot man mir nach dem Finale keine vorzeitige Verlängerung meines Drei-Jahres-Vertrags an, wie es normalerweise nach solchen vereinshistorischen Erfolgen geschieht. Genau genommen wurde noch nicht einmal darüber gesprochen. Das war logischerweise ein weiteres Warnsignal für mich. Die beunruhigenden Anzeichen sollten sich mehren. Im Sommer wurden keine wichtigen neuen Spiele eingekauft und mehreren der älteren Spieler, etwa Michael Ballack, wurden keine neuen Verträge angeboten. Ich wurde aufgefordert, fünf junge Spieler, Absolventen der Chelsea Academy, in den 25-köpfigen Kader aufzunehmen, was ich tat. Das erste Spiel der neuen Saison gegen West Bromwich Albion gewannen wir 6 zu 0, aber an jenem Abend wurde ich trotzdem zu Abramowitsch nach Hause zitiert, um einen Rüffel für die Leistung in Empfang zu nehmen. Ein weiteres Warnsignal, und das schon nach dem ersten Spieltag. Wir setzten den starken Saisonstart fort und waren Tabellenführer, bis wir einen schlechten November erwischten. Wir verloren 0 zu 2 gegen Liverpool und ein paar Tage später wurde mein Assistent Ray Wilkins gefeuert. Vielleicht war auch dies wieder ein Punkt, an dem ich hätte kämpfen sollen, aber die Entscheidung war gefallen und ich glaubte nicht, dass ich darauf noch Einfluss nehmen könnte. Michael Eminello, der bislang als Chef-Scout unsere Gegner unter die Lupe genommen hatte, wurde der neue Co-Trainer und ich musste ihn dem Kader vorstellen. Vor allem die englischen Spieler waren unzufrieden mit der Entscheidung. Ich war von der Kündigung von Wilkins überrascht worden. Man hatte davor nicht mit mir gesprochen. In meinem ersten Jahr war Ray vor allem wegen seiner Italienischkenntnisse für mich wichtig gewesen und er hat einen guten Kontakt zur Mannschaft. In meinem zweiten Jahr bei Chelsea konnte ich notfalls auch ohne ihn klarkommen, auch wenn es mir anders weitaus lieber gewesen wäre. Ohnehin hatte der Klub die Entscheidung bereits vollzogen, Ray war schon weg. Als Abramowitsch beschlossen hatte, Eminello zum Assistenztrainer zu machen, zu meinem Assistenten, hatte ich dem Klub mitgeteilt, dass ich keinen anderen Assistenten bräuchte. Ich hatte schon Paul Clement und Bruno de Micheles und wir zusammen reichten. An der Entscheidung änderte dies jedoch nichts. Ich hatte kein persönliches Problem mit Eminello, aber er fühlte sich offensichtlich nicht wohl in seiner neuen Rolle. Als Scouting-Spezialist hatte er keinerlei Erfahrung mit der Aufgabe eines Co-Trainers, aber der Verein stellte ihn trotzdem auf diesen Posten. Gegenüber den Spielern fühlte er sich schon deshalb nicht wohl in seiner Haut, weil sie ihn aus seiner früheren Funktion kannten und wussten, dass er nie als Trainerassistent auf höchstem Profi-Niveau gearbeitet hatte. Im Januar 2011 nahm der Verein zwei begehrte Spieler unter Vertrag. Fernando Torres vom FC Liverpool und David Luiz von Benfica Lissabon. Diese Transfers hoben die Stimmung, aber nicht für lange. Leider war Torres nach mehreren Verletzungen nicht in Bestform. Im April traten wir im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester United mit dem Gefühl an, gewinnen zu müssen, um unsere Saison zu retten. Am Abend vor dem Rückspiel, das Hinspiel hatten wir zu Hause mit 0 zu 1 verloren, wandte sich Abramowitsch an die Spieler und sagte ihnen, sie müssten gewinnen. Ansonsten gäbe es große Veränderungen in der Mannschaft. Mir sagte er unter vier Augen, dass ich, sollten wir verlieren, gar nicht mehr zur Arbeit zu erscheinen bräuchte. Ich war mir nicht sicher, ob er es ernst meinte. Wir verloren 1 zu 2 und ich ging wieder zur Arbeit, obwohl ich mir vorkam wie ein zum Tode Verurteilter, der auf die Vollstreckung des Urteils wartet. Ich wiederhole mich. Vermutlich hätte ich dem Besitzer mutiger entgegentreten können, aber ich hielt es für sinnlos. Am letzten Spieltag der Saison verloren wir auswärts 0 zu 1 bei Everton. So viel ich weiß, fuhr der Geschäftsführer gerade vom Stadion weg, als er einen Anruf erhielt. Kehren Sie um und sagen Sie Carlo, er ist gefeuert. Ich vermute, sie sahen keinen Sinn darin, länger mit dieser Mitteilung zu warten. Auf diese Weise konnte ich mich wenigstens noch von den Spielern und Angestellten verabschieden, bevor sie in den Sommerurlaub gingen. Als die Mannschaft an jenem Abend wieder in London eingetroffen war, luden mich die älteren Spieler, Didier Drogba, John Terry, Frank Lampert und die anderen zum Dinner und auf ein paar Drinks ein. Das hatte ich in meiner Karriere noch nicht erlebt. Ich denke, man mochte mich. Meine Zeit bei Chelsea folgte einer vertrauten Kurve. In der ersten Saison lieferten wir ein erstaunliches Double aus Meisterschaft und Cupsieg, spielten in dem Stil, den der Besitzer wollte. Dem folgten ein unvermeidlicher Einbruch, eine Abkühlung des Verhältnisses zum Besitzer und meine möglicherweise harte Entlassung. Der enge Zeitrahmen dieser Kurve war allerdings nach meiner langen Zeit bei Milan neu für mich. In der ersten Saison schienen die Ergebnisse und die Spielweise dem Besitzer zu gefallen, obwohl es, wenn ich heute zurückblicke, die von mir erwähnten Warnsignale gab, die ich seiner Zeit nicht ausreichend ernst genommen hatte. In der zweiten Saison sah ich das Ende kommen, lange bevor es eintrat, so wie es mir auch später in Madrid ergehen sollte. Das Gerücht, ich würde die englischen Spieler bevorzugen, begann die Runde zu machen. Das stimmte nicht. Ich hatte einen exzellenten Draht zu den englischen Spielern, weil sie sehr professionelle Energizer, wahre Energiespender für den Kader waren. Was abseits des Platzes passierte, kümmerte mich nicht. Denn wenn es ernst wurde, waren sie wirklich gut auf dem Platz. Die Chemie zwischen dem Besitzer und mir war allerdings nicht so gut. Eine Beziehung zerbricht an vielen Kleinigkeiten, die sich summieren. Da waren der Rauswurf und die Ersetzung von Ray Wilkins und auch Abramowitsch fing an zu behaupten, dass ich eine Vorliebe für bestimmte Spieler hätte. Er schenkte den Gerüchten über meine angebliche Günstlingswirtschaft also Glauben. Ich sagte ihm deutlich, dass das nicht stimme. Vielleicht war die Sache mit der Günstlingswirtschaft auch nur eine Ausrede für Abramowitsch. Ich glaube, der Hauptgrund, weshalb er mich entließ, war die Art und Weise, wie ich mit dem Kader umging. Er entsprach nicht seinen Vorstellungen. Er fand, ich sei zu freundlich zu den Spielern und er war überzeugt, dass das auf Dauer nicht gut gehen könne. Trotz all meiner gegenteiligen Erfahrungen versuchte er mich immer wieder davon zu überzeugen, strenger, härter und rigoroser mit den Spielern umzuspringen. Ich hatte das schon früher gehört und ich habe es seitdem immer wieder gehört. Aber er hatte Unrecht. Sie alle haben Unrecht in diesem Punkt. Und ich werde meine Art sicher nicht ändern. Sie liegt in meinem Charakter begründet. In der Regel werde ich geholt, weil ich Ruhe in einen Verein bringen kann, indem ich eine gute Bindung zu den Spielern aufbaue. Das ist nun mal eine meiner größten Stärken. Irgendwann in einer späteren Phase ist man dann plötzlich nicht mehr einverstanden mit dieser Methode und das Verhältnis zu den Besitzern, nicht zu den Spielern, sondern nur zu den Bossen, beginnt sich zu verschlechtern. Man stellt mich ein, damit ich freundlich und ruhig mit den Spielern umgehe und sobald die ersten Schwierigkeiten auftreten, ist es genau diese Eigenschaft, die als Problem ausgemacht wird. Ich weiß, dass ich meine Erfolge meiner Ruhe und Gelassenheit verdanke. Wie kann dann der Misserfolg dieselben Gründe haben? Es ist ein Paradox. Aber bei Chelsea war ich irgendwann in diesem Widerspruch gefangen. Vielleicht ist das generell der natürliche Zyklus vieler Trainer, dass genau der Grund, aus dem man sie ursprünglich eingestellt hat, am Ende das Argument wird, mit dem man sie entlässt. Oder vielleicht ist das auch nur das Charakteristische an der Ancelotti-Kurve. Ich weiß, dass ich meinen Charakter nicht ändern kann. Also kann ich vermutlich auch meine Erfolgskurve nicht ändern. Das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, ich war sehr enttäuscht, Chelsea verlassen zu müssen. Das Projekt Paris Saint-Germain Dezember 2011 bis Sommer 2013 Paris Saint-Germain war von Qatar Sports Investments OSI unter dem Vorsitz von Nasser Al-Khalaifi erworben worden und sie suchten nach einem Trainer mit einem großen Namen, der das Team zu neuen Höhen führen sollte, insbesondere in der Champions League. Als Champions League-Gewinner werde ich in solchen Situationen immer auf der Liste stehen, aber das Plädoyer für mich wurde in Frankreich trotzdem weithin mit Befremden aufgenommen, da Paris Saint-Germain damals Spitzenreiter der Ligue 1 war. Paris Saint-Germain befragte mich nicht zu meinem Trainingsstil, meiner Philosophie oder meinen Wünschen bezüglich meiner Mitarbeiter, wie Mike Ford es bei Chelsea getan hatte. Das mag daran gelegen haben, dass der Sportdirektor dort ein Freund aus Milan-Zeiten war, Leonardo. Leonardo Nascimento der Araujo. Paris Saint-Germain sollte eine neue Herausforderung für mich werden. Sie hatten die Vision, binnen zwei oder drei Jahren eines der besten Teams in Europa zu werden und es war mein Job, das Projekt zu leiten und das gesteckte Ziel zu erreichen. Ich kam im Dezember 2011 zu dem Club, mitten in der laufenden Saison. Zu diesem Zeitpunkt ist es in der Regel schwierig, eine Beziehung zu den Spielern und Mitarbeitern aufzubauen. Die Saisonvorbereitung ist dafür ideal, weil man dann ohne Wettbewerbsdruck herausfinden kann, wie man am besten zusammenarbeitet. Für die Klärung bestimmter Fragen braucht man Zeit. Wie ist die aktuelle Lage im Verein und welche Hindernisse müssen überwunden werden, um sie zu verbessern? Man kann sich fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, mitten in der Saison, mitten in einem Geschäftsjahr in ein Unternehmen einzusteigen. Konnte das gut gehen mit mir und Paris? Ich erkannte sehr schnell, dass der Club nicht gut organisiert war, sodass ich eigene Leute dazu holen musste. Ich griff auf meine bewährte Arbeitsweise zurück und gewann erneut Paul Clement als meinen Assistenten, dazu einen Fitnesstrainer sowie die Theorieabteilung, die für die Analyse und die wissenschaftliche Begleitung unserer Arbeit zuständig war. Bei Chelsea hatte ich an den entscheidenden Stellen bereits fähige Experten vorgefunden, aber bei PSG musste ich mich der Herausforderung stellen und mir meinen Trainerstab selbst aufbauen. Aber es war nicht nur der Trainerstab, der erst einmal organisiert werden musste. Der Club war ganz anders als Milan, Chelsea und Real Madrid, wo alles strukturiert und gut organisiert war. PSG ähnelte eher den kleineren Clubs, bei denen ich meine Trainerkarriere begonnen hatte, als einem Verein mit der Ambition, ein globaler Superclub zu werden. Ein Beispiel. Während der Reise zu einem Auswärtsspiel fragte uns der Teammanager, was wir am Samstagabend nach dem Spiel essen wollten. Wollen Sie Lachs oder Hähnchen? Wie bitte? Sie fragen mich das am Donnerstag? Warum ist das nicht längst geregelt? Der Verein hatte nicht mal ein Restaurant. Die Spieler trafen eine halbe Stunde vor dem Training auf dem Gelände ein und fuhren danach sofort wieder weg. Ich musste also erst einmal die Bedingungen und die Organisation schaffen, die es braucht, um die Siegermentalität aufzubauen, die alle großen Clubs auszeichnet. Die Spieler sollten, wie in der Vergangenheit zum Beispiel jene von Milan, begreifen, dass sie Teil eines großen Clubs waren. Aber ich musste diesen Prozess sehr langsam, sehr behutsam angehen. Ich sprach mit den Spielern darüber, was wir tun würden und mit jedem Tag verbesserten wir in kleinen Schritten die Kultur des Vereins. Wir richteten auf dem Trainingsgelände ein kleines Restaurant ein, wo die Spieler frühstücken und nach dem Training zum Mittag essen konnten und durch die gemeinsam verbrachte Zeit einen besseren Teamgeist entwickelten. Nichts davon zwangen wir irgendjemandem auf. Wir organisierten einfach eine einladende Atmosphäre, die dafür sorgte, dass die Spieler dableiben wollten. Wie erwähnt war PSG Tabellenführer gewesen, als man mich geholt hatte. Am Saisonende waren wir nur Zweiter. So etwas genügt manchmal, um den neuen Trainer gleich wieder zu feuern. Dass dies nicht geschah, nahm ich als sehr ermutigendes Zeichen dafür, dass alle im Club auf das Projekt fokussiert waren und begriffen hatten, dass es Zeit brauchen würde. Man musste jetzt neue Spieler kaufen, einen Kader aufbauen und dann im nächsten Jahr die Meisterschaft holen und vielleicht das Viertelfinale der Champions League erreichen. Es war unerlässlich, dass ich das Team in meiner ersten kompletten Saison besser machte und danach jedes Jahr weiter optimierte. Offenbar war man bereit, die dafür notwendige Geduld aufzubringen und mir die Zeit dafür einzuräumen. Nach und nach holten wir Spieler mit der richtigen Mentalität dazu. Im Sommer nahmen wir Zlatan Ibrahimovic und Thiago Silva unter Vertrag, beides Top-Spieler und höchst professionell. Sie waren Vorbilder für die anderen. Manchmal sind es die Spieler, die die Führung übernehmen müssen, nicht der Trainer, und Silva und Ibrahimovic wurden sofort die Wortführer. Genau deshalb hatte ich sie gewollt. Insbesondere mit Ibrahimovic führte ich lange Einzelgespräche. Ich erklärte ihm die Situation des Klubs und wie wichtig er für die Mannschaft sein könne. Du kannst ein Vorbild für alle anderen sein, sagte ich. Du hast die Erfahrung, die Fähigkeiten und die Persönlichkeit. Du hast Charakter und kannst ein fantastischer Lieder sein. Mag sein, dass Zlatan nicht besonders diplomatisch ist, aber er ist ein Siegertyp. Wenn ich überhaupt Probleme mit ihm hatte, dann auf dem Trainingsplatz, wegen seines Ehrgeizes und seiner Professionalität. Selbst in Trainingsspielen wollte er nicht verlieren, niemals. Er kämpft immer, immer zu 100%. Er kennt nur einen Weg, den direkten. Wenn ihm etwas nicht passt, sagte er es dir. Mit den jungen Spielern konnte er manchmal zu streng sein, also sagte ich ihm, dass er sich um sie kümmern müsse, weil er ein Vorbild für sie sei. Ich erklärte ihm, dass ein bisschen Fingerspitzengefühl manchmal helfe und es nicht immer effektiv sei, die jungen Spieler anzubrüllen. Fingerspitzengefühl ist nicht Ibras stärkste Seite. Während eines Trainings war Ibra der Meinung, einer der jungen Spieler habe sich nicht genug angestrengt. Am Ende des Trainings rief Ibra diesen Burschen zu sich und sagte ihm, also, du gehst jetzt nach Hause und schreibst in dein Tagebuch, dass du heute mit Zlatan trainiert hast, denn ich denke, es könnte das letzte Mal für dich gewesen sein. Er scheute sich nie davor, jemandem die Wahrheit zu sagen, auch mir nicht. Einmal sprachen wir über Hernan Crespo, der meiner Meinung nach ein herausragender Stürmer war. Als sich Ibra fragte, was er dächte, sagte er, ja, er ist ein Stürmer, aber er ist kein Spieler, der den Unterschied machen kann. Von denen gibt es nur drei, Ibrahimovic, Messi und Ronaldo. So groß ist sein Selbstbewusstsein und zwar zu Recht. Ibra ist einer der wenigen Stürmer, vielleicht der Einzige, der genauso zufrieden ist, wenn er ein Tor vorbereitet hat, wie nach einem eigenen Treffer. Er ist einer der uneigennützigsten Spieler, die mir je begegnet sind, was von unschätzbarem Wert für das Team ist. Mit den vielen Neuzugängen vom Sommer 2012 brauchte es Zeit, bis alle sich aneinander gewöhnt hatten und in ihre Rollen hineingewachsen waren, sodass die Mannschaft selbst im Dezember noch nicht in der richtigen Form war. Dessen ungeachtet lagen wir in der Ligue 1 auf einem guten zweiten Platz und wir hatten uns bereits nach fünf der sechs Vorrundenspiele die Teilnahme an der K.O.-Phase der Champions League gesichert. Dann verloren wir ein Spiel gegen Nizza. Drei Tage später sollten wir zum letzten Gruppenspiel in der Champions League antreten. Plötzlich kreuzte der Präsident Nasser Al-Kalefi zusammen mit Leonardo auf, um mir gewinnen werden sie entlassen. Wir hatten uns bereits fürs Achtelfinale qualifiziert. Warum also diese Botschaft zu diesem Zeitpunkt? Am Tag vor dem Match kamen sie noch einmal und beide sagten mir sie gewinnen morgen oder sie fliegen raus. Als ich fragte warum erwiderten sie weil wir nicht zufrieden sind. Wir verfolgen das Projekt nicht nur das Ergebnis und wir sind nicht zufrieden. Wir haben beschlossen dass sie entlassen werden wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen. Ich fragte sie welchen Zweck sie damit verfolgten einem Trainer anzukündigen dass er unter bestimmten Umständen rausgeworfen werde. Was denn sei wenn ich das Spiel gewinne und was ihnen ein Trainer nütze der wisse dass er das Vertrauen des Präsidenten und des Sportdirektors verloren habe. Wir gewannen das Spiel. Wir spielten gut schlugen Porto 2 zu 1 und ich wurde nicht entlassen. Aber für mich hatte sich alles verändert. Ich hatte nicht mehr das Vertrauen des Klubs was meine Position unhaltbar machte vor allem bei einem langfristigen Projekt wie Paris. Also teilte ich Leonardo mit dass ich am Ende der Saison gehen werde. Ich hatte ihn für meinen Freund gehalten aber er lieferte mir keinerlei Erklärung für den merkwürdigen Auftritt gemeinsam mit dem Präsidenten. Freund oder nicht Freund so sollte man niemanden behandeln in keiner Branche. Wenn sie Leute entlassen müssen dann tun sie es aber erzählen sie ihnen nicht sie würden sie entlassen falls sie verlieren oder ihre Arbeit nicht ordentlich erledigen. Wenn ich meine Arbeit nicht ordentlich erledige dann soll man mich einfach feuern aber mir nicht bescheuerte Ultimaten stellen. Sie sind der Chef also haben sie das Recht zu feuern wen sie wollen aber seien sie einfach ein Mann. Bei Juventus war es das andere extrem gewesen. Dort hatte ich einen neuen Vertrag unterzeichnet aber als wir die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz beendeten war der Klub nicht zufrieden man ließ mich antanzen und sagte mir wir müssen den Trainer wechseln bis zu diesem Tag hatte man mir den Eindruck vermittelt ich sei der beste Trainer der Welt und jetzt entließ man mich okay kein Problem aber sagt mir so etwas nicht während der Saison ich bin mir nicht sicher ob meine Auffassung mit der in Personalabteilungen vorherrschenden Denkweise Konform geht aber ich will ehrlich sein ich würde es immer vorziehen dass mein Rausschmiss nicht auf Raten geschieht ich habe gelernt dass es beim rausgeworfen werden und eigentlich auch beim angeworben werden selten nur um einen selbst geht es dreht sich immer um denjenigen der einen anheuert oder feuert machen sie also ihre Arbeit so gut sie können und überlassen sie es anderen sie zu beurteilen sie tun es sowieso wegen des guten verhältnisses das sich zu den spielern aufgebaut hatte war ich sehr traurig dass ich gehen musste aber es war für mich unmöglich geworden zu bleiben eine weitere kurve hatte sich ihrem ende zu geneigt was enttäuschend war und überraschend kam ich war davon ausgegangen in ein langfristiges projekt eine aufregende neue herausforderung die königlichen große erwartungen real madrid sommer 2013 bis sommer 2015 es war ein durchaus annehmbarer einstand in meiner ersten saison bei real madrid lieferte ich dem club präsidenten florentino peres den heiligen graal la décima den ersehnten zehnten titel im europapokal der landesmeister beziehungsweise seit der saison 92 93 der champions league es gelang mir den rekordtransfer gareth bale so einzubinden dass seine rolle das team stärkte und cristiano ronaldo ergänzte ich wachte darüber dass angel di maria seine form wiederfand und ich erweckte luka modric wieder zum leben und machte ihn wahrscheinlich zum nach ronaldo wichtigsten spieler als die zweite saison begann schien alles nur noch besser zu werden wir hatten eine beispiellose serie von 22 siegen nur um dann durch verletzungen und interne querellen so aus dem tritt gebracht zu werden dass wir am ende gar nichts gewannen und nur zwölf monate nachdem ich im ersten anlauf die champions league gewonnen hatte zahlte ich den preis mit meinem job wie vito corleone in einem meiner lieblingsfilme der pate gesagt hätte nimm's nicht persönlich es geht nur ums geschäft zwei jahre zuvor war ich traurig gewesen weil ich paris saint germain verlassen musste nachdem wir die französische meisterschaft gewonnen hatten aber ich wusste zugleich dass ich unterwegs war zu einer der begehrtesten und heikelsten herausforderungen für eine führungskraft im weltfußball zu real madrid florentino perres hatte aus seiner bewunderung für mich nie ein hehl gemacht und war früher schon zweimal an mich herangetreten um mich zum real trainer zu machen jetzt war ich also hier und in seiner begrüßung beschwor er die beruhigende anwesenheit eines friedensstifters durch meine berufung wollte er die verwerfungen glätten er sagte mir viele freundliche worte aber ich wusste auch dass derselbe perres während seiner beiden amtszeiten als präsident für die einstellung und entlassung von neun trainern in zwölf jahren verantwortlich war ich hielt von anfang an die augen offen das bringt der job so mit sich madrid ist kein club bei dem man wurzeln schlagen sollte das ging unmissverständlich hervor aus perres erklärungen nach meinem rauswurf real ist selbst nach den verrückten maßstäben des fußballs eine klasse für sich die zeit um sich anzupassen die schon zeit und die zeit für nachhaltigen erfolg sind noch komprimierter als sonst im spitzen fußball als er mich entließ sagte perres carlo ist teil unserer geschichte weil er für uns la décima gewonnen hat aber die ansprüche sind hier sehr hoch und wir müssen real madrid neue impulse geben die es uns ermöglichen das niveau zu erreichen auf dem wir sein wollen es war eine sehr schwierige entscheidung die ansprüche in diesem klub sind die allerhöchsten weil madrid immer das tafelsilber gewinnen will seine worte waren auch am schluss freundlich als er hinzufügte dass die zuneigung welche die spieler und die fans für carlo empfinden dieselbe ist die auch ich für ihn hege nur zwei tage vor perres bekannt gabe hatte cristiano ronaldo getwittert toller coach und erstaunlich enge beziehungen die ancelotti zu den spielern aufgebaut hat ich hoffe wir arbeiten nächste saison zusammen andere spieler waren dem beispiel gefolgt ich freute mich dass es mir gelungen war positive bindungen zu den spielern zu knüpfen was für mich immer ein wichtiges ziel ist das verhältnis zu meinem mitarbeiter starb meinen spielern zum geschäftsführer und natürlich zum präsidenten ist elementar als ich in madrid anfing nach murenius abgang war es die wichtigste aufgabe ruhe in die mannschaft zu bringen viele spieler waren verunsichert vor allem musste ich schnell beziehungen zu den älteren spielern aufbauen für mich ist wichtig gleich zu beginn die team leader und die unterschiedlichen arten von führungsspielern zu identifizieren damit ich gut mit ihnen zusammen arbeiten kann bei real waren sie bereits etabliert ramos ronaldo und pepe ronaldo ist technik nenne er führt durch sein beispiel er redet nicht viel ist aber ernsthaft sehr professionell und achtet auf sich er ist ein guter junge ramos ist was ich einen leader qua persönlichkeit nenne ein charakterstarker führungsspieler der niemals angst hat sich nie sorgen macht und einfach immer positiv denkt pepe ist ein fantastischer absolut verlässlicher spieler seine energie und sein schwung sind ansteckend iker casillas war ebenfalls wichtig weil er immer schon als junge und als mann ein madridista war er und die fans glaubten dass er schlecht behandelt worden sei und es war wichtig dass er nicht außerhalb der mannschaft stand an diesen vier führungsspielern sollten die anderen sich orientieren und aufrichten ich erinnere mich beispielsweise an einen kleinen vorfall mit fabio contrao der sich einmal beschwerte dass ein anderer spieler sich nicht genug anstrenge ich fragte ihn mit wem vergleichst du dich mit dem spieler der sich nicht anstrengt oder mit den 16 die es tun er wusste sofort was ich meinte man muss sich die führungsspieler zum vorbild nehmen weil sie diejenigen sind die Madrid ist ein gigantischer Club mit großer Geschichte und Tradition bei Paris Saint Germain war ich vielleicht der wichtigste Teil des Projekts gewesen weil ich die Erfahrung besaß die sonst niemand hatte aber bei Real Madrid ist man immer nur ein Teil des Projektes weil jeder hier bereits weiß wozu er da ist und was von ihm erwartet wird alle vom Zeugwart bis zum Präsidenten sind imstande auf höchstem Niveau zu arbeiten Real Madrid ist wie der AC Mailand der Club den ich davor mein Zuhause nannte abgesehen vom Umgang mit dem Trainer den Madrid häufiger wechselt All 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 die Anderen der Zeugwart der Physiotherapeut sind über einen sehr langen Zeitraum mehr oder weniger dieselben wie eine Familie die zusammen arbeitet Im Betreuerstab herrschte also Kontinuität was gut für mich war Ich musste mich nicht darum kümmern sondern konnte zu den Spielern sagen konzentrieren wir uns einfach darauf besser zu werden Bei Real Madrid wird es nicht akzeptiert wenn eine Saison endet ohne dass der oder die Titel gewonnen worden wären die der Präsident den Fans und den Medien versprochen hat In meiner ersten Saison hatte er La Decima versprochen die wir lieferten Dazu gewannen wir noch die Copa del Rey Aber ich wusste dass den Präsidenten eigentlich nur die Champions League interessierte Sie war für jeden im Club zur Obsession geworden Sie hatten den Special One angeheuert um La Decima zu holen und selbst jemand so Spezielles war an der Aufgabe gescheitert Vor meiner Ankunft hatte die Mannschaft einen defensiveren Stil gepflegt als dem Präsidenten sympathisch gewesen war Natürlich ließ man mir freie Hand die künftige Spielweise zu bestimmen aber man machte mir zugleich deutlich dass wir offensiver spielen sollten Zum Glück hatte ich Erfahrung darin mit den Wünschen eines Präsidenten zurechtzukommen und jede Führungskraft muss sich nun mal mit den besonderen Anforderungen ihrer Position arrangieren Für Für mich funktionierte es gut Die Mannschaft war motivierter denn wenn man die Spielweise ändert hören die Spieler zu Sie konzentrieren sich und strengen sich im Training mehr an Aus demselben Grund veränderte ich viele Trainingseinheiten und wechselte sie regelmäßig Ich wollte nicht ständig dieselben Übungen machen weil das Ganze dann schnell eintönig wird Es lief von Anfang an gut Aber wir mussten natürlich trotzdem entscheiden worauf wir unsere Bemühungen konzentrieren sollten Sollten wir uns auf die Champions League fokussieren oder auf die spanische Liga Wann sollten wir Spieler schonen Wir gewannen die Champions League und machten aus der langjährigen Obsession des Klubs eine Realität Aber sofort begann der Druck für die nächste Saison Ein Klub wie Madrid steht niemals still Natürlich wollten wir wieder die Champions League gewinnen aber wir konnten auch nicht zulassen dass Barcelona oder Atletico Madrid uns in der Liga am Ende wieder abhängten Ich werde oft gefragt ob ich die zweite Saison als gescheitert betrachte weil wir keine Titel gewannen und ich gefeuert wurde Ich sage nein Alles lief gut Wir hatten 22 aufeinander folgende Spiele gewonnen und dann bekamen wir zwei Riesenprobleme Das erste waren Statistiken die enthüllten dass unsere Spieler verglichen mit anderen europäischen Spitzenmannschaften nicht hart genug arbeiteten Sie beruhten auf einer Analyse der UEFA Sie zeigte dass Real Madrid weniger Trainingszeit aufwendete als andere europäische Spitzenteams um sich auf Spiele vorzubereiten Die unausgesprochene Konsequenz daraus lautete dass wir unser Arbeitspensum im Training erhöhen sollten Die Zahlen waren falsch wie sie später zeigen sollte aber sie wurden just in dem Moment veröffentlicht in dem unsere Siegesserie endete Ich suche nach einem Misserfolg in der Regel nach einer Lösung statt nach einem Schuldigen dem ich die Verantwortung zuschieben kann Aber viele Menschen im Fußball Business bevorzugen einfache monokausale Erklärungen für eine Niederlage anstatt etwas gelassener darüber nachzudenken Der Verein griff die scheinbare Erklärung jedenfalls umgehend auf und verlangte dass wir härter verarbeiteten Aber das war falsch In Wirklichkeit musste ich den Spielern um ihre Konzentrationsfähigkeit hochzuhalten mehr Ruhe gönnen und den Druck nicht noch erhöhen Wir litten seit etwa einem Monat unter Verletzungen und Erschöpfung Das war der entscheidende Grund aus dem wir die Meisterschaft verpassten Wir verloren in dieser Zeit gegen Barcelona und zwischen Februar und März 2015 waren fünf meiner Schlüsselspieler verletzt Sergio Ramos James Rodriguez Pepe Luka Modric und Karim Benzema Besonders zu schaffen machten uns die Verletzungen von Modric und Benzema weil wir für ihre sehr speziellen Rollen und Begabungen keinen adäquaten Ersatz hatten Obwohl wir von unseren letzten zehn Ligaspielen wieder neun gewannen war es zu spät Die spanische Meisterschaft hatten wir bereits davor verloren Der Umgang mit den medizinischen Daten war ein deutliches Signal dass das Vertrauen des Clubs in meine Befähigung für den Job gesunken war Man traute den Zahlen mehr als mir Etwa um diese Zeit tauchte das zweite Problem auf An einem Vormittag im März erhielt ich einen Anruf vom Geschäftsführer der mir sagte dass der Präsident mich heute am Ende des Trainings sprechen wolle Das war sehr ungewöhnlich Als ich mir mit dass Gareth Bales Berater in seinem Büro gewesen sei um über die Situation zu sprechen über die Bale Situation Ich hatte Bale Anfang des Jahres am 4. Januar in dem Match ausgewechselt das unsere Siegesserie beendete und der Präsident hatte diese Maßnahme angeblich mit den Sätzen kommentiert wer Bale rausnimmt greift mich an und später einmal hat er Ancelotti ihn Bale rausgenommen und ich habe ihm Vorwürfe gemacht deswegen aber Carlo hat es nicht verstanden seitdem hat er mein Vertrauen verloren Bereits im Januar hatte Bales Berater mir Vorhaltungen gemacht und sich anscheinend recht stark gefühlt dabei weil er offenbar schon einmal mit dem Präsidenten gesprochen hatte jetzt hatte er dem Präsidenten erzählt dass Bale unglücklich sei auf seiner Position er wolle zentraler spielen der Präsident fragte mich was wir tun würden und ich sagte ihm nichts in dieser Phase der Saison sei es unmöglich seine Position zu verändern weil ich dann das ganze Spielsystem hätte umstellen und noch viel mehr Spieler hätte hin und her schieben müssen außerdem sagte ich dem Präsidenten ich sei überrascht dass der Spieler nicht direkt mit mir spreche ich würde Bale im Training ansprechen ich versuche es generell zu vermeiden mit Beratern zu sprechen später in der Saison sagte ich als Reaktion auf weitere Kommentare von Bales Berater dass es manchmal gut wäre wenn Agenten einfach mal die Klappe hielten am nächsten Tag nach dem Training sprach ich Bale an Ihr Berater hat mit dem Präsidenten gesprochen warum sind sie nicht zu mir gekommen und mit mir darüber zu sprechen was sie wollen er erwiderte ja okay kein Problem ich erklärte ihm was ich schon dem Präsidenten gesagt hatte dass ich unmöglich das System ändern könne da es nicht nur eine Position betreffe sondern das ganze Team ich redete Klartext mit ihm ich sagte ihm dass wir im Sommer in der Saisonvorbereitung für das nächste Jahr ein paar Sachen ausprobieren könnten um seine Position zu ändern aber nicht jetzt es war nicht sinnvoll wir hatten eine taktische Aufstellung gefunden die funktionierte und in der er eine großartige erste Saison gespielt hatte meiner Ansicht nach war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt die taktische Aufstellung zu ändern die Flügelspieler ständig die Seiten tauschen zu lassen das Spiel zu verlagern war entscheidend für unseren Stil immer wenn man mit zwei Flügelstürmern spielt so wie wir mit Ronaldo und Bale ist das wichtigste dass sie in der Lage sind die Seiten zu tauschen so schnell sie können manchmal glauben Spieler die aufgrund bestimmter Fähigkeiten auf dem höchsten Niveau angekommen sind dass sie Dinge anders machen müssten sie wollen experimentieren um zu versuchen noch besser zu werden dabei vergessen sie manchmal das was es ihnen überhaupt erst ermöglicht hat das höchste Niveau zu erreichen einer meiner Spieler beispielsweise war kräftig physisch stark er konnte hundertmal sprinten ohne müde zu werden bei ihm drehte sich alles um Kraft und Tempo genau das verhalf ihm auch zum Gewinn des Ballon d'Or aber dann überlegte er sich irgendwann dass seine Talente eigentlich ganz woanders lägen und er hörte auf so hart zu arbeiten hörte auf so schnell zu rennen alles Dinge die ihn groß gemacht hatten das beeinflusste seine Karriere nicht zum positiven er ist auch heute noch ein enger Freund von mir deshalb darf ich das ein Trainer muss mit den Spielern daran arbeiten dass sie sich über ihre Entwicklung und über die Fähigkeiten im Klaren sind die sie zu großen Spielern machen das Verhältnis zum Präsidenten war jedenfalls von diesem Zeitpunkt an nicht mehr dasselbe eigentlich hatte man am Ende der Saison bei allem ein positives Gefühl obwohl wir nichts gewonnen hatten wir hatten das Halbfinale der Champions League erreicht wir hatten Rekorde gebrochen und mein Draht zu den Spielern war bestens die neuen Spieler wurden integriert die verletzten erholten sich nach und nach ich war sehr zuversichtlich dass wir in einer ausgezeichneten Position als Herausforderer für alle Wettbewerbe der nächsten Saison waren und dass es allenfalls einiger kleiner Änderungen bedurfte aber der Präsident hatte sich wohl schon entschieden die Anzeichen für das Ende waren bei Madrid die gleichen wie bei Chelsea plötzlich spricht niemand mehr über die Zukunft und es werden keine Pläne mehr gemacht jedenfalls nicht mit dir es ist ein anderes Gefühl wie man heute weiß sollte es für mich keine nächste Saison bar real geben als die Nachricht kam dass meine Zeit im Bernabeu zu Ende sei hatte ich trotz meiner Zuversicht für die kommende Saison schon seit einigen Wochen damit gerechnet es war nicht das erste Mal dass ich gefeuert wurde und es wird vermutlich nicht das letzte Mal gewesen sein entlassen zu werden oder einen Verein zu verlassen gehört zu diesem Job und als Trainer weiß man von Anfang an dass das eine Realität ist der schwierigste Aspekt am Abschied von einem Verein das gilt für Madrid wie für jeden anderen Klub betrifft das Verhältnis das man zu seinen Spielern aufgebaut hat und die man hinter sich lässt Allerdings bleibe ich meinen Spielern immer freundschaftlich verbunden und unsere Beziehungen sind gewöhnlich von Dauer Meine Zeit war kürzer als ich gehofft hatte aber auch länger als bei vielen anderen die das Team trainiert haben Es ist schwer zu sagen ob die Dinge anders hätten laufen können man verlangte von mir meine Spieler härter zu trainieren dem stimmte ich jedoch nicht zu und hielt an meinen Trainingsplänen fest Zum Führen gehört es manchmal dazu Kompromisse zu schließen vor allem in den ganz großen Vereinen Dies gilt allerdings nicht wenn es um die eigene Expertise und Überzeugung geht Aber auch wenn ich in der gesamten Karriere zu sein Die ruhige Philosophie Erfolgskurven Die Erfolgskurve ist möglicherweise persönlich geprägt und nicht allgemeingültig Dies sollten Sie bei der Entscheidung berücksichtigen ob Sie eine Stelle annehmen oder ablehnen Der Übergang vom Mitglied der Belegschaft zur Führungskraft ist komplizierter als Sie möglicherweise denken Für wie unbedeutend Sie Ihre Taten und Worte auch halten mögen Ihre Mitarbeiter sehen in Ihnen denjenigen dessen Wirken viele Aspekte Ihres Lebens prägt Nehmen Sie diese Verantwortung ernst Kümmern Sie sich um die Leute und missbrauchen Sie Ihre Macht nicht Die Zwänge bei der Leitung einer Organisation liegen nicht immer offen zu Tage Noch einmal Bevor Sie sich für eine neue Rolle entscheiden müssen Sie die Umstände sorgfältig prüfen Sich später zu beklagen man sei über den Tisch gezogen worden wenn man vorher seine Hausaufgaben nicht gemacht hat kommt nie gut an Manchmal erschöpft sich eine Beziehung einfach dann ist es Zeit etwas Neues anzufangen Mitarbeiter müssen ihnen furchtlos die Wahrheit sagen können ein solches Klima zu schaffen ist zu ihrem eigenen Nutzen und es ist kein nice to have sondern unerlässlich suchen Sie nach Lösungen statt nach Schuldigen Sie bekommen eine sehr kurze Schonzeit wenn Sie eine neue Stelle antreten machen Sie was draus Respekt ist alles Cristiano Ronaldo über Ancelotti Auf mich hatte Carlo immer so tough und unnahbar gewirkt Auf allen Fotos die ich von ihm gesehen hatte sieht er aus wie ein harter Bursche Deshalb war ich ziemlich überrascht als ich ihm zum ersten Mal begegnete Ich hatte nicht erwartet dass er so ein netter Kerl ist Er erzählte mir von seinen Plänen was er wollte was er von mir hielt und er sorgte dafür dass ich mich wohl fühlte Während der folgenden Tage zeigte er nach und nach seine Persönlichkeit und ich verstand allmählich warum alle in den höchsten Tönen von ihm sprechen Es ist die Art wie er arbeitet die Art wie er als Mensch ist nicht bloß mit so normal nicht ist Er behandelt jeden als Ebenbürtigen Er weist nie jemanden ab nur weil er oder sie nicht mit ihm auf einer Stufe steht und er hört immer zu Schwächen die hat natürlich jeder aber er ist so ein bescheidener Mensch dass das eine wirklich schwierige Frage ist Die einzige Schwäche die mir einfällt ist auch eine seiner großen Stärken Er ist so nett die ganze Zeit und er regt sich nie länger als eine Minute auf er kann einem eindringlich klar machen womit er nicht zufrieden ist aber dann ist der Fall erledigt das kann eine Schwäche sein denn wenn man zu nett ist könnten die Leute irgendwann denken sie können einen ausnutzen aber es ist eine positive Schwäche wenn sie wissen was ich meine und ich halte ihn ganz bestimmt nicht für schwach das ist gut weil es ehrlich ist mit ehrlichen Menschen zu arbeiten nicht nur in meinem Job sondern in jedem Job ist sehr wichtig es ist schwer ehrliche ernsthafte und sensible Menschen zu finden Carlo zeigt der Welt gern eine raue Schale aber er ist einer der besten und wichtigsten Menschen die mir in meiner ganzen Zeit im Fußball begegnet sind Carlo gibt einem das Gefühl man werde Teil seiner Familie mir gefällt die Vorstellung dass Carlo und ich ein paar Eigenschaften gemeinsam haben ich sehe etwas von ihm in mir ich glaube dass auch ich ein sensibler Mensch bin nach außen hin gebe ich mich manchmal abweisend oder sogar arrogant aber bei den Menschen die ich liebe und gegenüber denen die mit mir arbeiten bin ich ganz anders Carlo hat mir sehr viel geholfen und ich wünschte er wäre länger bei Real Madrid geblieben ich hoffe eines Tages wieder mit ihm zu arbeiten jemand hat zu mir gesagt wirst du Deutsch lernen ich sage Toni Kroos hat mir ein paar Worte beigebracht aber wenn ich eines Tages mehr Deutsch lernen muss dann werde ich lernen ich habe Carlo nur ein paar Mal wütend erlebt wenn er die Beherrschung verliert schreit und brüllt er in der Sprache herum die ihm gerade in den Sinn kommt und eine Minute danach hört er dann auf atmet durch und geht raus dann kommt er zurück raucht eine Zigarette und ist die Ruhe selbst alles ist wieder in Ordnung seine Fähigkeit sich sehr schnell wieder zu beruhigen ist wichtig er weiß wie er mit Leuten reden und mit den schwierigen Momenten umgehen muss selbst wenn man ein Spiel verloren hatte sagt er ein Spiel verloren so war er zu uns und auch zu den Angestellten was das Umfeld hier in Madrid so sensationell machte für mich war die Atmosphäre die er schuf eine seiner genialsten Leistungen wenn man sich die zwei Jahre unter ihm anschaut und was wir gewonnen haben die Champions League die Copa del Rey dann kann man sehen wie wichtig Carlo für Real Madrid und für die Spieler Medien um zu sagen wie viel er uns allen bedeutete er ist ein unglaublicher Mensch die Atmosphäre war auch deshalb so gut weil er die Mannschaft abschirmte gegen den Präsidenten und gegen alles was das Gleichgewicht der Familie sonst noch hätte stören können das habe ich mit eigenen Augen gesehen die Leute können sagen was sie wollen aber ich habe erlebt dass er sich dem Druck von niemandem beugt er trifft seine eigenen Entscheidungen manchmal gute manchmal schlechte wie es nun mal zum Trainerjob gehört genau deshalb mag ich ihn weil er frei und unabhängig ist seinen eigenen Kopf hat seine Entscheidungen trifft und dazu steht außerdem ist er klug sehr klug so wie er den Spielern zuhört er versteht die Spieler er war früher selbst einer also hat er die nötige Erfahrung er weiß wie er das optimale aus dem Team rausholt um Spiele und Titel zu gewinnen es ist kein Zufall dass wir fast alles gewonnen haben er hat den Plan und die Strategie wenn man nicht das Richtige tut gewinnt man gar nichts doch so sehr er den Spielern auch zuhörte am Ende traf er immer die Entscheidung die er für die richtige hielt wenn es nötig war umzustellen achtete er immer darauf dass die Statik des Teams möglichst wenig beeinträchtigt wurde er stellte niemals auf fünf Positionen um wenn er denselben Effekt mit nur einer Umstellung erzielen konnte obwohl er alle Spieler mit demselben Respekt behandelt ist ihm auch klar dass er wie in jeder Sportart oder in jedem Job die besonderen Spieler zwar nicht anders aber doch mit größerer Sorgfalt behandeln muss letztendlich ist es gut für das Team wenn die Spieler so effektiv wie möglich eingesetzt werden selbst wenn du vielleicht meinst dass du nicht die Kraft hast die ganzen 90 Minuten durchzuhalten oder wenn du denkst du kannst diesen Sprint jetzt nicht mehr anziehen für diesen Trainer musst du es einfach tun ich würde es immer für ihn tun weil er es verdient weil er sich immer um mich gekümmert hat die meisten meiner Mannschaftskameraden sehen das genauso die Spieler mögen ihn und sind bereit für ihn zu leiden ein Beispiel ist das Champions League Finale 2014 ich hatte mich einen Monat vor dem Spiel verletzt und Carlo sagte mir ein paar Mal Christiano sag mir einfach Bescheid wenn du dich nicht gut fühlst auch wenn das sehr hart für mich wäre denn selbst wenn also spielte ich ich spielte nicht umwerfend gut aber ich schoss ein Tor einen Elfmeter mein 17. Treffer in der damaligen Champions League Saison ein Rekord und wir gewannen den Titel ich brachte das Opfer für Carlo jeder Spieler sollte bescheiden sein und sich bewusst darüber sein dass er nicht alles weiß über Fußball ich will immer dazulernen und von jedem Trainer ein paar Hinweise mitnehmen ich bekomme einen Fingerzeig von diesem einen Fingerzeig von jenem weil sie Ahnung haben sie sind älter und haben die Erfahrung sie werden mir nicht beibringen wie man Fußball spielt oder wie man den Ball tritt aber wenn man clever ist kann man von jedem Trainer profitieren und viele Dinge lernen die meiner Meinung nach wichtig sind Carlo bringt selbst die besten Spieler weiter weil er sie ständig motiviert für ihn zu arbeiten mich motivierte er immer er nannte mich immer Bomber auf geht's Bomber heute wirst du ein Tor schießen du wirst für uns das Spiel gewinnen selbst wenn ich in der ersten Hälfte kein Tor gemacht hatte redete er zur Halbzeit in der Kabine mit mir du wirst ein Tor schießen sagte er jedes mal du spielst unglaublich er gab mir immer selbst vertrauen die ganze Zeit und für mich ist das wichtigste dass er sich um mich kümmerte er würde sich immer um mich kümmern wegen dieser eigenschaften will ihn jeder klub er ist ein ganz besonderer trainer journalisten fragen mich oft nach meinen trainern natürlich haben manche von ihnen gemeinsam carlo und sir alex ferguson zum beispiel sie sind sich sehr ähnlich beide schaffen sie eine familie als eltern sind sie unterschiedlich aber was den schutz der spieler und die entfaltung ihres talents angeht denken beide gleich für keinen von beiden war taktik die hauptsache selbst bei carlo wurde nicht so viel wert auf taktik gelegt obwohl er in italien gearbeitet hatte bevor er nach madrid kam dachten wir alle dass er als italiener starkes gewicht auf taktische trainingseinheiten legen würde aber das training mit carlo fing an und von taktik keine spur er sagte bei diesem team brauche ich nicht sehr viel taktik mit diesen spielern will ich tore schießen wenn du diese einstellung hast also auf angriff spielen willst verlagert sich das gewicht weg vom defensiv training natürlich musst du trotzdem gut organisiert sein aber du brauchst keine taktik in dem sinne wie taktik normalerweise eingesetzt wird wenn du beispielsweise eine kontermannschaft aufbaust so ist carlo nicht andere spieler haben mir erzählt dass er in anderen klubs hart an der taktik gearbeitet hat aber er hat erkannt dass das bei real madrid nicht nötig war vielleicht lag das daran dass er bei milan oder bei paris saint jamain nicht so erfahrene technisch versierte und ehrgeizige spieler zur verfügung hatte wie bei real madrid carlo ist sehr flexibel wenn er nicht so gute spieler gehabt hätte hätte er vielleicht auch bei real mehr zeit auf taktik verwandt ich denke ohnehin das wichtigste ist konzentration wenn du bei standards situationen tore zulässt dann ist das eine frage der konzentration nicht der taktik wenn ein typ schneller ist und höher springt als du dann hat das nichts mit taktik zu tun also es geht um konzentration und das wusste carlo sehr genau während carlo und ferguson sehr familienorientiert waren war jose murinho ein bisschen anders distanzierter carlo stand uns näher und kümmerte sich mehr um die spieler doch was diese drei trainer alle gemeinsam hatten war ihr enormes wissen über das spiel alle drei sind sehr klug und sie sind alle siegertypen so einfach ist das doch obwohl sie so viel wissen sind das entscheidende für sie die beziehungen die sie aufbauen jedem ist bewusst dass sie das beste aus den spielern nur herausholen können wenn sie ein sehr gutes verhältnis zu ihnen haben genau das ist das besondere an ihnen ich habe für die und mit den besten gespielt ich kann mich also glücklich schätzen wie gut ein typ ist erkennt man unweigerlich bei der arbeit auf dem trainingsplatz meiner meinung nach ist carlo da draußen einer der besten er hat einen sechsten sinn dafür wann spieler müde sind oder sich langweilen oder härter oder weniger hart arbeiten wollen als zizou benitez ablöste machte er das training nicht viel anders als carlo zizou wusste dass für ihn als spieler carlos einheiten unterhaltsam und lehrreich gewesen waren also wandte er ähnliche methoden an zizou ist ein cleverer bursche und er hat eine menge ideen aus seiner zeit als spieler wie auch als assistent von carlo übernommen und am wichtigsten er bemüht sich dieselbe stimmung herzustellen wie sie bei carlo herrschte carlo machte gern scherze zum beispiel über seine gelegentlichen ausraster oder auch christiano morgen wirst du dich ausruhen jeder weiß dass ich immer spielen will also regte ich mich auf und sagte wovon reden sie er sagte mir wieder ich müsste mich ausruhen und so ging das hin und her und dann sagte er morgen um drei musst du dich ausruhen aber wenn um vier das spiel anfängt darfst du spielen und dann lachte er sich kaputt carlo weiß wann es wegen seines wissens und seiner erfahrung findet er immer die richtige balance er ist ein intelligenter trainer weil er sich um dich kümmert und das beste für dich will teil 2 das kerngeschäft im jahr 1999 gab es im fortune eine titel story warum firmenchefs scheitern die simple antwort lautete weil sie die dinge nicht erledigt kriegen es werde betonte der artikel zu viel gewicht auf strategien und visionen und zu wenig auf die eigentliche arbeit gelegt erb keller von southwest airlines brachte dieses typische defizit auf den punkt strategie bombastisch die dinge erledigen fehlanzeige unsere strategie die dinge erledigen als lu gerstner bei ibm mit dem auftrag antrat das chaos zu ordnen das der scheidende firmenchef hinterlassen hatte erklärte er bekanntlich das letzte was ibm jetzt braucht ist eine vision gerstner entließ nur weniger aus dem bestehenden leitungsteam aber aber bezeichnender bezeichnender weise ersetzte er den personal chef gerstner begriff dass die erfolgreichen firmenchefs stets die jenigen sind die sich für die mitarbeiter interessieren der fortune artikel kommt zu dem schluss das motto erfolgreicher firmenchefs erst die menschen dann die strategie ich habe zehn jahre mit der erforschung von mitarbeiter motivation verbracht die ergebnisse wurden 2007 in dem buch the extra mile veröffentlicht das ich zusammen mit david mcloid schrieb wir stellten fest dass zwei dinge ausschlaggebend für den erfolg jedes unternehmens sind die konzentration darauf dass die dinge erledigt werden und die priorität des themas mitarbeiter nachdem wir das kerngeschäft des fußballs untersucht haben also das was tatsächlich auf dem platz passiert ist es erfrischend festzustellen dass carlo ancelotti mit seinem ruhigen führungsstil exakt die damaligen ergebnisse bestätigt er interessiert sich beharrlich für die menschen die er führt und setzt sich für sie ein wie keine andere branche verschleißt der fußball seine spitzenkräfte sowohl spieler als auch trainer dies zu verstehen und die würde aller beteiligten zu wahren ist ebenfalls ein wesens zug von angelotti als die spekulationen um seinen job bei real madrid ins kraut schossen wurde er nach seiner zukunft befragt er antwortete ich würde gern bleiben aber ich weiß nicht ob ich in der nächsten saison noch hier sein werde es ist nicht meine aufgabe mir eine note für dieses jahr zu geben das sollen andere tun ich weiß sehr gut wie die dinge im fußball laufen wenn der klub zufrieden ist kann ich weitermachen wenn nicht werden sie eine entscheidung treffen müssen der klub hat das recht den trainer zu wechseln wenn er nicht zufrieden ist diese erklärung war weder angeberei noch verschleierung sie war echt wahrscheinlich versteht ancelotti die kurzlebigkeit der engagements besser als viele andere in den gnadenlosen branchen die von talenten abhängig sind jene denen es zuwider ist den fußball als industrie zu betrachten sollten die worte von real general direktor jose angel sanchez beherzigen der sagt wir produzieren inhalte mit anderen worten real madrid und die übrigen behemoths des modernen sports sind kommerzielle unternehmen der unterhaltungsindustrie mit angegliederten sportvereinen geworden diese vorstellung wird von wichtigen akteuren sowohl im sport als auch im übrigen big business gestützt thomas j watson der gründer von ibm sagte einmal das geschäftsleben ist ein spiel das großartigste spiel der welt wenn man weiß wie es geht und clive woodward der bislang einzige trainer der mit dem englischen rugby team den weltmeister titel gewann das war 2003 drückte es so aus ein unternehmen und eine profimannschaft zum erfolg zu führen erfordert dieselben fähigkeiten der fußball ist eigentlich das urmodell aller modernen talentabhängigen industrien im folgenden teil unseres buchs denkt carlo über alle aspekte des kerngeschäfts nach von der unternehmenskultur und dem thema verantwortung tragen über den umgang mit hierarchien und die gestaltung des arbeitsum fels bis zur behandlung der stars der erschaffung des produkts und schließlich dem verständnis der analytischen und psychologischen instrumente die in zukunft den wettbewerb prägen werden über kultur die familie nichts ist so wichtig wie die familie antworten fußball ist so Formen davon. Da ist zum einen mein persönlicher Stab aus vertrauten Assistenten und Mitarbeitern, Menschen, mit denen ich im Laufe der Jahre zusammengearbeitet habe, in guten wie in schlechten Zeiten, denen ich vertraue und für die ich großen Respekt empfinde. Sie sind meine Fußballfamilie. Und über diese Menschen werde ich gleich sprechen. Und dann ist da noch der Verein als Familie. Als ich als Trainer zu Milan kam, war das für mich, als käme ich nach Hause. Obwohl es sich um eines der erfolgreichsten Profi-Teams der Welt handelt, ist der Klub organisiert wie eine Familie. In Milanello, dem Trainingsgelände, hat man sein eigenes Zimmer. Der Zeugwart und viele andere Mitarbeiter sind schon sehr lange da. Es gibt ein Restaurant. Und zwar nicht mit Selbstbedienung wie bei Chelsea und Real Madrid, sondern mit Kellnern, die an den Tisch kommen und dich als Freund ansprechen. Sie sind ebenfalls schon sehr lange da und die Atmosphäre ist sehr familiär und vertraut. Aus meiner Sicht ist eine solche Atmosphäre ein entscheidender Erfolgsfaktor im Fußball. Als ich bei Paris Saint-Germain begann, an der Organisation und der Struktur des Clubs zu arbeiten, war die Schaffung eines Restaurants, wie erwähnt, eine meiner ersten Maßnahmen. Aus meiner Zeit bei Milan wusste ich, wie wichtig es für den Zusammenhalt ist, dass die Spieler zusammen essen. Ich wollte die familiäre Atmosphäre, die ich von Milan her kannte, nach Paris bringen. Und gemeinsame Essenszeiten sind ein wichtiger Teil des Familienlebens. Vom Trainer bis zum Platzwart muss jeder Teil der Familie sein. Der Schlüssel zum Erfolg jeder Organisation und jedes Unternehmens liegt darin, die ganze Familie auf das gemeinsame Ziel einzuschwören. Das gilt selbstverständlich auch für die Spieler. Es ist nicht hilfreich, wenn es Abweichler gibt, die gegen den Geist der Familie arbeiten oder sich als nicht zugehörig betrachten. Und es ist meine Aufgabe, darauf zu achten, dass die Familienwerte, welche auch immer es sein mögen, akzeptiert und geachtet werden. Mich bei Milan wieder einzufinden war leicht für mich. Ich hatte hier große Erfolge als Spieler gefeiert und der Klub war mir natürlich bestens vertraut. Manchmal denke ich, dass das für Milan sogar ein Problem war, weil die Dankbarkeit für die gemeinsam errungenen Erfolge der Vergangenheit einem professionellen Umgang miteinander möglicherweise im Weg stand. Nicht jeder Klub pflegt eine solche Familienkultur. Bei Juventus fühlte ich mich, wie bereits erwähnt, als Angestellter einer Firma. In einem solchen Umfeld ist das Verhältnis der Angestellten zu ihren Vorgesetzten in der Regel förmlicher. Während meiner Zeit bei Juve hatten wir weder unser eigenes Trainingsgelände noch unsere eigenen Räumlichkeiten. Wir hatten kein eigenes Zuhause. Trotzdem schaue ich positiv auf meine Zeit dort zurück. Die Ergebnisse waren zwar nicht so wie gewünscht. Man kann die Resultate nicht selbst bestimmen. Aber das heißt nicht, dass mein Draht zur Mannschaft schlecht war. Die Dinge, die ich beeinflussen konnte, funktionierten. Mag sein, dass die Fans anderer Meinung sind. Aber auch das kann ich nicht steuern. Es ist wichtig, dass der Trainer kulturell zum Verein passt. Denn er muss die Vereinskultur verkörpern. Die Maßstäbe des Vereins aktiv vertreten und darauf achten, dass sie überall im Club eingehalten werden. Für Milan war ich diesbezüglich natürlich die Idealbesetzung. Aber zu Juventus passte ich nicht. Für jemanden wie mich ist das Familienmodell besser geeignet und es ist immer leichter, in einer Atmosphäre zu arbeiten, die der eigenen Persönlichkeit entgegenkommt. Der Business-Guru Peter Drucker sagte einmal, die Kultur verspeist die Strategie zum Frühstück. Und dem kann ich nur zustimmen. Zwar lassen sich auch ohne Einfühlungsvermögen in die Kultur eines Unternehmens Erfolge erzielen oder erzwingen, aber sie werden kaum je nachhaltig sein. Wohin ich auch gehe, ich bleibe mir immer treu. Je nachdem, welche Kultur bei meiner Ankunft in einem neuen Club herrscht, brauche ich wenig oder viel Zeit und Arbeit, um die Atmosphäre zu schaffen, die ich mir wünsche, um dort meine Familie zu gründen. Das ist eine entscheidende Voraussetzung für alles Weitere. Bei Chelsea etwa ging es eher zu wie in einer Firma. Das war meine Chance, dort eine Familie aufzubauen und mit der Unternehmenskultur auch die Motivation der Spieler zu verbessern. Wer eine Führungskraft einstellt, sollte stets genau wissen, welche Rolle sie übernehmen soll. Die vorhandene Kultur bewahren oder eine neue erschaffen? Sir Alex Ferguson wurde, soviel ich weiß, interessanterweise dafür eingestellt, eine Kultur wiederzubeleben, die bei Manchester United verblasst war. Nachdem er das geschafft hatte, verstetigte er seinen Erfolg, indem er diese Kultur permanent festigte und regelmäßig auf die Geschichte und Tradition des Vereins Bezug nahm. Natürlich kann ein Trainer seine Herangehensweise ändern, damit sie zu den Ansprüchen des Klubs passt. Aber es ist viel einfacher gleich, einen passenden Trainer zu suchen, als den falschen zu holen und der Kultur des Klubs anpassen zu wollen. Es sei denn, man will eine Veränderung der Kultur, etwa weil es Gründe gibt, die bisherige in Frage zu stellen. Wenn zum Beispiel ein großer Verein die Vormachtstellung seines größten Rivalen brechen will und glaubt, er erreicht dies mit einem Trainer, der bereits bei einem anderen Verein sehr erfolgreich war, aber kulturell vielleicht nicht unbedingt passt, wird er womöglich die kulturelle Anpassungsfähigkeit übersehen, da der Erfolg die oberste Priorität hat. Als der Klub mich anheuerte, wusste man, dass ich mich anpassen konnte. Aber vielleicht stand ich auch jenem Madrid näher, dass Florentino Perez wieder zum Leben erwecken wollte. Für ihn hatte das Galacticos-Konzept einer Mannschaft aus Superstars höchster Priorität. Und er setzte auf meine Fähigkeit, ein gutes Verhältnis zu den Spielern aufzubauen und mit den Ansprüchen der Superstars klarzukommen. Mit seiner Einschätzung lag er richtig. Das Problem ist jedoch, dass Vereine den neuen Anwärter nur selten mit der hinreichenden Sorgfalt auf den Zahn fühlen, um ihn richtig kennenzulernen. Ich glaube, dass Perez die richtige Entscheidung traf, als er mich einstellte, aber so ist das nicht immer im Fußball. In meiner Karriere gab es, wie erwähnt, nur einen einzigen Klub, außer Milan, wo man mich schon kannte, dessen Führungspersonen mich vorher gründlich befragten. Wie trainieren sie? Wie arbeiten sie mit den Spielern? Wie ist ihr Trainingsstil? Wie würden sie mit dieser oder jener Situation umgehen? Und das war Chelsea. Wir hatten sage und schreibe zehn solcher Besprechungen. Meiner Ansicht nach ist das der richtige Weg, um Entscheidungen auf diesem Level zu treffen. Aber es ist sicher nicht der Normalfall im Fußball. Aber in diesem Fall sollten sich alle Top-Vereine Chelsea als Beispiel nehmen. Leute wie Pep Guardiola und der ungarische Coach Bela Gutmann meinen ja, dass drei Jahre der natürliche Zyklus für einen Trainer sind. Und ich kann dies aufgrund meiner Erfahrungen nur bestätigen. Manchmal jedoch finden ein Verein, ein Trainer, die wichtigen Spieler und die Mitarbeiter zu einer perfekten Familie zusammen. Walery Lobanovski bei Dynamo Kiew, Sir Alex Ferguson bei Manchester United, Arsene Wenger bei Arsenal, ich bei Milan. In diesen Fällen kann die Beziehung sehr viel länger dauern als die drei Jahre. Der Trainer hat eine Heimat gefunden und der Klub hat jemanden gefunden, der zu seiner Kultur passt. Manche meinen, dass es solche langjährigen Partnerschaften in Zukunft nicht mehr geben werde. Und wenn man sich das aktuelle Fußball-Business ansieht, weiß man sofort, wie sie dazu kommen. Aber wenn ein Trainer seine natürliche Heimat findet und der Klub das ebenso sieht, wer weiß, wo das dann hinführen kann. Multikulti Ich habe Teams in ganz Europa trainiert. Ganz verschiedenartige, multinationale Gruppen von Spielern und Betreuern. Ein solches Umfeld bietet seine eigenen Herausforderungen. Natürlich könnte man sagen, der Fußball ist unsere gemeinsame Sprache. Aber es ist unabdingbar, dass auch buchstäblich alle dieselbe Sprache sprechen. In England war ich ebenso Ausländer wie in Frankreich und Spanien. Also zwang ich mich, die Sprache zu lernen. Das werde ich auch weiter so halten, weil es wichtig ist. Ich muss mit den Spielern und den Medien in der Landessprache kommunizieren. Und ich muss diese Anstrengung auch auf mich nehmen, um zu zeigen, dass es mir ernst ist mit der Anpassung an das neue Land. Außerdem bedeutet für mich persönlich das Erlernen der Sprache den Zugang zur Kultur des Landes. Dasselbe erwarte ich von den Spielern. Und für mich ist die Bereitschaft, die Sprache zu lernen, ein Indikator für die Professionalität eines Spielers. Klar, wenn ich wählen muss zwischen einem Stürmer, der jede Woche trifft, und einen, der nicht trifft, aber emsig die Sprache lernt, dann entscheide ich mich für Ersteren. Manchmal kann ein Spieler auf dem Platz auch ohne Worte nützlich sein. Doch ich verlange beides. Wer die Sprache lernt, kann bessere Beziehungen zu den anderen Spielern und zum Mitarbeiterstab aufbauen. Und die Mitspieler und Betreuer wissen die Anstrengungen zu schätzen, die der Spieler unternimmt, um sich anzupassen und einzufügen. Die fehlende Bereitschaft, eine Fremdsprache zu lernen, ist möglicherweise das Problem bei den englischen Spielern, die in ausländischen Ligen hinter den Erwartungen zurückbleiben. Auch wenn die Sprache für Gareth Bale im ersten Jahr in Madrid zweifellos ein Problem darstellte, beeinflusste sie seine Leistung als Spieler keineswegs und verbesserte sich mit der Zeit deutlich. Vielleicht ist er die Ausnahme der Regel. Als ich Milan trainierte, ließ ich die Spieler immer italienisch sprechen. Nichts anderes. Damit wir alle dieselbe Sprache sprachen, die Sprache des Landes. Natürlich ist es heute schwieriger, weil man so viele Spieler aus verschiedenen Ländern hat, und oft verkehren sie lieber nur mit ihren Landsleuten und kommunizieren in ihrer Muttersprache. In Frankreich hatten wir Italiener und Argentinier, die italienisch miteinander sprachen. Aber die französischen Spieler sprachen nur Französisch. Und natürlich sonderten beide Gruppen sich ab. Als Trainer einer multikulturell zusammengesetzten Mannschaft muss man die Bildung von Klicken von Anfang an unterbinden. Ich bringe die Spieler immer dazu, miteinander zu sprechen, indem ich ein gemeinsames Abendessen arrangiere und dann die Sitzordnung so bestimme, dass Leute nebeneinander sitzen, die sich normalerweise nicht unterhalten würden. Der Trick besteht darin, die Gruppen allmählich zusammenzubringen. Bei Real Madrid platzierten wir Leute beim Essen gezielt, damit sie sich von Anfang an integrierten. Den frisch dazugekommenen Toni Kroos beispielsweise setzten wir anfangs neben seinen Landsmann Sammy Quedira. Aber nach einer gewissen Zeit setzten wir ihn neben Sergio Ramos. Außerdem halte ich es bei allen Klubs so, dass ich Abendessen für die Spieler abseits des Trainingsgeländes organisiere, wo sie sich entspannen und einander etwas besser kennenlernen können. Leider ist das alles beim Essen allein nicht zu schaffen. Und in Paris bestand meine Methode zu einem Gutteil einfach darin, während des Trainings, mit dem wir logischerweise die meist der gemeinsame Zeit verbrachten, behutsam auf die Spieler einzuwirken. Ich teilte die Gruppen gezielt auf und mischte alle miteinander. Ich versuchte, diese Dinge nicht zu erzwingen, sondern anzuregen, sie zu beeinflussen. Das ist der ruhige Weg. Ich habe das Werk des amerikanischen Psychologen Robert B. Caldini, ein guter italienischer Name, über Einflussnamen gelesen. Er spricht über die Wirkung von Dingen wie Konsequenz, Gegenseitigkeit und Sympathie, wenn es darum geht, Menschen zu überzeugen. Ich glaube, dass er genau die richtigen Ideen hat. Die Beherrschung der Sprache ist in der Geschäftswelt wahrscheinlich noch wichtiger als im Fußball, wo Spiele oft ebenso schnell wieder gehen, wie sie gekommen sind und ihre Wirkung vielleicht nicht so abhängig ist von der Sprache. Und auch bei Geschäftsleuten, die in Länder geschickt werden, deren Sprachen für Menschen aus dem Westen besonders schwer zu erlernen sind, wie etwa Chinesisch oder Arabisch, kann das Erlernen der Sprache, das möglicherweise allein 18 Monate in Anspruch nimmt, ineffizient sein. Dennoch gibt es auch in solchen Fällen kulturelle Verhaltensweisen, die studiert, erlernt und genutzt werden können, um dem Betreffenden die Integration in die neue Umgebung zu erleichtern. Wenn Sie beispielsweise in Spanien arbeiten wollen, dann müssen Sie sich nach der dortigen Kultur richten. Die Spanier sind es gewohnt, um 3 Uhr nachmittags und um 10 oder 11 Uhr abends zu essen. Also müssen Sie das respektieren und sich dem anpassen. Ebenfalls kulturell bedingt und über alle Zweifel erhaben ist die professionelle Einstellung der englischen Spieler. Man kann sich bei Ihnen nie sicher sein, was außerhalb des Platzes passiert, aber auf dem Platz sind Sie immer voll dabei. Natürlich sind nicht alle Spieler gleich. Dasselbe gilt für die Fußball-Ligen. Jede Liga setzt sich aus diversen Nationalitäten zusammen und sogar innerhalb der Nationalitäten gibt es kulturelle Unterschiede. Im Lauf meiner Karriere habe ich mich daran gewöhnt, mich in kulturellen Schmelztiegeln wie Paris wiederzufinden. Diese Erfahrungen waren für mich sogar ein wichtiger Antrieb, in vielen verschiedenen Ländern zu arbeiten. Und sie sind auch der Grund für meine Vorfreude auf mein nächstes Abenteuer in Bayern. Ich habe einmal in einem Interview über diese kulturellen Unterschiede gesprochen und den Franzosen gefiel das nicht. Sie sagten, ich hätte nicht gut über den Fußball Ihres Landes gesprochen und ich sah einen Rassist. Ich bin ganz bestimmt kein Rassist. Und die französischen Trainer bestätigten mir, was ich in dem Interview gesagt hatte. Auch unter Franzosen gibt es unterschiedliche Mentalitäten und kulturelle Prägungen. Keine ist besser oder schlechter als die andere, aber sie sind verschieden und verlangen Anpassung. So zeigte mir etwa meine Zeit in Spanien, dass man dort gern Fußball auf eine bestimmte Art und Weise spielt. Und alle Teams folgen weitgehend diesem Ansatz. Man legt generell mehr Wert auf Ballbesitz. In La Liga, der spanischen Liga, bedeutet weniger Ballbesitz, dass man sich am Tabellenende befindet. Aber das liegt daran, dass alle so spielen. Jeder akzeptiert das Muster. Wenn man sich darüber hinweg setzt, kann man manchmal sogar die besten Teams schlagen. Bayern München beispielsweise schaltete Barca im Halbfinale der Champions League 2012-13 mit 7 zu 0. Hin- und Rückspiel addiert. Aus. Mit weniger Ballbesitz. Ein Erfolg wie der von Leicester City wäre in Spanien undenkbar. Das Team führte zum Zeitpunkt, da dieses Buch gedruckt wurde, seit Monaten die englische Premier League an und hatte mit die meisten Torschüsse bei miserablen Ballbesitzwerten. In England gibt es mehr Aggressivität und weniger Fixierung auf Ballbesitz. Englische Mannschaften und Spieler haben eine starke Kämpfermentalität. Wenn ich in den Krieg ziehen müsste, würde ich mit den Engländern ziehen, nicht mit den Italienern oder den Franzosen. Es ist absolut unerlässlich, diese Kultur zu verstehen, die ebenso machohaft ist wie die der Südamerikaner, aber auf eine ruhigere, unaufdringlichere Weise. Didier Drogba beispielsweise verstand das nicht, als er zum ersten Mal zu Chelsea kam. Er galt als Simulant und Schwalbenkönig. Anders als in anderen Ländern gilt ein erwachsener Mann, der eine Verletzung simuliert, in England als unmännlich. Ein solches Verhalten verstößt gegen die Vorstellung von Fair Play. Das ist fest in der englischen Fußballkultur verankert und man muss das Wissen und in Rechnung stellen, wenn man in England Erfolg haben will. John Terry redete mit Didier und dieser veränderte seine Spielweise, schoss jede Menge Tore und wurde eine Club-Legende. John Terry agierte in diesem Moment de facto als Trainer, denn manchmal ist es wirksamer und besser, wenn eine solche Ansprache von einem Wortführer des Teams kommt und nicht vom Chef. Das Verständnis der Kultur und der Umstand, dass ich sie ihm von jemandem erklären ließ, der von ihren Werten durchdrungen war, halfen Drogba, sich gut zu entwickeln. Diese Art von kultureller Assimilation ist grundlegend für den Erfolg multinational zusammengesetzter Mannschaften, weil sie Bindungen zwischen den Spielern und zum Mitarbeiterstab schafft. Fußball ist heute ein globales Geschäft. In den Top-Vereinen spielen Leute aus aller Herren Länder. Je mehr Dinge die Spieler gemeinsam haben, die Sprache, die Beachtung der kulturellen Werte, desto besser können sie miteinander kommunizieren und als Team funktionieren. Spieler, die sich nicht integrieren, werden unglücklich und bleiben vielleicht nicht lange. Wenn wir uns den Verein noch einmal als Familie vorstellen und auf einen Club wie Milan schauen, dann kann man sehen, wie lange manche Spieler dort geblieben sind. Sie hatten sich erfolgreich in die Kultur des Clubs eingefügt und die Sprache zu lernen ist der beste Start für einen ausländischen Spieler oder einen Mitarbeiter, weil es deutlich vermittelt, dass er Teil des Clubs werden will. Loyalität Für Außenstehende ist es einfach. Sie schauen Fußball und denken, der Cheftrainer muss mit den Spielern zurechtkommen und zugleich mit dem Boss, sprich mit den Erwartungen des Besitzers oder Präsidenten. Aber dabei wird leicht eine der wichtigsten Beziehungen in einem Fußballverein übersehen, die zwischen dem Trainer und dem Betreuer starb. Hier kommt der zweite Aspekt von Familie ins Spiel. Mein Betreuerteam soll zuhören, Ideen einbringen, zur Unterstützung meiner Arbeit und als Teil eines geschlossenen Führungsteams. Schließlich, und das ist am wichtigsten, sollte blindes Vertrauen zwischen uns herrschen. Loyalität genießt für mich höchste Priorität und ist nicht verhandelbar. Nachdem ich bei Reggiana Giorgio Chiaschini angeheuert hatte, blieben wir zehn Jahre zusammen, bei verschiedenen Vereinen. Zwischen uns entwickelte sich ein sehr enges Vertrauensverhältnis, sodass er Teil meiner Fußballfamilie wurde. Die Familie sollte eng zusammenhalten, sodass man nicht leicht hineinkommt, aber noch viel schwerer heraus. Niemand sollte ausgeschlossen werden. Je mehr Zeit man im Fußball verbringt, mit je mehr Menschen man arbeitet, desto größer wird die Familie, sodass man irgendwann ein großes, bewährtes, weltweites Unterstützungsnetzwerk aus Menschen hat, auf die man sich verlassen kann. Denn es sind die Menschen, die unsere Loyalität verdienen, nicht die Organisationen. Mit letzteren geht es immer bloß ums Geschäft. Am Anfang, bei meinen Trainerjobs in Italien, wollte ich meine Familie aus loyalen, zuverlässigen Mitarbeitern immer mitnehmen. Von Job zu Job. Viele Trainer tun das, wenn sie eine neue Stelle antreten. Sie ersetzen vorhandene Mitarbeiter in großem Stil durch ihre eigenen Leute. Aber meine Zeit bei Chelsea sollte meine Haltung in diesen Dingen ändern und mir zeigen, dass es möglich ist, neue Loyalitäten aufzubauen und neue Arbeitsweisen zu etablieren, auch ohne in großem Stil Personen auszutauschen. Was meine Einstellung zum Thema Führen betraf, bin ich bei Chelsea flexibler und anpassungsfähiger geworden. Während der Anbahnungsgespräche mit Roman Abramowitsch und Mike Ford sagte ich, dass ich meinen eigenen Mitarbeiterstab mitbringen wolle. Aber Abramowitsch entgegnete, Hören Sie, wir haben einen ausgezeichneten Mitarbeiterstab und eine großartige Organisation. Das sind gute Leute, die für uns arbeiten. Sie müssen in den Club kommen, zuerst sehen, wie es ist, und dann, wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie es ändern. Das akzeptierte ich. Aber ich fügte hinzu, dass die Probezeit einen Monat betragen solle. Wenn ich mich dann wohlfühle, machen wir weiter, sagte ich. Aber wenn ich mich nicht wohlfühle, müssen wir etwas ändern. Ich habe damals lange und gründlich überlegt, bevor ich einwilligte, zu Chelsea zu wechseln. Ich war mir nicht sicher, wegen der Sprache und wegen meiner Leute. Es war eine Premiere für mich. Mit Ausnahme von Bruno di Micheles, einem italienischen Psychologen, der Englisch sprach, nahm ich keinen meiner Mitarbeiter aus Milanello mit. Bruno war mein Sicherheitsnetz. Und mit seiner Erfahrung im Milan Lab, dem weltweit ersten vereinseigenen Zentrum zur medizinischen Individualanalyse, war er auch von besonderem Wert für Chelsea. Natürlich hätte ich es vorgezogen, meine Familie mitzubringen. Aber das leisten sich mittlerweile immer weniger Clubs. Nach meiner Ankunft merkte ich schnell, dass Chelsea Spitzenleute hatte und ich sehr zufrieden sein konnte mit meinem Mitarbeiterstab. Ray Wilkins, der mit meinem Vorgänger Huys Hidding zusammengearbeitet hatte, war da und er war hilfreich, weil er italienisch sprach und deshalb in der Anfangsphase als Brücke zu den Spielern fungieren konnte. Er hatte früher, vor meiner aktiven Zeit dort, bei Milan gespielt und war deshalb ebenfalls so etwas wie Familie. Ray bildete das kulturelle Bindeglied, das man braucht, wenn man in eine neue Organisation eintritt. Darüber hinaus gab es ausgezeichnete Analytiker, Wissenschaftler, Ernährungsberater, die gesamte Infrastruktur war vorhanden. Und dann war da noch Paul Clement. Als ich zu Chelsea kam, war ich der Meinung, dass ich noch einen Trainer brauchte. Also sprach ich mit dem Sportdirektor Frank Arneson und wir einigten uns darauf, Paul dazu zu holen, der mit den Reservespielern arbeitete. Zunächst einmal für 15 Tage, nur um zu sehen, wie er sich machte. Als die 15 Tage um waren, kam Paul zu mir und sagte, soll ich wieder zu den Reservespielern zurück? Ich sagte, nein, 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 sie bleiben bei mir. Paul wurde ein Mitglied meiner Fußballfamilie. Er kam mit mir nach Paris und dann nach Madrid, bevor sich unsere Wege trennten, weil Darby County ihn zum Trainer berief. Für Paul war es Zeit, sich selbstständig zu machen, so wie es zuvor bei Saki und mir der Fall gewesen war. Als der einmonatige Versuch mit dem Mitarbeiterstab vorbei war, sagte ich, okay, so machen wir es. Bei Chelsea habe ich gelernt, dass man nicht unbedingt benötigt, was man zu brauchen meint. Mit Leuten zu arbeiten, die bereits Teil des Unternehmens sind, kann ein Riesenvorteil sein. Hätte David Moyes den vorhandenen Mitarbeitern bei Manchester United eine Chance gegeben, wäre für ihn vielleicht alles anders gelaufen. Ich hatte befürchtet, dass es ein großes Problem wäre, meine Vertrauten nicht um mich zu haben, aber das war es nicht, weil ich neue gewann. Die Gefahr enger Bindungen, die auf persönlicher Loyalität beruhen, ist ja, dass man auch dann an ihnen festhält, wenn sie einen nur noch bremsen. Erprobte und zuverlässige Mitarbeiter dazu zu holen, klingt erstmal vernünftig, aber vermutlich waren dieselben Leute auch an ihrer Seite, als sie in ihrem vorherigen Job gescheitert sind und entlassen wurden. Manchmal braucht es äußere Einflüsse, um die Bande zu lockern. Ich musste nach einer erfolgreichen Zeit bei Milan loyale Assistenten zurücklassen, weil Chelsea anders funktionierte. Aber diese Erfahrung lehrte mich, dass man jederzeit neue, ebenso loyale Assistenten gewinnen und die eigene Fußballfamilie vergrößern kann. Integrationshelfer Wenn man einen Job in einem neuen Land antritt, sollte man Leute im Mitarbeiterstab haben, die eine kulturelle Verbindung sowohl zum Land als auch zu dem Verein haben, bei dem man anfängt. Wie bereits erwähnt, übernahm bei Chelsea Ray Wilkins diese Rolle. Bei Real Madrid war es Zinedine Zidane, der mir half, die ersten Brücken zu schlagen. Es ist immens wichtig, sich rasch einzugewöhnen, sich an die Kultur und die Organisation anzupassen und aus allen Abteilungen des Klubs etwas über die Spieler zu erfahren. Und die Integrationshelfer können bei alledem helfen. Bei Madrid musste ich fünf Jugendspiele integrieren, über die ich nichts wusste. Aber Zidane wusste alles über sie und konnte mir helfen. Und so ein exzellentes Verhältnis zum Präsidenten war auch kein Schaden. Auch Spieler, die nicht mehr zur Stammelf gehören, können wichtige Stützen sein. Als ich zu Paris Saint-Germain kam, fand ich dort Claude Makelele vor. Er hatte seine Spielerlaufbahn gerade beendet, aber ich wusste einiges über ihn, zumal er vor meiner Zeit dort drei Jahre bei Chelsea gespielt hatte. Bei PSG wurde er mein unentbehrlicher Brückenbauer vor allem zu den französischen Spielern und zu den Spielern und Nationalitäten, die neu für mich waren. Bei Paris Saint-Germain hatte ich völlig freie Hand beim Zusammenstellen meines Mitarbeiterstabs. Ich holte den Fitnesstrainer, mit dem ich bei Milan zusammengearbeitet hatte. Und ich konnte Paul Clement und Nick Broad mitnehmen. Letzterer war bei Chelsea unser Ernährungsberater und Statistiker gewesen und wurde nun bei PSG unser Konditionstrainer. Leider kam er 2013 bei einem Autounfall ums Leben. Er war erst 38 Jahre alt. Er war ein außergewöhnlicher Mensch und sein Tod ist ein großer Verlust. Meiner Meinung nach hat der Betreuerstab dieselbe Bedeutung wie die Spieler. Und ich versuche den Stab genau so zu behandeln wie die Mannschaft. Die Arbeitsbeziehung zu meinem Stab ist sogar enger als die zu den Spielern, das macht es einfacher. Außerdem muss ich niemanden aussortieren, wenn der Spieltag naht. Der Trainerstab ist sozusagen immer nominiert. Bei den Mitarbeitern achte ich ebenso sehr auf den Charakter wie bei den Spielern oder jedem anderen, mit dem ich zusammenarbeite. Wenn bestimmte Qualifikationen vorliegen, gibt es bei der Qualität der Arbeit keine allzu großen Unterschiede. Aber das wichtigste Kriterium ist ohnehin Vertrauen. Nur wenn ich Vertrauen habe, kann ich guten Gewissens delegieren. Und das mache ich dann auch gern, weil ich meine Mitarbeiter immer stärken und einbeziehen will, so viel es geht. Ich möchte, dass sie die Freiheit haben, mit den Spielern zu reden. Und manchmal übertrage ich einem Assistenten die Leitung des Trainings, weil ich selbst mit einem Spieler sprechen will. Bei Real Madrid war Paul Clement wichtig, um Gareth Bale bei seiner Einführung in den Club zu helfen. Sowohl bei der Sprache als auch bei der Kultur. Vieles konnte er Bale sehr viel besser erklären als ich. Gemeinsam legen mein Mitarbeiterstab und ich jeden Tag die Trainingseinheiten fest. Wir reden also miteinander, wir organisieren gemeinsam, wir entwickeln gemeinsam Ideen. Wenn ich mit dem Fitnesstrainer spreche, mit dem Arzt oder mit meinem Assistenten, so kann das Einfluss auf meine ursprünglichen Vorstellungen haben. So beschließen Paul und ich vielleicht, dass dies heute der Tag für eine Krafteinheit ist. Aber dann sagt der Fitnesstrainer möglicherweise, dass wir das, was wir machen, zu oft und zu lasch machen und dass wir etwas ändern müssen. Wir diskutieren dann darüber und finden gemeinsam die richtige Lösung. Zuhören, lernen, anpassungsfähig sein. All das ist äußerst wichtig, wenn es darum geht, sich erfolgreich in die Kultur eines Clubs zu integrieren. Und meine Erfahrung mit dem Betreuerstab bei Chelsea hat mich zudem gelehrt, dass man immer offen sein muss für neue Ideen. Eine Führungskraft kann es sich nicht leisten, stehen zu bleiben. Sie muss sich ständig weiterentwickeln und Fortschritte machen. Und das war nicht die einzige Lektion, die ich bei Chelsea gelernt habe. Bei Chelsea und bei sehr vielen anderen englischen Clubs sind das konditionelle und das technische Training mittlerweile eine Einheit, wobei man sich Datenanalytik, GPS und andere Technologien zunutze macht. Bei Milan waren wir es gewohnt, jeweils eigene Trainingseinheiten für Kraft, Technik und Taktik zu machen. Ich war nicht besonders wild darauf, meinen Trainingsstil zu ändern. Aber bei Chelsea tat ich es dennoch, damit die Spieler größtmögliche Kontinuität beim Training hatten. Und ich lernte die neue Methode zu schätzen. Heute bin ich glücklich mit dieser Trainingsorganisation und möchte sie nicht ändern. Aber ich lerne immer noch. Man kann also nie wissen. Vielleicht ändere ich es wieder. Ich bin offen für Ideen, egal woher sie kommen. Sei es von meinen Vorgesetzten, meinen Trainerkollegen, meinem Mitarbeiterstab, von den Spielern und sogar von Leuten außerhalb des Fußballs. Eine Kultur der Verbesserung ist unerlässlich für den Erfolg. Lernen Sie die Sprache. Wenn Sie dafür nicht ausreichend Zeit haben, studieren Sie die Kultur. Mit anderen Worten, zeigen Sie Bereitschaft, sich zu integrieren. Bestehen Sie auch bei Ihren Mitarbeitern darauf, wenn Sie die Anstrengung unternehmen können, dann können die es auch. Klicken sind nicht akzeptabel. Sie werden sie irgendwann aufbrechen müssen. Also stellen Sie von Anfang an klar, dass Integration der einzige Weg ist, um zu gewinnen. Kulturelle Erziehung kommt oft besser von Arbeitskollegen, nicht vom Chef. Der Umgang mit dem Betreuerstab ist ebenso wichtig wie der Umgang mit den Spielern. Sie brauchen nicht immer, was Sie zu brauchen meinen. Veränderung kann befreiend sein. Wehren Sie sich nicht dagegen, nur weil es um eine Veränderung geht. Schaffen Sie Vertrauen, damit Sie delegieren können. Loyalität macht den Kern jeder Beziehung aus. Es sollte schwer sein, in eine Familie einzudringen, aber noch schwerer, ausgeschlossen zu werden. Loyalität gilt Menschen, nicht Organisationen. Organisationen geht es nicht um Persönliches, sondern ums Geschäft. Sie müssen das Wesen der Organisation begreifen, in der Sie sind oder in die Sie eintreten wollen. Was ist Ihre Geschichte und Kultur? Ist es ein mittelständisches Unternehmen, ein Familienbetrieb oder ein Konzern? Zlatan Ibrahimović über Ancelotti Meine Autobiografie, Ich bin Zlatan, habe ich geschrieben, bevor ich Carlo kennenlernte, sodass er in meinem Buch nicht erwähnt wird. Müsste ich es noch einmal neu schreiben, gäbe es ein ganzes Kapitel über ihn, das schildern würde, wie ich, nachdem ich unter so vielen verschiedenen Trainern mit ganz unterschiedlichen Charakteren gespielt hatte, am Ende den besten Trainer aller Zeiten traf. Beinahe wäre es schon früher passiert, aber ich ging nicht zu Milan, als er dort Trainer war. Stattdessen ging ich zu Inter. Zu Milan kam ich erst 2010, als er bereits bei Chelsea war. Ich denke, er hat mir das inzwischen verziehen. Ich hatte viel von Carlo gehört, aber man kann nie wissen, was stimmt, bevor man einem Menschen nicht persönlich begegnet. Ich jedenfalls beurteile jemanden erst dann, wenn ich ihn treffe und näher kennenlerne. Erst dann bilde ich mir eine eigene Meinung. Man bekommt vom ersten Tag an so ein Gefühl. Die Art, wie man selbst auf den Betreffenden zugeht, die Art, wie er reagiert. Ich wusste sofort, dass ich diesen Mann mögen würde. Man muss ja nicht besonders intelligent sein, um zu erkennen, wie ein Mensch tickt. Und ich konnte sofort sehen, dass er mehr war als bloß ein Trainer. Natürlich ist er ein großartiger Trainer, aber was für mich zählt, ist der Mensch dahinter. Ich war vom ersten Moment an überzeugt, dass er die richtige Wahl für PSG war. Ich spreche Italienisch und Englisch. So konnten wir sofort miteinander kommunizieren und uns kennenlernen. Und wir packten zusammen an, was wir das Pariser Projekt nannten. Am Anfang war in Paris alles neu und ganz anders, als es heute ist. Die Trainingsplätze waren in einem schrecklichen Zustand und die Mannschaft… Nun ja. Es war ein völlig neues Projekt. Er war von Chelsea gekommen und ich von Milan. Zwei großen Clubs. Und wir sollten einen Club aufbauen, der groß werden sollte. Obwohl er schon sechs Monate vor mir da war, fingen wir gemeinsam ganz von vorne an. Wir machten immer Witze über die Situation. Mein Gott, was hat uns bloß geritten? Wo sind wir hier gelandet? Was ist das hier? Fragten wir uns gegenseitig. Was machen wir jetzt? Was machen wir als erstes? Was als nächstes? Jeden Tag gab es etwas Neues, worum man sich kümmern musste. Das war schon überraschend. Wir hatten erwartet, dass PSG wenigstens annähernd so organisiert wäre wie die großen Clubs, die wir kannten. Aber dem war nicht so. Selbst bei den Zeugwarten gab es Mangel. Wir hatten nur zwei für 25 Spieler und wir reisten nach Amerika. Paris Saint-Germain war seit 19 Jahren nicht Meister geworden und wir sagten, okay, wir machen das. Wir machen aus diesem Laden einen großen Club. Paris war perfekt für ihn. Und er für Paris. Aber manchmal kommen Leute ins Spiel, die andere Ideen haben. Ich weiß, dass er sehr bestürzt war, als er gehen musste. Und er regte sich ziemlich auf über seinen Freund Leonardo. Carlo war als Pionier hierher gekommen. Welcher andere Trainer auf seinem Niveau hätte das getan? Er war ein gewaltiges Risiko eingegangen. Er hatte alles gewonnen mit Milan und Chelsea, aber er glaubte an das Pariser Projekt. Und er überzeugte andere Spieler zu kommen und ebenfalls daran zu glauben. Was keineswegs einfach war. Lasst mich über Carlo den Trainer sprechen. Niemand ist ihm jemals böse. Selbst wenn einer nicht spielt. Denn er ist nicht nur dein Trainer, er ist dein Freund. Er behandelt alle gleich. Du denkst, es ist nur bei dir so, weil es so toll ist, so persönlich. Aber es ist bei jedem so. Er ist unglaublich. Doch wenn es um professionelles Verhalten geht und es nicht so läuft, wie er will, dann kann er wütend werden. Ich glaube, wir spielten in Evian, auswärts und es war kalt. Der Platz war furchtbar und wir spielten nicht gut. Zur Halbzeit wusste man immer, dass etwas im Busch war, wenn er diese eine Augenbraue hochzog. Als ich mich hinsetzte, dachte ich, jetzt ist er wütend. Carlo sprach zu uns. Vor ihm stand eine Kiste. Und plötzlich trat er aus heiterem Himmel dagegen. Sie flog durch die Luft und traf mich am Kopf. Jesus, dachte ich, jetzt ist er wirklich wütend. So hatte ich ihn noch nie erlebt. Wenn er wütend wird, dann wird er richtig wütend. Aber niemals in der Öffentlichkeit. Nur in der Kabine. Für ihn ist das Wichtigste der Respekt. Er erweist dir Respekt und er erwartet ihn umgekehrt. Wenn man ihn nicht respektiert, dann hat man ein Problem. Aber die Sache ist die, man kann gar nicht anders als großen Respekt vor ihm zu haben. Es ist unmöglich, ihn nicht zu respektieren. Und das gilt für alle Spieler, was wirklich ungewöhnlich ist. In jedem Team, für das ich gespielt habe, gab es Spieler, die sauer auf den Trainer waren. Etwa, weil er sie nicht aufstellte. Aber bei Carlo geschah das nicht. Und wenn jemand Anstalten machen würde, eine Feindschaft mit Carlo aufzubauen, würde ich zu ihm sagen, glaub mir, du hast einen Trainer, der nur das Beste für dich will. Auch wenn du nicht so viel spielst, wie du gern möchtest. Er kümmert sich um dich und du wirst den Unterschied bemerken, wenn du einen anderen Trainer hast. Das sagten alle, als wir ihn in Paris verloren. Und als er die Dinge bei Real Madrid veränderte, sagten die Spieler dort, dass ich erstmals erfüllt habe, wie sie sich den Beruf des Fußballers immer gewünscht hätten. Ich habe mit den besten Trainern gearbeitet. Und Carlo ist der allerbeste. Ich will sie zum Vergleich einen nach dem anderen durchgehen. Mourinho ist der Zuchtmeister. Bei ihm ist alles ein psychologisches Spielchen. Er manipuliert gern. Solche Tricks waren neu für mich, als er zu Inter kam. Ständig eine Sache tun, um eine andere zu bekommen. Und mich dauernd provozieren. Ich mag dieses Spielchen und für mich hat es funktioniert. Ich wurde unter ihm Torschützenkönig und wir wurden Meister. Solange es funktioniert und wir gewinnen, habe ich kein Problem damit. Auch wie Mourinho uns auf die Spiele vorbereitete, war neu für mich. Er brachte mich jedes Mal richtig in Stimmung. Und ich glaubte die Story, die er uns erzählte. Ich war total aufgedreht, wenn ich für ihn spielte. Er gab und er nahm. Allerdings war ihm nichts jemals gut genug. Jose Mourinho weiß, wie man Fußballer behandelt. Aber Carlo weiß auch, wie man Menschen behandelt. Nach Mourinho wechselte ich zum FC Barcelona und damit zu Pep Guardiola, dem Big Brain im Fußball. Er hatte all diese Lösungen für jedes Team, gegen das wir spielten. Er wusste genau, was wir tun mussten, um zu gewinnen. Er hatte immer einen genauen Plan, wie es laufen sollte. Wir konnten zur Halbzeit 2 zu 0 führen. Aber er sagte dann, wir sind hier noch nicht fertig. Wir machen weiter. Ich will 3, 4, 5, 6, 7. Er war wie eine Maschine. Doch als Mensch war er … Ich habe ihnen gesagt, dass ich einen Menschen nicht beurteile, wenn ich ihn oder sie nicht kenne. Und ich stütze diese Einschätzung auf das, was ich mit ihm erlebt habe. Als Trainer ist er fantastisch. Aber mit dem Menschen Guardiola war ich oft nicht einverstanden. Wie ich in meinem Buch erwähnt habe, kam man sich bei ihm vor wie in der Schule. Und wir, die Spieler, waren die Schuljungen. Das ist keine Atmosphäre, die mich motiviert. Barca hatte immer Weltklassespieler. Aber unter Guardiola mussten sie sich alle seinem System unterwerfen. Jenseits dieses Systems und seines gigantischen Fußballhirns hat Guardiola für mich nicht dieselbe Klasse wie Carlo. Und nach meinen Erfahrungen mit Guardiola traf ich schließlich auf Carlo. Ich bekam einen kompletten Menschen und einen Trainer. Bei den meisten Trainern ist es so, dass man nur den Fußball gemeinsam hat. Aber bei Carlo ist es anders. Wenn ich ein persönliches Problem hatte oder einen Rat brauchte, konnte ich mit ihm reden. Auch wenn es nicht um Fußball ging, was auch immer es war, ich konnte mich auf ihn verlassen. Aber das gilt nicht nur für mich. Das galt für die ganze Gruppe. Er bleibt immer er selbst. Und zwar bei allen. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Porto in der Champions League, weil der Druck sehr stark war. Es hieß gewinnen oder er würde seinen Job verlieren. Er tat mir leid, denn wir hatten alles gewonnen. Und dann herrschte plötzlich Chaos, weil wir einmal verloren hatten. Er sagte ganz ruhig, dass der Kampf noch nicht zu Ende sei. Ihr gewinnt die Titel nicht jetzt, sagte Carlo. Ihr gewinnt sie am Ende der Saison. Aber trotzdem herrschte überall Chaos, denn ein kleiner Club weiß nicht, wie er mit Rückschlägen umgehen soll. Ein großer Club weiß, dass schlechte Zeiten unvermeidlich sind. Und dort weiß man, wie man damit umgehen muss, weil man sie schon durchgemacht hat. Doch wie groß das Chaos dort auch war, Carlo wurde damit fertig. Aufgrund seiner Erfahrung wusste er, was er tun musste. Er ließ niemals zu, dass das Chaos die Mannschaft erreichte. Das Trainingsgelände war klein, sodass wir das Tamtam mitbekamen, das im Club los war. Aber Carlo pflichtete den Eigentümern nie bei, wenn sie die Spieler kritisierten. Er stellte sich immer vor uns. Er sagte jedes Mal, dass wir Spieler alles getan hätten, was er von uns verlangt habe. Er schützte die Mannschaft in vielerlei Hinsicht. Wenn jemand zu spät zum Training kam, weil er am Abend zuvor ausgegangen war, rief er ihn in sein Büro und fragte, was passiert sei. Er hörte zu und sagte dann, mach das nicht wieder. Das hier bleibt unter uns, aber wiederhol diesen Fehler nicht. Verhalte dich professionell. Auch dabei bewahrte er sich einen Sinn für Humor, wenn es passend war und er setzte vielleicht hinzu, und das nächste Mal nimmst du mich gefälligst mit auf die Piste. Manchmal war es schwer zu sagen, ob er wirklich wütend war oder bloß den Wütenden spielte. Selbst als er vor die Kiste trat und mich damit am Kopf traf, war ich mir zuerst nicht sicher. So was war mir schließlich noch nie passiert. Aber als ich ihn ansah, war die Augenbraue oben und da wusste ich, dass es ernst war, sodass ich bloß den Kopf senkte. Einmal trug er einen tollen italienischen Anzug und er rastete aus, schrie jeden an und fluchte dann auf Italienisch. Niemand wusste, was das Problem war, also hockten wir alle nur schweigend da. Am nächsten Tag gab es Umarmung und er entschuldigte sich für seinen Wutausbruch. Ein anderes Mal sprach ich ihn im Training an und sagte, Trainer, Trainer, ich muss mit Ihnen reden. Ich hatte den Eindruck, dass er so tat, als hätte er mich nicht gehört, deshalb stupste ich ihn mit dem Zeigefinger an und sagte, Trainer. Er drehte sich ohne Vorwarnung zu mir um, schaute todernst und sagte, Rühr mich niemals an. Ich war erschrocken. Meinen Sie das ernst? fragte ich. Ja, ich meine es ernst. Rühr mich niemals an. Dann, zwei Sekunden später, fing er an zu lachen. Ich sagte, Carlo, überrumpeln Sie mich nicht so. Ich erkenne Sie dann gar nicht wieder. Er hat dieses Funkeln in den Augen. Er hat ein Gespür für jeden. Am Tag nach dem Spiel legte er immer großen Wert darauf, mit allen zu reden. Er sagte klar, wenn jemand schlecht gespielt hatte und redete mit dem Betreffenden darüber. Bevor wir im Viertelfinale der Champions League auswärts gegen Barcelona spielten, waren alle aufgekratzt. Carlo sagte, Ibra, ich muss mit dir reden. Wenn er in einem bestimmten, ernsten Ton spricht, dann weiß man, dass es wichtig ist. Wir setzten uns und er fühlte sich sichtlich unwohl, als er sagte, ich habe lange darüber nachgedacht. Wir werden es bei diesem Spiel anders machen. Ich habe beschlossen, dich auf die Bank zu setzen. Wie bitte? sagte ich. Es ist eine taktische List, sagte er. Wenn in den letzten zwanzig Minuten alle müde sind, kommst du ins Spiel. Ich war am Boden zerstört, aber ich wollte ihm trotzdem zeigen, wie professionell ich sein konnte. Okay, sagte ich. War nur Flachs, sagte er lächelnd. Geh Mittagessen. Danach schwand die ganze Anspannung. Er konnte einem wirklich helfen, sich vor einem wichtigen Spiel zu entspannen. Vor einer anderen Partie erläuterte Carlo einmal die Taktik. Wir werden uns zu neunt hinten reinstellen und Ibra davor. Alle gehen davon aus, dass wir Tiki-Taka-Fußball spielen, aber ich sage, wir sind hier, um zu gewinnen. Er wird immer alles tun, was nötig ist, um das Spiel zu gewinnen. Mourinho ist genauso. Er war immer gut informiert über den Gegner, ging jede seiner Schwächen und Stärken durch und erklärte uns dann, wie er sich das Spiel vorstellte. Wenn er das Spiel einfrieren wollte, dann fror er es ein. Wenn er ein Spiel mit offenem Visier wollte, dann sorgte er dafür, dass es so lief. Für Mourinho ging es nur ums Gewinnen. In Italien, wo ich für ihn spielte, ist es wichtiger, kein Tor zuzulassen, als ein Tor zu schießen. Und Mourinho passt sich sehr gut an jedes Land an. Er weiß, dass Gewinnen das einzige ist, was zählt. Allerdings ist seine dritte Saison bei einem Klub anscheinend oft ein Problem. In Madrid war es perfekt für Carlo, dass er nach Mourinho kam. Er ist der einzige, der nach Mourinho mit einer Mannschaft erfolgreich sein kann. Nach dem ewigen Kampf und den Provokationen brauchen die Spieler seinen ruhigen Weg. Der Präsident von Real hat wohl behauptet, dass manche Spieler Carlos' Gutmütigkeit ausnützten. Das stimmt nicht. Vielleicht war der Präsident neidisch auf Carlos' gutes Verhältnis zu den Spielern. Ich verstehe diese Kritik jedenfalls nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die wenig über den Spitzenfußball wissen, gute Menschenführung mit Schwäche verwechseln. Aber tatsächlich ist sie das Gegenteil. Die Atmosphäre muss angenehm sein für die Spieler. Ich weiß noch, als wir mal abends in einem italienischen Restaurant essen waren, eine Gruppe von sieben oder acht aus der Mannschaft. Es war ziemlich spät, so gegen elf, und irgendjemand schlug vor, Carlo anzurufen. Ein paar von den Jungs meinten, er würde nicht mal rangehen. Andere dachten, er würde sauer sein, dass wir so spät noch unterwegs waren. Aber wir riefen ihn trotzdem an. Zehn Minuten später stieß er zu uns, trank etwas, plauderte und scherzte mit uns. Und nach einer Stunde ging er dann wieder. Ohne jede Ermahnung, dass und wann wir Schluss machen sollten. Ich kenne keinen anderen Trainer, der das getan hätte. Wer sonst außer Carlo hat solches Vertrauen? Für einen Chef, der dir so viel Spielraum lässt, würdest du alles tun. Du würdest töten für ihn. Er schenkt Vertrauen und bekommt es zurück. Und als Fußballer folgst du nur einem Anführer, an den du glaubst. Carlo scheut sich nicht, Einzelne vor der Gruppe anzusprechen. Er hat mich oft vor versammelter Mannschaft kritisiert. Es war ihm wichtig, auch die Führungsspieler zu kritisieren, die Stützen der Mannschaft, um zu zeigen, dass niemand über Kritik erhaben ist und alle denselben Respekt bekommen. Ein klasse Spieler kann damit umgehen. Schwächere Spieler beginnen dann oft, sich zu rechtfertigen. Ihnen fehlt das Selbstbewusstsein, das nötig ist, um Schwächen zuzugeben. Aber wenn sie erleben, dass auch die Leistungsträger ihre Fehler einsehen, sind sie eher imstande, dasselbe zu tun. Und nur so kann man lernen. Carlo sagte immer zur Mannschaft, »Wir haben ein Tor kassiert. Was ist da passiert?« Die Schlüsselspieler sagten, »Mein Fehler.« Dann war die Sache erledigt. Er macht es so, weil die Verantwortung damit den wichtigen Spielern zufällt. Ihnen muss er vertrauen. Wir hatten einmal zwei absolut gleichwertige Spieler für dieselbe Position. Sie spielten abwechselnd, also fragte ich Carlo aus lauter Neugier, »Warum spielen Sie dieses Spielchen mit Ihnen?« Er sagte, »Ich gehe zu dem Ersten und sage ihm, du wirst mein Rechtsverteidiger. Dann gehe ich zu dem Anderen und sage ihm dasselbe. Jetzt hängt es von Ihnen ab, wer es im nächsten Spiel sein wird.« Natürlich weiß man nie, ob er einen Scherz macht, aber ich denke, dass er mit seinen Methoden immer an die Grenzen geht. Und er kann das tun, weil er zuvor Vertrauen und Respekt aufgebaut hat. Er hat dieses Gespür dafür, wie weit er gehen kann. Entweder man hat es, oder man hat es nicht. Carlos Arbeitsweise, die Trainingseinheiten und dergleichen, das ist alles ziemlich oldschool und sehr italienisch. Taktik ist wichtig für ihn. Ich habe in Italien gespielt und ich weiß, wie es in Italien läuft. Am Tag vor dem Spiel gibt's immer jede Menge Taktik. Carlo versammelte uns draußen auf dem Trainingsplatz zur taktischen Unterweisung, was für uns als Spieler nicht immer einfach ist. Du willst dich lieber bewegen und herumgescheucht werden, anstatt stillzustehen und zu frösteln. Aber er glaubte fest daran. Wie auch immer er das Training anging, sein Coaching war erfolgreich. Man darf nicht vergessen, dass er früher selbst Fußball gespielt und Titel gewonnen hat. Nicht viele Trainer können das von sich behaupten. Er hat das Wissen und die Erfahrung eines Spitzenspielers und kann jederzeit darauf zurückgreifen. Ich bin einfach froh und glücklich, dass ich mit ihm gearbeitet habe. Und es tut mir leid, dass es nicht länger gedauert hat. Wenn ich heute mit ihm spreche, sagt er, Ibra, wo willst du als nächstes hin? Welches Team? Ich sage ihm, wenn er bei einem Team ist, bräuchte ich nicht darüber nachzudenken. Ich würde da sein. Überall hin außer Russland, sage ich ihm dann immer. Gehen wir nach Amerika. Ibra, die zahlen nicht so viel, sagt er dann. Ich sage dann immer, dass er doch kein Geld mehr braucht. Aber er besteht immer darauf, dass er es braucht. Er sagte mal zu mir. Du musst meinen neuen Vertrag für mich aushandeln, denn du weißt, wie man Geld stiehlt. Ich sagte wieder dasselbe. Carlo, Geld ist nicht wichtig. Und er entgegnete. Du hast recht, Ibra. Nur sehr viel Geld ist wichtig. Er hat immer eine Antwort parat. Als wir gegen Ende der Saison in Lyon antraten, war klar, mit einem Sieg sind wir Meister. Ich weiß noch, dass seine Augenbraue schon vormittags oben war, weil er so nervös war. Das hatte ich bei ihm noch nie erlebt. Ich sagte zu ihm, Carlo, glauben Sie an Gott? Ja, erwiderte er. Also sagte ich, das ist gut, denn Sie können auch heute auf mich vertrauen. Die Augenbraue hob sich noch mehr. Ibra, du bist ein solcher Schweinehund, sagte er. Und danach gewannen wir und waren Meister. Er half mir zu reifen. Als Spieler wie auch als Mensch. Am Anfang war ich wie ein Löwe auf dem Platz und abseits davon. Ich warf mit Sachen, wenn wir verloren hatten. Paris Saint-Germain war zu ruhig für mich. Aber Carlo machte sich das zunutze. Wenn die Partie etwa zehn Minuten gelaufen und nichts passiert war, rief er ins Feld. Ibra, Zeit, die Mannschaft zu wecken! Für Carlo war ich der Leader. Ich denke, Anführer zu sein ist nichts, was man sich aussucht. Man wird es. Entweder du bist ein Leader oder du bist es nicht. Als ich in Paris ankam, sagte Carlo, du wirst mein Kapitän. Das ist das Einzige, was ich Carlo abgeschlagen habe. Ich sagte, Carlo, ich weiß nicht, wie lange ich hierbleiben werde, denn ich komme, erledige meinen Job und gehe wieder. Ein Kapitän sollte diesem Projekt lange Zeit zur Verfügung stehen. Er versuchte mich zu überreden, aber ich sagte ihm, er solle Thiago Silva nehmen. Ich denke, dass er mich noch immer als Leader sieht. Mit oder ohne Kapitänsbinde. Du bist es oder du bist es nicht. Die Armbinde zu tragen heißt nicht, dass man ein echter Mannschaftskapitän ist. Doch Thiago Silva ist sowohl der Kapitän als auch der Leader. Ich hoffe, ich helfe ihm dabei. Carlo ist ein natürlicher Leader. Sein Stil ist nicht aufdringlich. Er ist ruhig und er hat nichts Gekünsteltes. Viele Trainer ziehen ja eine Mordsshow ab und scheitern meistens, weil sie schnell durchschaut werden. Carlo ist sich immer treu. Wäre er es nicht, würde ich ihn nicht so abfeiern. Ich bin kein Schleimer. Dass Paris Saint-Germain heute dort ist, wo sie sind, verdanken sie nicht den Leuten, die jetzt kommen, sondern Carlo, der am Anfang hier war. Es waren die Pioniere, die die ganze harte Arbeit machen mussten. Denen sollte man danken und nicht den Leuten, die hier herumspringen und es genießen, jetzt wo alles schön ist. Als er ging, war ich mir nicht sicher, ob ich bleiben wollte, weil ich ein sehr gutes Verhältnis zu ihm hatte. Selbst wenn wir nicht Meister geworden wären, würde ich an ihn glauben. Ich glaube, er war der Richtige für dieses Projekt, aber nicht für zwei Jahre. Zehn Jahre wären richtig gewesen und das war auch seine Vorstellung. Er glaubte so sehr daran und er glaubte auch, dass er der Richtige sei, um es zu verwirklichen. Ich war sehr traurig, als er ging. Aus beruflichen wie aus privaten Gründen. Er rief mich an und erklärte alles und ich sagte, ich will nicht, dass sie gehen. Vielleicht wird das hier mein letztes Jahr als Fußballer sein und ich würde es gern unter Ihnen als Trainer verbringen. Er sagte, nein, unsere Wege trennen sich. Ich habe mich schon für Real Madrid entschieden, weil es für mich hier bei PSG zu schwierig geworden ist. Ich wusste, dass die Spieler von Real Madrid sich freuen konnten, denn ich wusste, was sie bekamen und was wir verloren hatten. Von jetzt an nennst du mich nicht mehr Trainer, sagte er mir. Wir nannten ihn alle Trainer oder Mister. Das ist ein Befehl, fuhr er fort. Du nennst mich nicht mehr Mister, du nennst mich bei meinem Namen, denn ich betrachte dich als Freund. Hör zu, was ich sage, denn du beleidigst mich, wenn du mich Mister nennst. Ein Verhältnis wie zu ihm hatte ich bisher zu keinem Trainer. Ich weiß, wie es im Fußball ist. Wir sind heute Freunde, meine Mannschaftskameraden und ich. Aber wenn ich die Mannschaft nächstes Jahr verlassen sollte, mit wie vielen werde ich dann noch sprechen? Ich weiß es nicht. Man weiß es nie, weil es Mannschaftskameraden sind, also Arbeitskollegen. Zu wie vielen Leuten aus den verschiedenen Lebensphasen hält man schon dauerhaft engen Kontakt? Ich habe Maxwell, meinen Freund im Verein, mit dem ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens sprechen werde. Und außerdem ist da Carlo. Mit ihm spreche ich noch heute. Er ist mein Freund. Über Hierarchie. Mit dem Boss klarkommen. Die Kommunikation zwischen dem obersten Boss, dem Besitzer oder Präsidenten des Klubs und der Management-Ebene ist oft hoch kompliziert. Angesichts der wirtschaftlichen Größenordnung, um die es geht – Fußballklubs entsprechen allenfalls mittelständischen Unternehmen – sind die Strukturen oft viel zu komplex. Zudem sind die Rollen oft nicht klar definiert. Weiter verkompliziert wird die Sache, weil das Produkt einem permanenten Feedback ausgesetzt ist und weil alle Beteiligten eine Leidenschaft für Fußball haben. Jeder hat eine Meinung. Und diese nicht immer qualifizierten Meinungen werden geäußert und man muss darauf reagieren. Es heißt ja, dass in der akademischen Welt die Auseinandersetzungen oft so heftig ausfallen, weil die Themen so trivial sind. Genauso ist es auch im Fußball. Meiner Meinung nach ist es beim Umgang mit Vorgesetzten wichtig, klar zu unterscheiden zwischen dem Boss – für mich ist das der Präsident bzw. Klubbesitzer – und dem Generaldirektor oder Geschäftsführer. In regulären Firmen wäre das der CEO, der Firmenchef oder der Vorstandsvorsitzende. Im Fußball tragen diese Funktionsträger unterschiedlichste Bezeichnungen. Im Anschluss an dieses Kapitel äußert sich mein alter Geschäftsführer bei Milan, Adriano Gagliani, berät über die verschiedenen Aufgaben in einem Fußballklub. Wie dem auch sei, meine Aufgabe ist es stets, gegenüber allen Vorgesetzten auf eine ruhige und pragmatische Art meine Standpunkte und Interessen zu vertreten. Mit dem Boss klar zu kommen, ist in allen Branchen ein wichtiger Teil des Managerjobs. Ich werde oft gefragt, wie ich mit Silvio Berlusconi bei Milan, Roman Abramovic bei Chelsea, Florentino Perez bei Real Madrid oder Nasser Al-Khalefi bei Paris Saint-Germain zurechtgekommen sei. Ich werde es Ihnen sagen. Für mich war dieser Teil der Kommunikation nicht so wichtig. Ich verbringe nicht sehr viel Zeit mit dem Präsidenten. In der Regel rede ich mit dem Geschäftsführer und der muss dann mit dem Präsidenten klarkommen. Im Grunde haben wir dieselbe Aufgabe, nur auf verschiedenen Ebenen. Er versucht mich vor den Störgeräuschen aus der Chefetage zu beschützen und ich versuche jegliche Unruhe aus den oberen Etagen von der Mannschaft fernzuhalten. Die Politik des Präsidenten kann ich nicht steuern. Ich kann nur hoffen, ihn positiv zu beeinflussen. Und die beste Methode hierfür heißt Siege und Titel. Natürlich weiß ich, dass ich nur zufrieden sein kann, wenn er es ist. Wenn er nicht zufrieden ist, habe ich keinen Job mehr und kann die Spieler nicht mehr schützen. Bei Milan lernte ich schnell, dass es meine Aufgabe war, Berlusconi zu erfreuen, weil der Klub ihm nun mal gehört. Berlusconi erfreuen heißt in erster Linie attraktiven Fußball spielen. Das unterscheidet den Klub von Juve, wo es vor allem darauf ankommt, zu gewinnen. Also baute ich eine Mannschaft auf, an der Berlusconi seine Freude haben konnte. Ein offensives Team, in dem Pirlo, Seedorf, Rui Costa, Kaká und Shevchenko alle gleichzeitig spielten. Ich lernte, dass kein System wichtiger ist als der Klub-Präsident. Wenn Berlusconi in die Kabine kommen will, um seine Witze zu erzählen, dann muss ich einsehen, dass es seine Kabine ist. Ich ließ ihn sogar in die Kabine, bevor wir im Champions-League-Finale 2003 gegen Juventus spielten. Er ist der Boss. Also kann er sich auch die Teambesprechung anhören, wenn er will. Jeder denkt, dass Berlusconi mich unter Druck setzte. Aber das stimmt eigentlich nicht. Er war sehr herzlich. Tatsächlich machte er vor allem Druck, wenn wir gewannen. Aber wenn Dinge misslangen, unterstützte er mich. Wenn wir gut waren, erzählte er mir, nein, wir müssen mit diesem Stürmer spielen. Wir müssen offensiver spielen. Das ist nicht meine Meinung. Ich teile Ihnen mit, was ich will. Ich erwiderte. Wir haben zwei Stürmer. Shevchenko und Kaká. Nein, sagte er. Kaká ist kein Stürmer. Kaká ist Mittelfeldspieler. Er wollte einfach seinen Senf dazugeben. Es gab Gerüchte, dass er mir vor den Spielen Aufstellungen schickte. Das ist ganz einfach falsch. Die Teams spielten immer nach meiner Aufstellung. Manchmal kam er nach einem Spiel und sagte, wie er es gemacht hätte, wen er auf den Rasen geschickt hätte. Das geschah aber ausschließlich nach dem Spiel und immer nur dann, wenn wir gewonnen hatten. Letztendlich könnte man sagen, dass meine Aufgabe bei jedem Klub darin besteht, den Präsidenten bei Laune zu halten. Wie ich das anstelle? Ich gehe nicht von mir aus hin, aber ich muss vorbereitet sein, wenn er zu mir kommt und Fragen hat. Wie wichtig es ist, stets Antworten parat zu haben, habe ich sicherlich bei Chelsea gelernt. Meine regelmäßigen Besprechungen finden mit dem Geschäftsführer statt. Der dem Präsidenten Bericht erstattet. Meist treffen wir uns einmal in der Woche, aber oft geschieht das spontan und es ist bei jedem Klub anders. Es gibt keine festen Regeln. Bei Paris Saint-Germain zum Beispiel traf ich mich jeden Tag mit Leonardo. Umso überraschter und enttäuschter war ich, als der Präsident und Leonardo mir ihr Ultimatum stellten. Dass so etwas vom Präsidenten kommt, damit muss man immer rechnen. Aber mit Leonardo hatte ich mich jeden Tag getroffen, ihm das Training erläutert, die Verletzungssituation, unsere geplante Taktik, die Strategien. Dass er plötzlich aus heiterem Himmel sagte, gewinne dieses nächste Spiel oder du fliegst. Obwohl wir uns schon qualifiziert hatten, ergab keinen Sinn für mich. Der Geschäftsführer ist der Verbindungsmann zwischen dem Präsidenten und mir. Er leitet meine Mitteilungen an den Präsidenten weiter und umgekehrt. Ein gutes Verhältnis zum Geschäftsführer ist also entscheidend. Auch, weil er entscheidenden Einfluss darauf hat, wie der Präsident mich sieht. Eine weitere nützliche Funktion des Geschäftsführers ist die eines Puffers zwischen dem Präsidenten und mir. Wenn einer von uns wütend ist oder sich ärgert, dann kann der Geschäftsführer vermitteln oder eine direkte Konfrontation verhindern. Gagliani hat diese Rolle bei Milan sehr oft gespielt. Bei Chelsea war es anfangs schwierig, weil der Vorstandschef Peter Kenyon den Klub kurz nach meiner Ankunft verließ. Deshalb nahm der Sportdirektor Frank Arnesen diese Rolle wahr. Es gab noch einen Vorstandsvorsitzenden und weitere Vorstandsmitglieder und natürlich interessierte sich der Besitzer immer sehr dafür, was passierte und so sollte es auch sein. Aber dann ging auch Arnesen, er wechselte zum HSV, und es entstand ein Vakuum zwischen mir und dem Besitzer. Es gab keinen Verbindungsmann, keinen Puffer, sodass die Gespräche mit ihm unvorhersehbar wurden, und ich war nicht immer darauf vorbereitet. Das wäre als vorübergehende Maßnahme vielleicht in Ordnung gewesen, aber Arnesens Stelle wurde nicht neu besetzt, und es herrschte Verwirrung über die Organisationsstruktur. Es war nicht so, dass keiner sich der Aufgaben Arnesens angenommen hätte, das Problem war vielmehr, dass alle es versuchten. Bei meinen anderen Klubs war die Hierarchie immer sehr klar. Bei Milan gab es Adriano Gagliani, bei Juventus gab es Luciano Moggi, der 2006 in den berühmt-berüchtigten Calciopoli-Skandal verwickelt war, in dessen Verlauf Juventus zwei Meisterschaften aberkannt bekam und der Verein für eine Spielzeit in die Serie B zurückgestuft wurde. Bei Paris Saint-Germain gab es natürlich Leonardo und bei Real Madrid gab es José Ángel Sánchez, der der letzte Politiker und Überlebende in dem Klub ist. Er wurde von Pérez eingestellt, arbeitete aber dann für Ramon Calderón als der Präsident des Klubs wurde. Später arbeitete er dann wieder als rechter Hand von Pérez in dessen zweiter Amtszeit, auch als ich bei Madrid war. Eine solche Struktur war in englischen Vereinen bisher nicht üblich. Noch widersetzt die Tradition sich dem Trend, aber die bisher üblichen Trainer, Manager setzen sich unnötig unter Druck, wenn sie für den Klub alles auf einmal sein wollen. Fußballvereine sind heute zu große Unternehmen, als dass einer allein sie leiten könnte. Und der Trainer sollte ohnehin für manche Dinge ausdrücklich nicht zuständig sein. So ist es nicht die beste Idee, wenn es immer der Trainer ist, der mit den Spielern über Disziplinarisches spricht. Nehmen wir an, ein Spieler erscheint verspätet, nach der Winterpause oder zur Saisonvorbereitung. Natürlich muss er für diesen Regelverstoß mit einer vereinsinternen Geldstrafe belegt werden. Aber muss es wirklich der Trainer sein, der die Strafe verhängt und damit für böses Blut und für Groll beim Spieler sorgt? Nein, das muss auf jeden Fall der Klub tun, sodass der Trainer nicht direkt damit in Verbindung gebracht wird und weiter ohne irgendein ungutes Gefühl seine Arbeit tun kann. Bei Madrid hatten wir ein paar Spieler, die bis 4 Uhr morgens feiern gingen. Ich hätte zu ihnen sagen können, was treibt ihr da? Ihr wisst, dass das nicht in Ordnung ist. Aber es ist Sache des Vereins, ihnen eine Geldstrafe aufzubrummen oder sie zu suspendieren. Das muss nicht der Trainer tun. Dieses Ausbalancieren der Verantwortlichkeiten zwischen Spieler, Trainer und Verein ist enorm wichtig. Denn wenn es nicht ordentlich geschieht, kann das Verhältnis zwischen Trainer und Spielern Schaden nehmen. Wenn der Verein sich korrekt und allen Spielern gegenüber fair verhält, ohne irgendjemanden zu bevorzugen, kann das die Autorität des Trainers nur mehren. Der Trainer hat nur Macht, wenn die Spieler sehen, dass der Klub sich immer vor den Trainer stellt. Wenn die Spieler sehen, dass der Klub den Trainer nicht schützt, dann war es das oft für ihn. Er ist erledigt. Allerdings kann die Bindung zwischen dem Trainer und der Mannschaft manchmal sogar gestärkt werden, wenn und weil der Klub nicht hinter dem Trainer steht. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es bereits ein stabiles Vertrauensverhältnis zwischen dem Team und dem Trainer gibt. Bei Paris Saint-Germain kannten die Spieler die Situation zwischen mir und dem Klub, weil ich ihnen von der Sieg- oder Rauswurf-Unterhaltung mit Leonardo und dem Präsidenten erzählt hatte. Und tatsächlich festigte dies die Bindung zwischen uns noch mehr. Natürlich hätte der Vorfall mich auch schwächen können, wenn die Spieler es anders aufgenommen hätten, aber wir hatten bereits das richtige Gemeinschaftsgefühl geschaffen, um die Sache durchzustehen. Normalerweise würde ich es, wie erwähnt, als meine Aufgabe betrachten, solche Störgeräusche aus der Chefetage von den Spielern fernzuhalten. Aber damals schien mir, dass ich keine andere Wahl hatte. Es half jedenfalls, uns als Team wachzurütteln. Und wir gewannen das nächste Spiel. Bei Madrid hatten wir es mit einer anderen Art von Geräuschen zu tun. Und sie wirkten sich nachteilig auf unsere Leistungen aus. Ich habe bereits von den merkwürdigen Statistiken berichtet, die besagten, wir würden zu wenig trainieren. Der Präsident fixierte sich auf diese Statistiken und sagte, wir würden nicht hart genug arbeiten. Ich versuchte ihm zu erklären, dass beim Training nicht die Quantität entscheidend ist, sondern die Qualität. Wir könnten drei Stunden lasch trainieren, aber es sei besser, 30 Minuten intensiv und hart zu trainieren. Er wollte nicht zuhören. Hätte der Präsident abgewartet, hätte er drei Wochen später, als die Ergebnisse der Bluttests eintrafen, gesehen, dass wir es in Wirklichkeit ein wenig ruhiger angehen lassen müssen. Die Entscheidungen von Trainern wirken auf Außenstehende manchmal merkwürdig. Das gilt auch für Präsidenten und Geschäftsführer. Verliert man ein Spiel und gibt dem Team danach einen Tag frei, fragen viele Leute, was soll das? Sie würden es lieber sehen, dass man die Spieler nach einem schlechten Spiel antanzen lässt und ihnen ordentlich die Leviten liest. Aber das Gegenteil ist richtig. Natürlich muss man, wenn man verloren hat, analysieren, was falsch lief. Und wie man es beim nächsten Mal angeht. Aber man muss die Niederlage vor allem schnell abhaken. Gerade in solchen Zeiten kommt dann irgendwann vom Präsidenten und von der Presse, sie sind zu schwach, sie sind zu nett, die Spieler bringen keine Leistung, sie müssen sie härter rannehmen. Jedes Mal, wenn wir verlieren, sagen sie genau das. Das war überall so. Ob bei Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain oder Real Madrid. Diese Begleitmusik ist normal im Fußball. Sie auszuhalten, ist Teil des Deals, den man mit sich selbst schließen muss, bevor man den Job übernimmt. Man muss es an sich abprallen lassen und seiner eigenen Methode vertrauen. Ich bin der Meinung, dass Spieler ihr Bestes geben, wenn sie sich wohlfühlen und nicht, wenn sie sich unwohl fühlen. Es ist wie in der Geschichte von den zwei Pferdezüchtern, die wollen, dass ihre Tiere über einen Zaun springen. Der erste Besitzer steht hinter dem Pferd und benutzt eine Peitsche. Das Pferd springt über den Zaun. Der zweite Besitzer steht mit Möhren in der Hand vor dem Zaun. Und auch sein Pferd springt. Und der Unterschied? Der mit der Peitsche muss damit rechnen, dass sein Pferd irgendwann ausschlägt, statt zu springen. Der mit den Möhren nicht. Wenn ich davon spreche, dass Spieler sich wohlfühlen sollen, dann meine ich damit nicht, dass sie in ihrem Spiel bequem und nachlässig sein sollen. Ich meine, sie sollen sich innerlich wohlfühlen. Sie müssen begreifen, dass ich immer versuche, sie und das Team besser zu machen. Das Wohlfühlen-Moment liegt im gegenseitig aufgebauten Vertrauen. Natürlich müssen sich alle an die Regeln halten. Erst das schafft die Grundlage für ein freundschaftliches Verhältnis. Ein Spieler, den ich nicht für die Startelf nominiert hatte, sagte mal zu mir, aber wir sind doch Freunde. Ja, natürlich sind wir Freunde, erklärte ich ihm. Und aus diesem Grund kannst du verstehen, warum du nicht spielst, weil wir Freunde sind und ich ehrlich zu dir sein kann. Du musst genauso behandelt werden wie jeder andere Spieler. Wenn ich eine starke Bindung zu Spielern aufgebaut habe, stellen Präsidenten manchmal die Frage, ob ich ihnen mehr Einsatzzeit zugestehe, als ihre Form es rechtfertigt. Ich bemühe mich nach besten Kräften, diesen Fehler nicht zu machen, weil es die Moral der Mannschaft untergraben würde. Aber vielleicht, und es ist nur ein Vielleicht, bin ich tatsächlich manchmal zu geduldig mit Spielern, die dem Team gute Dienste geleistet haben und mir gegenüber loyal waren. Ich wurde dies mit Bezug auf Sergio Ramos gefragt, nachdem er einige schlechte Spiele für Madrid gemacht hatte, aber trotzdem weiterhin spielte. Meine Antwort war ganz einfach. Ramos war der wichtigste Spieler im Kader. Er war ein Führungsspieler, eine herausragende Persönlichkeit mit Charakter. Natürlich machte er manchmal Fehler, aber dass ich ihn so oft wie möglich aufstellte, hatte nichts mit unserem guten Verhältnis zu tun. Er spielte, weil er so wichtig für die Mannschaft war. In solchen Situationen muss man einen Schritt zurücktreten und das große Ganze im Auge behalten. Als Ramos verletzt war, verloren wir häufiger. Wir brachten jüngere Spieler, aber sie waren kein gleichwertiger Ersatz. Als ich ihn in meiner zweiten Saison eine Zeit lang im Mittelfeld einsetzen wollte, um der Mannschaft zu helfen, war Ramos verunsichert, weil es so neu für ihn war. Aber er willigte ein und tat, worum ich ihn gebeten hatte, weil er mir vertraute. Hätten wir nicht so ein gutes Verhältnis gehabt, hätte er sich vielleicht dagegen gesträubt, im Mittelfeld zu spielen. In meinem ersten Jahr bei Real setzte ich ihn einmal als rechten Verteidiger ein, aber damals hatten wir diese Beziehung noch nicht aufgebaut, er kannte mich nicht gut. Nach dem Spiel sagte er mir, das war das letzte Mal, dass ich rechter Verteidiger gespielt habe. Aber im folgenden Jahr kannten wir uns besser und vertrauten einander. Und als er in einem Match auf seiner neuen und unvertrauten Position im Mittelfeld nicht so gut spielte, war er nur eine unter mehreren in der Mannschaft, die einen schlechten Tag hatten. Warum hätte ich ihn herausgreifen sollen? Er tat zum Wohle des Teams, was ich verlangt hatte und es ist meine Aufgabe, ihn in Schutz zu nehmen, wenn es nicht so gut läuft. Das heißt für mich, mit dem Boss klarkommen, die Spieler schützen und mit den Erwartungen aus der Chefetage umgehen. Das erste ist leicht und selbstverständlich, aber das zweite ist sehr schwierig. Im Fußball, vor allem in den Spitzenklubs, ist man als Trainer immer mit höchsten Erwartungen konfrontiert. Ob es nun darum geht, La Décima zu liefern, wie man es bei Real Madrid von mir erwartete, oder eine bestimmte Spielweise zu etablieren, wie bei Milan, oder ein bestimmtes Spiel zu gewinnen, es hört nie auf. Der Geschäftsführer wird mich immer über die Erwartungen von oben auf dem Laufenden halten und ich werde stets mein Bestes tun, damit zurechtzukommen, damit sie keine negativen Auswirkungen auf die Spieler haben. Meine Art, das zu regeln, ist wie immer. Dafür sorgen, dass die Chemie stimmt und permanent weiter daran arbeiten. Zu dem Verbindungsmann zum Präsidenten, also dem Geschäftsführer, muss ich einen stabilen und professionellen Draht haben. Und ich brauche das Vertrauen der Spieler. Ich investiere sehr viel in den Aufbau von Beziehungen überall im Verein. Aber ich bin mir zugleich völlig im Klaren darüber, wer in letzter Konsequenz das Sagen hat. Wenn der Präsident glaubt, er werde gemanagt und manipuliert, dann habe ich in dieser speziellen Beziehung versagt. Die ruhige Philosophie Hierarchie Sie müssen mit Erwartungen von oben zurechtkommen und Ihre Mitarbeiter vor den Störgeräuschen aus der Chefetage schützen. Scheuen Sie nie davor zurück, zu delegieren. Niemand ist so gut, dass er alles allein schaffen könnte. Erwecken Sie nie den Eindruck, Sie würden die Leute über Ihnen managen. Klubbesitzer und Präsidenten haben Egos. Gehen Sie behutsam mit den Egos um. Vermeiden Sie jeglichen Verdacht der Günstlingswirtschaft. Das hier ist ein Geschäft. Adriano Gagliani über Ancelotti Ich bin seit 30 Jahren beim AC Mailand. Als Geschäftsführer des Vereins war ich acht Jahre lang Carlo Ancelottis Boss. Die Rolle des Geschäftsführers in einem großen Fußballverein ist schwer zu erklären. Aber ich sehe es so. Der Geschäftsführer eines Fußballunternehmens sollte das Spiel industrialisieren. Als Spiel existiert Fußball schon sehr lange. Aber wenn nicht jemand gekommen wäre und es industrialisiert hätte, dann wäre Fußball ein Spiel geblieben, das Jungs an einem Strand oder auf einem Acker spielen. Es begann mit der Einführung von Regeln. Abseits und so weiter. Und Trainer begannen den Leuten beizubringen, wie man das Spiel richtig spielt. Irgendwann überlegte sich dann jemand, wie aus diesem Spiel ein ernsthaftes Geschäft werden könnte. Das begann damit, dass Menschen in Stadien gingen und wurde dann dank Sponsoring und Fernsehgeldern ein Multimillionen-Dollar-Phänomen. Eine globale Industrie. Was also tut der Chef eines Fußballunternehmens? Er industrialisiert das Spiel im Interesse seines Arbeitgebers. Das Fußballgeschäft ähnelt der amerikanischen Filmindustrie. Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten. Wie ein Film. Und es wird auf ähnliche Weise vermarktet. Das Stadion ist das Kino. Die weitere Vermarktung geschieht im Fernsehen, also im Wohnzimmer, ganz genau wie in der Filmindustrie. Man kann eine Menge Geld für die Produktion schlechter Filme und erfolgloser Mannschaften ausgeben oder für wenig Geld erfolgreiche Filme und Spiele bekommen. Man hat keine Erfolgsgarantie. Die Rollen sind ähnlich verteilt wie im Filmgeschäft. Die Spieler sind die Schauspieler, der Trainer ist der Regisseur und der Präsident oder Geschäftsführer ist der Produzent. Bei Milan war Carlo mein Regisseur. Ich traf ihn zum ersten Mal im August 1987. Der Klub hatte einen Monat zuvor einen neuen Trainer eingestellt. Arrigo Sacchi. Anders als in England gibt es in Italien eine klare Arbeitsteilung. Der Trainer leitet das Training und meldet seine Wünsche an, was neue Spieler betrifft. Und der Geschäftsführer oder der Präsident führen die Verhandlungen und entscheiden, wer für wie viel gekauft wird. Weil sie die Leute sind, die das Geld haben. Also fangen wir ganz von vorn an, denn es ist eine schöne Geschichte. Als Sacchi einen neuen Mittelfeldspieler brauchte und Ancelotti verlangte, waren Silvio Berlusconi und ich skeptisch, weil er bereits mehrere schwere Knieverletzungen hinter sich hatte, aber wir beschlossen, ihn trotzdem zu holen. Wir begannen uns bei der Roma, also dem AS Rom, zu bemühen. Deren Präsident Dino Viola wollte ihn anfangs nicht hergeben, aber am vorletzten Tag der Transferperiode signalisierte er dann doch Zustimmung und ich eilte nach Rom. Um zu verhindern, dass die Presse Wind von der Sache bekäme, bevor alles in trockenen Tüchern war, hatten wir für das Treffen ein Hotelzimmer gebucht. Carlo erschien gegen 8 Uhr, nahm den ersten Zimmerschlüssel in Empfang und ging nach oben und kurze Zeit später traf ich ein und bat an der Rezeption um meinen Zimmerschlüssel. Der Empfangschef des Hotels zwinkerte mir verschwörerisch zu, als er ihn mir aushändigte. Carlo und ich kamen sofort gut miteinander aus, wir redeten über Fußball und über viele andere Dinge. Ich lud ihn zum Abendessen in die Wohnung meiner damaligen Verlobten ein, die aus Rom stammt. Am folgenden Tag absolvierte er unsere medizinischen Untersuchungen und unser Arzt äußerte Bedenken wegen des Knies und riet uns, ihn nicht zu kaufen. Saki drängte Berlusconi und mich und wir beschlossen, ihn trotzdem zu kaufen. Für etwa 5 oder 6 Milliarden Lire. Heute wären das 4 Millionen Euro. Was damals keine geringe Summe war für einen Spieler, der schon 28 und nicht ganz gesund war. Weil die Transferperiode um 7 Uhr abends endete, mussten wir die Verträge mit unserem Privatjet von Mailand schnellstens zur Liga-Zentrale bringen. Vergessen Sie nicht, das war vor 30 Jahren und die elektronische Kommunikation steckte noch in den Kinderschuhen. Damals brauchte man noch einen Jet und einen Motorradkurier, um die Vertragsunterlagen pünktlich bei der Liga einzureichen. So begann Ancelottis 5-jähriges Abenteuer als Spieler bei Milan. Seine ersten 4 Jahre hatte er Saki als Trainer. Im letzten war es Fabio Capello. Es war ein grandioses Abenteuer. In seiner ersten Saison 1987-88 wurden wir Meister und in den beiden Folgejahren holten wir zweimal nacheinander den Europapokal der Landesmeister. 1991-92 holten wir wieder die Meisterschaft und im letzten Spiel gegen Verona schoss Carlo zwei Tore. In diesem Zeitraum holten wir also zwei italienische Meisterschaften. Zweimal den Europapokal der Landesmeister, zweimal den Supercup, zweimal den Weltpokal, die Weltmeisterschaft der Klubs. Eine Menge Titel. Es war unglaublich. Als Carlo sich 1992 mit 33 Jahren erneut am Knie verletzte, beendete er seine Spielerkarriere. Und was passierte? Die Geschichte ging weiter, weil Arrigo Saki, der Milan 1991 verlassen hatte, um die italienische Nationalmannschaft zu übernehmen, Carlo zu seinem Assistenten machte. Mit diesen beiden alten Milan-Campen am Ruder und sieben oder acht Milan-Spielern in der Stammelf erreichte Italien bei der WM 1994 in den USA das Finale gegen Brasilien, das 2 zu 3 nach Elfmeterschießen verloren ging. Im Jahr 1995 trat Carlo seinen ersten Cheftrainerposten an, beim AC Reggiana, mit der er den Aufstieg schaffte. Dann wechselte er zum AC Parma, einem mittelgroßen Verein, wo er zwei sehr gute Spielzeiten hatte. In der ersten wurde er italienischer Vizemeister. Ich habe seine Entwicklung immer verfolgt und blieb mit ihm in Verbindung, auch als er 1999 anfing, unsere Hauptkonkurrenten aus Turin zu trainieren. Die Juventus-Fans mochten Carlo nicht, weil er für die Roma und noch entscheidender für Milan gespielt hatte. Als er mit seinem Juventus-Team im Jahr 2000 zu uns in San Siro kam, applaudierten die Milan-Fans ihm, während die Juventus-Fans ihn auspfiffen. Juventus ist ein großer Klub. Carlo hatte sehr gute Arbeit geleistet bei Parma, sodass sein Wechsel auf dieses Level ganz natürlich war. Milan hatte damals einen erfolgreichen Trainer in Gestalt von Alberto Saccheroni, der in seinem ersten Jahr die Meisterschaft gewann und drei Jahre bei uns war. Damals brauchten wir also keinen Trainer. Aber Trainer ziehen bekanntlich immer weiter. Überall auf der Welt ist das so. Auch Marcello Lippi, ein außergewöhnlicher Trainer, hatte gute Arbeit bei Juventus geleistet, aber manchmal braucht es eine Veränderung. Trainerwechsel gehören zum Leben eines Klubs. Sie sind normal. Ancelottis Juventus wurde in der Liga zweimal unglücklicher Zweiter. Er hätte beide Male fast gewonnen. Das brachte Ancelotti den Ruf eines guten Verlierers ein. Eines beinahe Meistertrainers. Vizemeister zu sein, mag in manchen Klubs in Ordnung sein, aber nicht bei Juventus. Und so beurlaubte man ihn. Im Sommer 2001 hatte er also einen Vertrag mit und einen Gehalt von Juventus. Aber er coachte nicht. Wir holten derweil einen türkischen Trainer zu Milan, Fatih Terim, der nur für sechs Spiele blieb. Nach einer Niederlage gegen Torino Calcio entließen wir ihn. Wir hatten Carlo immer einen Platz in unseren Herzen bewahrt. Es ist eine Beziehung, die unzerstörbar ist. Also rief ich ihn sofort an. Ich wusste, er hatte vor, bei Callisto Tanzi dem Präsidenten von Parma zu unterschreiben, aber ich war mir nicht sicher, ob er es schon getan hatte. Noch nicht, sagte er mir. Aber was soll ich machen? Ich habe Tanzi schon mein Wort gegeben. Unterschreiben Sie nicht, sagte ich. Ich komme. Ich sauste zu Ancelotti nach Hause, wo ich auf der Klaviatur seiner Zuneigung für Milan spielte, auf seiner Beziehung zu dem Verein. Carlo sagte ja und sein zweites Abenteuer bei Milan begann. Bei Ancelotti zu Hause tranken wir Lambrusco. Nicht die Sorte, die man in England oder Deutschland trinkt, sondern echten italienischen Lambrusco. Und aßen Culatello-Schinken, Parmaschinken, Rohnschinken und Parmesan. Bei Ancelotti zu Hause ist man immer gut. Er bezieht seine Zutaten aus Parma, das er als die kulinarische Hauptstadt Europas betrachtet. Als ich das letzte Mal bei ihm in Madrid war, kochte er selbst und es war köstlich. Ich schweife ab. Gehen wir noch einmal zurück zu der Zeit, als Carlo zu Milan kam. Er stabilisierte das Schiff und wir kletterten in der Tabelle bis auf den vierten Platz und qualifizierten uns so für die Champions League. In diesem Wettbewerb erreichten wir 2003 zusammen mit zwei weiteren italienischen Klubs, Juventus und unserem Lokalrivalen Inter, das Halbfinale. Drei der vier Halbfinalisten aus Italien. Eine Großtat, die sich so schnell kaum wiederholen dürfte. Wir wurden gegen Inter gelost und warfen sie raus, während Juventus über einen Sieg gegen Real Madrid das Finale in Manchester erreichte. Dann passierte das Schönste auf der Welt und die Milan-Fans werden es für immer im Herzen bewahren. Wir schlugen Juventus im Elfmeterschießen und gewannen unter Carlo die Champions League. Drei Tage später holten wir gegen Roma auch noch den italienischen Pokal. Die Champions League und die Coppa Italia in ein paar Tagen. Fantastisch! Und unser Abenteuer mit Carlo ging weiter. 2003 gewannen wir den Europäischen Supercup. 2004 den Scudetto, also die italienische Meisterschaft. Eine wundervolle Zeit für den Klub. 2005 wurden wir Vizemeister und erreichten abermals das Finale der Champions League, verloren aber in Istanbul gegen Liverpool nach einer 3 zu 0 Pausenführung. 2007 gab es eine Neuauflage dieser Finalpaarung und diesmal gewannen wir. Im Juli 2007 führte Milan die europäische Rangliste an. Vor Real Madrid und Barcelona. Diese acht Jahre mit Carlo waren Milans beste Zeit. Wie immer gab es Siege und Niederlagen, aber viel mehr Siege. Wir holten acht Titel. Eine italienische Meisterschaft, einmal die Coppa Italia, einmal die italienische Supercoppa, zweimal die Champions League, zweimal den UEFA Supercup und einmal die FIFA-Club-Weltmeisterschaft. Wenn man diese Erfolge den Trophäen hinzufügt, die er als Spieler gewonnen hat, dann kann Carlo sich eines unglaublichen Lebenslaufes rühmen. Neben Pep Guardiola, FC Barcelona, und Miguel Munoz, Real Madrid, ist Carlo einer der drei Menschen auf der Welt, die die Champions League als Spieler und als Trainer mit demselben Verein gewonnen haben. Was wir gemeinsam erreicht haben, ist einfach magisch. Ich werde immer gefragt, ob es nach dem verlorenen Finale von Istanbul Schuldzuweisungen gab, aber das war nicht der Fall. Wir unterstützten Carlo. Natürlich waren wir traurig, aber Milan hatte in Istanbul während der ersten Hälfte und in der gesamten zweiten mit Ausnahme dieser sechs Minuten mit den drei Gegentoren ein fantastisches Spiel gemacht. Wir hätten gewinnen müssen. Shevchenko wurde in der 120. Minute durch eine grandiose Parade des Liverpool-Keepers Jerzey Dudek gestoppt. Schicksal. Zwei Jahre später in Athen spielten wir viel schlechter, aber wir gewannen. Während der großartigen Jahre mit Carlo als Trainer erreichten wir dreimal das Champions League-Finale, kamen einmal ins Halb- und einmal ins Viertelfinale. Das war unglaublich. Niemand konnte uns in dieser Zeit das Wasser reichen. Weder Barcelona, noch Bayern, noch Real. Ich glaube nicht, dass es eine Zauberformel dafür gibt, wie ein Trainer sein sollte. Letztlich sind es die Ergebnisse, die für oder gegen einen Trainer sprechen. Carlo ist ein toller Motivator und er hat seine eigene Art, mit den Spielern umzugehen. So wie Mourinho und Guardiola die ihre haben. Jeder von uns hat seine eigene Methode. Bei der Kindererziehung beispielsweise gibt es strenge und nachgiebige Eltern. Jene, die die Peitsche benutzen und jene, die Zuckerbrot bevorzugen. Am Ende verraten die Ergebnisse, ob man Recht oder Unrecht hatte. Und Ancelottis Karriere kündet von den großartigsten Ergebnissen. Er ist in Italien, England und Frankreich Meister geworden und hat mit Real Madrid die Champions League gewonnen, worauf sie seit Ewigkeiten gewartet hatten. Obwohl er diese multinationale, multikulturelle Führungspersönlichkeit ist, hat Carlo niemals seine Wurzeln verraten oder seiner Art aufgegeben. Er ist der Junge aus Parma geblieben. Carlo hat die großartige Fähigkeit, überall die Atmosphäre zu beleben. Er verbreitet eine heitere Gelassenheit, weil er genau so ein Mensch ist. Man muss Menschen so akzeptieren, wie sie sind. Man kann nicht von jemandem verlangen, Gelassenheit zu verbreiten oder Arnold Schwarzenegger zu sein, wenn das nicht seiner Persönlichkeit entspricht. Carlo ist, wie er ist. Es wäre unsinnig, von ihm zu verlangen, er solle härter oder strenger sein, oder er solle dies oder das sein. Denn, wenn er so würde, verlöre er einige seiner herausragenden Qualitäten. Eine meiner Lieblingsepisoden trug sich zu, als ich die letzte Trainingseinheit am Abend vor dem Champions League-Finale gegen Liverpool 2007 in Athen besuchte. Pipo Inzaghi, unser Mittelstürmer, war völlig aus dem Tritt. Er war kaum in der Lage, den Ball zu stoppen. Wir hatten noch einen anderen starken Mittelstürmer, Alberto Gilardino, der im Halbfinale gegen Manchester United getroffen hatte. Als ich neben Ancelotti auf dem Platz stand und sah, wie Inzaghi jeder einzelne Ball versprang, sagte ich zu ihm, Wieso lassen wir nicht Gilardino spielen? Er scheint in sehr viel besserer Form zu sein als Inzaghi. Carlo sagte bloß, Inzaghi ist ein komischer Vogel, vielleicht wird das morgen sein Abend. Im Finale schoss Inzaghi zwei Tore. Jeder andere Trainer, der gesehen hätte, wie Gilardino spielte, welche Leistung er im Halbfinale gezeigt hatte und wie verunsichert Inzaghi war, hätte Gilardino aufgestellt. Zumal nichts dagegen sprach, Gilardino war ein wertvoller Spieler. Carlo hatte mir zugestimmt, dass Inzaghi nicht gut drauf war, aber er hatte einfach ein Näschen. Er hat dieses Gespür für das Spiel und die Spieler. Hinterher sagte er zu mir, Nach 30 Jahren im Fußball habe ich ein Auge dafür und ich habe gelernt, auf mein Gefühl zu vertrauen. Es gehört zu meinen Aufgaben, meine Meinung zu äußern, aber ich respektiere stets den Trainer und seine Entscheidungen. Und am Ende entscheidet immer er. Auf dem Trainingsplatz waren wir wie zwei Freunde und ich konnte meine Meinung äußern, ohne dass er das Gefühl hatte, ich wolle ihm meinen Willen aufzwingen. Alles im Leben kommt irgendwann an seinen natürlichen Endpunkt. Ich glaube, dass ein Trainer, und sei er noch so hervorragend, nicht ewig beim selben Verein bleiben kann. Es ist unumgänglich und unvermeidlich, dass er irgendwann wechselt. Acht Jahre waren vergangen, es war 2009 und wir hatten noch einen Vertrag für ein Jahr. Carlo war sehr ehrlich und gerade heraus und sagte uns, dass Chelsea ihn wolle. Chelsea war unter Roman Abramowitsch ein sehr großer Klub geworden, mit sehr viel Geld und Potenzial. Carlo hatte Chelsea sehr deutlich und korrekt gesagt, dass die Entscheidung bei Milan liege. Hätten wir Nein gesagt, wäre er nicht gegangen. Er hätte sein Versprechen gehalten und seinen Vertrag erfüllt. Das ist Carlos Art. Dasselbe hatte er schon einmal gemacht, als Madrid ihn holen wollte und er auf unseren Wunsch bei uns blieb. Berlusconi und ich diskutierten lange darüber und kamen schließlich zu der Überzeugung, dass ein Wechsel das Beste für beide Seiten wäre. Und so ließen wir ihn nach acht Jahren ziehen, in ein neues Abenteuer. Er wollte unbedingt nach England und es war eine einvernehmliche Trennung. Es gab kein Trauma. Wir trennten uns einfach freundschaftlich und jeder ging seiner eigenen Wege. Aber wir hielten unsere Verbindung trotzdem aufrecht. Heutzutage verlangen Clubs oft eine Entschädigung, damit sie einen Trainer gehen lassen, der noch unter Vertrag steht. Es ist wie beim Kauf eines Spielers. Wenn man ihn haben will, muss man für ihn bezahlen. Wir haben von Chelsea damals keinen Penny verlangt. Es stand Carlo frei zu gehen. Als er später von Real Madrid gefeuert wurde, verbrachte ich fünf Tage bei ihm in Madrid. Ich wollte ihn überreden, zu Milan zurückzukommen. Berlusconi und ich wollten ihn nach Hause holen. Wir umwarben ihn, aber am Ende sollte es nicht sein. Er sagte nein, weil er sich einer Operation unterziehen musste. Ich glaube, wenn die Operation nicht gewesen wäre, dann wäre er letzten Sommer möglicherweise wieder zu Milan gekommen. Aber vielleicht scheute er auch zurück vor einer Rückkehr. Ich könnte das verstehen. 13 Jahre bei Milan sind eine Menge. Es ist schwierig, nach einer so langen Zeit als Spieler und Trainer noch mal zurückzukehren, zumal zwischen uns eine so starke Beziehung besteht. Diese Freundschaft mit Carlo hält nun schon seit 30 Jahren. Über Stars und Talente Natürlich sind die Spieler der wichtigste Teil jedes Fußballvereins. Ohne die Spieler gäbe es keinen Fußball, keine Fans, nichts. Entsprechendes gilt auch in der Unterhaltungsindustrie. Ohne Talente keine Show. Und natürlich auch im Geschäftsleben. Denn wo bliebe das Unternehmen ohne die kreativen Mitarbeiter, die für den Content und damit für den Mehrwert verantwortlich sind. Der Umgang mit den Kreativen ist daher eine zentrale Führungsaufgabe in jeder Organisation. Auch bei Fußballern und bei Trainern geht es um die wesentlichen Phasen des Talentzyklus Spielersuche, Eingliederung, Weiterentwicklung und Trennung. Spieler und Mitarbeiter sind zuallererst Menschen. Sie sind nicht ausschließlich durch ihre Rollen, ihre Positionen oder ihre Aufgaben definiert. Wenn ich einen Spieler zum ersten Mal treffe und ihn frage, wer sind Sie, wird er möglicherweise antworten, ich bin ein toller, offensiver Mittelfeldspieler. Aber dann würde ich entgegnen, nein, Sie sind die Person XYZ. Sie sind ein Mensch, der Fußball spielt. Darin sind Sie brillant, Weltklasse. Aber das macht Sie nicht aus. Ich versuche, den ganzen Menschen zu sehen und ihm zu helfen, sich selbst in einem umfassenden Sinne zu begreifen. Spielersuche Im Fußball gibt es, wie im Geschäftsleben, eine Vielzahl von Zwängen. Kommerzielle, kulturelle, politische, auf die man sich einstellen muss, wenn man auf einem höchst umkämpften Markt Spitzenleute gewinnen will. In der Wirtschaft spricht man vom Krieg um Talente. Und dies gilt auch für den Fußball. Dort herrschte immer schon Krieg. Wie in allen Kriegen muss man seine Kräfte konzentrieren, sein Ziel den eigenen Ressourcen anpassen, strategische Bündnisse schmieden und, was am wichtigsten ist, cleverer sein als die Konkurrenz. Wie in anderen Branchen auch sind die Rollen bei der Spielersuche zumindest in Kontinentaleuropa verteilt. Die Content-Leute, also ich, definieren, wen sie suchen oder bereits im Auge haben, und das Management, also der Geschäftsführer, Sportdirektor, führt die Verhandlungen bis zum Vertragsabschluss. Häufig will ein Spieler mit dem neuen Trainer sprechen, bevor er sich endgültig entscheidet. Und diese kleinen persönlichen Begegnungen können manchmal den Ausschlag geben, wenn es darum geht, einen unentschlossenen Spieler zu überzeugen. Ich habe mit fast jedem neuen Spieler gesprochen, bevor er sich vertraglich für eines meiner Teams verpflichtete. Manchmal auf Geheiß des Klubs, manchmal auf Wunsch des Spielerberaters oder des Spielers selbst. Die besonderen Spieler müssen sich selbst davon überzeugen, dass der Schritt richtig für sie ist. Ein Beispiel ist David Beckham. Er ist klug genug zu wissen, dass er einem Trainer möglicherweise aus anderen als fußballerischen Gründen aufgedrängt wird, wegen seines Glamour-Faktors. Also kontaktierte er mich direkt und fragte, ob ich selbst wolle, dass er zu Milan kommt. Ich sagte ihm ja. Erst danach sprachen wir darüber, wie und wann er spielen könnte. Es ergab sich dann, dass er sogar häufiger spielte, als er selbst es vermutlich erwartet hatte. Der entscheidende Punkt ist aber, dass wir in der Anwerbungsphase so viel Vertrauen zueinander gefasst hatten, dass wir offen zueinander sein konnten. Meine Hauptaufgabe bei der Spielersuche besteht, wie gesagt, darin zu sagen, wir brauchen diesen Spielertyp für diese Position und jenen Spielertyp für jene Position. Manchmal nenne ich auch schon einen oder zwei konkrete Namen, aber letztendlich stellt das Management in Zusammenarbeit mit der Scouting-Abteilung eine Liste mit Spielern zusammen, die zu meinem Anforderungsprofil passen. Früher machten diese Liste immer der Cheftrainer und der Präsident. Aber da der Profifußball heute eine komplexe Branche ist, müssen auch viel mehr Faktoren als früher berücksichtigt werden. Nicht nur die Leistung, die der Kandidat auf den Platz bringen kann, Alter, möglicher Wiederverkaufswert, Werbeeinnahmen und solche Dinge. Doch das ist nicht meine Aufgabe. Mich interessiert, welche Leistung der Spieler in der Mannschaft bringen wird. Wenn wir für dieselbe Position die Wahl zwischen mehreren Spielern haben, kommt mir bei der Entscheidung manchmal eine wichtige Rolle zu. Als es bei Real Madrid um die Entscheidung zwischen Toni Kroos und einem anderen Spieler ging, sagte ich dem Geschäftsführer, ich kenne den anderen Spieler. Er trinkt sehr viel und er ist nicht sehr professionell. Nehmen Sie unbedingt Kroos. Ich bekam Kroos. Ich strebe immer an, dass Leute verpflichtet werden, die meine Anschauungen bezüglich Einstellung und Professionalität teilen. Und auch die Werte des Vereins. Und genau deshalb muss die Zuständigkeit für Spielerverpflichtungen beim Präsidenten und der Vereinsführung liegen. Manche Trainer sind weniger als ein Jahr im Amt und damit ungeeignet für die Aufgabe, bei jeder Spielerverpflichtung die Kultur des Vereins im Auge zu haben. Ich war nie allein verantwortlich für Spielerverpflichtungen. Nicht einmal in England, wo oft Abramowitsch persönlich mein Geschäftsführer war. Bei Manchester United erhielt Louis van Gaal freie Hand. Dasselbe galt für Roberto Martinez Montolio beim FC Everton. Aber ich glaube, dass die Zeit solcher Alleinherrschaften zu Ende geht. Sie überfordern einen Einzelnen, egal wie stark und selbstbewusst er ist. Aus Sicht der Vereine ist es auch nicht sinnvoll, die Verpflichtung von Spielern ausschließlich dem Trainer zu überlassen, der im Schnitt weniger als zwei Jahre da ist. Was wird dann aus all den Spielern, die er angeworben hat? Nein, der Verein muss eine Strategie haben und der Trainer muss daran mitwirken, diese Strategie umzusetzen. Als Real Madrid beschloss, einen jungen Burschen aus Norwegen unter Vertrag zu nehmen, den 16 Jahre alten Martin Oedegor, dachte ich, mir ist egal, ob er kommt oder nicht, weil er voraussichtlich gar nicht für mich spielen wird. Selbst wenn er das Zeug dazu hat, einmal der beste Spieler der Welt zu werden, für meine Arbeit war seine Verpflichtung ohne Bedeutung. Natürlich behandelte ich ihn nach seiner Ankunft mit demselben Respekt, den ich jedem anderen jungen Spieler entgegenbringen würde. Aber hätte ich verlangen sollen, dass man mich in seine Verpflichtung einbezieht? Er wurde für die Zukunft angeworben, für andere Trainer nach meiner Zeit. Als Trainer muss man die Vision der Klubeigner respektieren. Florentino Perez ist bekannt für sein Galaktikos-Konzept, wonach stets die größten und teuersten Superstars der Welt geholt werden. So kamen und gingen ständig Spieler, ohne dass das unbedingt meine Wahl gewesen wäre. Trotzdem war es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Mannschaft funktionierte, ganz gleich, welche Spieler man mir aufs Auge drückte. Es wäre Zeit und Energieverschwendung, sich gegen etwas zu wehren, das bereits geschehen ist. Man muss damit zurechtkommen, es managen. Deshalb heißen wir Trainer im Englischen schließlich auch Manager. Wenn der Präsident beschließt, dass der Junge aus Norwegen für eine PR-Aktion drei Spiele mit der ersten Mannschaft absolvieren muss, dann werde ich mir einen Weg überlegen, das zu bewerkstelligen. Wenn der Präsident außerdem beschließt, den Mittelfeldspieler Xabi Alonso zu verkaufen, muss ich auch das akzeptieren. Wollte ich Alonso verlieren? Nein, natürlich nicht. Und ich freue mich, ihn in München wiederzutreffen. Aber meine Aufgabe war, dafür zu sorgen, dass das Team weiter funktionierte. In Paris war es anders. Bei Real Madrid hielt ich stets die Augen offen, weil mir klar war, dass mein Verbleib dort ständig auf der Kippe stand. Aber bei Paris Saint-Germain dachte ich, ich sei Teil eines langfristigen Projekts. Und so wollte ich mehr erfahren über die Jugendarbeit, die vereinseigene Fußballakademie im PSG-Trainingszentrum, Caen de Loge und die aktuelle und künftige Kaderzusammensetzung. Ich versuchte, dort eine Vereinskultur zu etablieren und ich wollte einbezogen werden, um sicherzustellen, dass die Spieler, die kamen, auch zu dieser Kultur passten. Spieler, Berater spielen mittlerweile eine sehr große Rolle im Prozess der Kaderzusammenstellung. Zum Glück ist der Umgang mit ihnen Sache des Geschäftsführers. Ich versuche, möglichst nichts mit Beratern zu tun zu haben. Und die Clubs, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben mich selten gebeten, mich mit ihnen einzulassen. Im Fußball kann der Berater beide Seiten vertreten, anders als in den USA, wo die Berater stets nur für eine Seite aktiv sein dürfen. Wenn der Berater aber für beide Seiten agiert, woher soll man dann wissen, für welche Seite er sich stärker engagiert? Ich selbst habe keinen anderen ständigen Berater als meine Frau Marianne. Ein sehr enger Freund ist für mich da, wenn ich Rat brauche. Wahrscheinlich schadet es nicht, dass er einer der besten Spielerberater in der Branche ist. Vielleicht sollte mein Rat lauten, heiraten Sie Ihre Beraterin. Oder, falls Sie schon verheiratet sind, bitten Sie Ihre Frau, Ihre Beraterin zu werden. Die Frau von Barcelonas rechtem Verteidiger Dani Alves ist zugleich seine Beraterin. Eigentlich ist es seine Ex-Frau. Sie hatten sich gerade getrennt und sie führte die Vertragsverhandlungen für ihn, als er zu Barcelona kam. Sie sagte, wie können Sie ihm so wenig Geld bieten? Er muss seine Frau und seine Kinder und mich ernähren. Nun, das ist eine Beraterin, die alle Trümpfe ausspielt, die sie zur Verfügung hat. Bei PSG hatte ich einen jungen Spieler, Adrien Rabiot, der ebenfalls dafür sorgte, dass alles in der Familie blieb, aber auf andere Weise. Er war 17 Jahre alt, als ich ihn in den Kader der ersten Mannschaft berief, und seine Mutter Veronique kam jeden Tag, um beim Training zuzusehen. Sie trieb ihren Sohn echt an, und eines Tages bat sie um ein Gespräch mit mir. Wir setzten uns zusammen, und Veronique sagte, ich bin hier als Mutter und als Beraterin für meinen Sohn. Moment, sagte ich, ich werde mit Ihnen nur in Ihrer Eigenschaft als seine Mutter sprechen, nicht mit Ihnen als Beraterin. Die Beraterin muss mit dem Präsidenten sprechen. Das ist meine Regel. Während der Transferperiode bitten mich der Sportdirektor oder der Präsident natürlich manchmal, mit den Beratern zu reden, aber nicht, sobald die Saison läuft. Das würde nicht funktionieren. Eingliederung Aufgabe des Trainers ist es, die Spieler, die verpflichtet wurden, in das Mannschaftsgefüge zu integrieren. Ich muss den Spielern vermitteln, wie sie sich außerhalb des Clubgeländes verhalten sollten und was von ihnen erwartet wird. Dinge wie vernünftig essen, verantwortungsbewusst trinken und ein normales Leben führen, womit ich meine, sich so schnell wie möglich in eine neue Kultur zu integrieren. Das ist Professionalität. Und genau die erwarte ich von meinen Spielern. Um auf das Thema Kultur und Sprache zurückzukommen. Ich kann es nicht verstehen, wenn ein Spieler nach zwei Jahren noch nicht die Landessprache beherrscht. Sechs Monate sollten das Maximum sein. Wenn ein alter Kerl wie ich es kann, dann können es die Spieler auch. Ich finde, die Pflicht zum Erlernen der Sprache sollte Bestandteil ihrer Verträge sein, denn eine Verweigerung schadet der Leistung. Und warum sollte man die Sprache nicht lernen wollen? Es ist unprofessionell, es nicht zu tun. Die Eingliederung wird, je nach Verein, unterschiedlich gehandhabt. Manche Clubs haben eine regelrechte Infrastruktur, um den Prozess möglichst reibungslos zu gestalten. Sie beschäftigen Leute, die den Spielern helfen, Häuser zu finden, Schulen, alles, was die Familie braucht, um sich in ihrer neuen Umgebung einzuleben. Für den Club ist diese Hilfestellung sinnvoll. Ein zufriedener und ausgeglichener Spieler kann sich wahrscheinlich besser aufs Spielen konzentrieren. Auch die Berater stehen den Spielern in der Regel helfend zur Seite bei der Eingewöhnung. Teil des Eingliederungsprozesses durch den Club ist normalerweise Unterstützung beim Erlernen der Sprache. Zudem hat der neue Spieler tagtäglich Kontakt zu seinen Mannschaftskameraden. Da kann er zuhören, lernen und üben. Entscheidend ist letztlich, er muss lernen wollen. Wir versuchten immer, die Spieler zusammenzubringen. Ich bat etwa Sergio Ramos, der aus Madrid stammte, sich um Kroos oder Bale zu kümmern. Ich wollte niemandem eine Freundschaft aufzwingen, es sollte bloß ein Vorschlag sein. Alles andere hängt von der Bereitschaft des Betreffenden ab. Das ist der ruhige Weg. Wenn man Führungsspieler wie Ramos, John Terry oder Paolo Maldini in der Mannschaft hat, dann kümmern sie sich sogar aus freien Stücken darum. Sie tun es automatisch. Und das ist der effektivste Weg von allen. Weiterentwicklung Wie entwickelt man Spieler wie Ronaldo ständig weiter, die bereits Weltklasseniveau haben? Das ist ganz leicht. Diese Spieler sind so professionell, dass sie einem sagen können, wo sie noch Entwicklungsbedarf haben. Und sie sprechen gern darüber, wo sie sich nach Meinung des Trainers noch verbessern können. Das werden nie technische Verbesserungen sein, sondern es wird immer mit der Spielanlage oder Analyse zu tun haben. Oder mit Kondition und Fitness. Mit den jungen Spielern verhält es sich ein bisschen anders. Für die jungen Spieler muss man sich ein spezielles Programm überlegen, um ihre Grenzen zu erweitern, ihr Spielverständnis und das Verständnis ihrer Rolle innerhalb unterschiedlicher Spielsysteme zu verbessern. Und man muss oft auch technische Defizite in einzelnen Bereichen angehen. Als Cristiano Ronaldo mit 18 bei Manchester United unterschrieb, war es also wichtig, dass er die Teamdynamik verstand. Und im Rahmen des United-Systems musste auch an der Qualität seiner Flanken und an seinen Entscheidungen im Spiel gearbeitet werden. Für seine Technik dürften sich Sir Alex und seine Co-Trainer nur insofern interessiert haben, als es darum ging, sie so mannschaftsdienlich wie möglich einzusetzen. Spätestens bei Real ging es dann nur noch darum, den Mitspielern klarzumachen, wie sie den optimalen Nutzen aus seinem Talent ziehen konnten. Die Ausbildung muss sich also ständig der Entwicklung des Spielers anpassen. Große Spieler sind große Entscheider. Sie wissen, wann sie passen, wann sie schießen, wann sie verteidigen und wann sie angreifen müssen, stets zum größtmöglichen Nutzen der Mannschaft. Als Trainer muss ich einen Topstar davon überzeugen, sein Talent in den Dienst der Mannschaft zu stellen. So kann auch er selbst sich weiterentwickeln. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das Talent nicht einschläft und effektiv bleibt und dass es sich in das Spielsystem einfügt. Ich will nicht, dass begabte junge Spieler ihre einzigartige Qualität opfern. Die müssen sie sich bewahren und zugleich muss ich der Mannschaft begreiflich machen, welchen zusätzlichen Wert ihr ein solcher Spieler verschafft. Wenn ich beispielsweise ein Real ohne Ronaldo trainiert hätte oder ein Juve ohne Zidane, hätte ich vielleicht ein anderes System spielen müssen. Als ich bei Parma war, hatte ich die Möglichkeit, Roberto Baggio zu holen. Ich ließ damals immer ein 4-4-2-System spielen und entschied deshalb, ihn nicht zu verpflichten, weil er hinter der Spitze spielen wollte, nicht in einem 4-4-2. Heute sehe ich ein, dass das ein Fehler war. Ich wollte ihn nicht als Stürmer spielen lassen, sondern als offensiven Mittelfeldspieler. Ich weigerte mich, meine Fußballidee zu ändern, weil ich nicht selbstbewusst war, sondern unsicher. Mir fehlte die Erfahrung. Ich hatte ein bisschen Angst. Und am Ende war mir klar, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Ich hätte mit Baggio arbeiten und einen Weg finden sollen. Ich lernte meine Lektion und schätzte künftig Flexibilität beim Spielsystem. Als ich zu Juventus ging, musste ich Zidane unterbringen und baute das System um ihn herum, statt ihn in mein bevorzugtes 4-4-2 zu zwängen. Ich wollte Zidane nicht auf der linken Seite einsetzen, wo er sich nicht wohl fühlte. Wir spielten stattdessen mit einer Dreierkette, vier Mittelfeldspielern und mit Zidane hinter den zwei Spitzen. Wenn wir angriffen, spielte er zwischen den Linien, also zwischen dem Mittelfeld und den Stürmern. Und wenn wir verteidigten, half er ein bisschen im Mittelfeld. Bei Cristiano Ronaldo dachte ich anfangs, dass es am einfachsten wäre, ihn zusammen mit Karim Benzema als Stürmer einzusetzen. Auf diese Weise könnte ich James Rodriguez auf der rechten Seite einsetzen, während Bale auf der linken und Modric und noch ein anderer in der Mitte spielten. Die Leute sagen, ich musste James spielen lassen, weil der Präsident nach der WM 2014 so viel Geld für ihn ausgegeben hatte, aber das spielte für mich keine Rolle. Das Geld zählt nicht, sobald der Spieler im Verein ist. Ich wollte James im Team wegen seiner fußballerischen Qualitäten. Er ist uneigennützig und ein harter Arbeiter. Ein echter Profi. Ich war mir sicher, dass Cristiano problemlos Mittelstürmer spielen konnte. Und es würde seine Torjägerstatistik nicht beeinträchtigen, was für ihn sehr wichtig ist. Ich sprach mit ihm darüber und er sagte, er würde sich nicht wohlfühlen dabei, er würde lieber außen spielen, wo er alles überblicken könne und mehr Platz habe, bevor er dann nach innen ziehe. Wer wäre ich, darüber mit ihm zu streiten? Wie käme ich dazu, die Position eines Spielers, der pro Saison 60 Tore schießt, gegen seinen Willen zu verändern? Also musste ich eine Lösung finden. Ich hatte vorher noch nicht so oft ein 4-3-3 spielen lassen, aber ich musste es ausprobieren, damit Cristiano auf der Position spielen konnte, die seinen Talenten am besten entsprach. Und, was am wichtigsten war, von wo aus diese der Mannschaft am meisten nützten. Andrea Pirlo bei Milan war ein schönes Beispiel dafür, wie man einen Spieler weiterentwickelt und wertvoller für die Mannschaft macht, indem man ihm zuhört. Ich sprach mit ihm darüber, dass wir einen qualitativ hochwertigen Kader zusammenstellen müssten, weil der Besitzer wolle, dass attraktiver Fußball gespielt wurde und dass ich jemanden für das defensive Mittelfeld suche. Pirlo sagte einfach zu mir, das kann ich machen. Zuerst war ich überrascht, aber dann stellte ich mir die Position im Geiste vor und ich dachte, ja, du könntest in der Tat der Richtiger sein. Meine Sorge war, dass ihm nach drei Jahren als offensiver Mittelfeldspieler die Kondition für die neue Position fehlen könnte. Er würde dort viel mehr laufen müssen und er war kein physisch starker Spieler. Er würde lernen müssen, um zu verstehen, wie man auf dieser Position spielt. Ich würde die defensiven Pflichten dieser Rolle ansprechen müssen, aber ich wollte ihm nicht sofort Angst machen, kaum, dass er die Idee geäußert hatte. Stattdessen betonte ich erst einmal die offensiven Aspekte der Position, dass er der Fixpunkt der Mannschaft sein und ihren Spielrhythmus vorgeben würde. Später gelang es mir, ihm ein gutes Gefühl zu vermitteln und jegliche Zweifel hinsichtlich seiner Ereignung zu zerstreuen, indem ich erklärte, dass die Defensivsituation so schwierig nicht sei. Ich will nur, dass du auf der rechten Position bist, sagte ich. Du musst nicht pressen, du musst nicht grätschen, aber du musst, wenn nötig, nachsetzen und du musst hinter dem Ball sein, wenn der Gegner angreift. Ich versuchte, ihm jegliche Sorgen zu nehmen, die er eventuell hatte, denn ich war mir sicher, dass er der Aufgabe gewachsen sein würde. Schließlich sollte er kein Claudio Gentile oder Jürgen Kohler sein. Ich erklärte ihm seine Bedeutung als Spielgestalter und dass er verglichen mit einem offensiven Mittelfeldspieler mehr Raum habe, wenn er tiefer stehe. Ich versuchte, ihm Selbstvertrauen einzuflößen, indem ich ihm versicherte, niemand könne diese Position besser spielen als er. Natürlich hätten wir es nicht gemacht, wenn er nicht überzeugt gewesen wäre. Zum Glück für mich, für Milan und für die Nationalmannschaft, aber nicht für England und Deutschland, freute er sich riesig darauf, es auszuprobieren, weil er in seiner Rolle als Angreifer nicht sehr viel Raum hatte. Als offensiver Mittelfeldspieler hatte er in den drei Jahren zuvor nicht allzu oft gespielt. Wir hatten jede Menge Spieler auf diesen Positionen. Pirlo war klug und erkannte einen potenziellen neuen Karriereweg für sich. Er wurde dann einer der besten defensiven Spielmacher der Welt und nutzte seine Talente für die Mannschaft. Aus meiner Sicht kann es niemals darum gehen, die Fähigkeiten eines Superstars zu opfern, indem ich ihn einschränke, sondern im Gegenteil. Er soll sich bestmöglich entwickeln, weil das immer das Beste für die Mannschaft ist. Unter dem Strich geht es also nicht darum, das Talent zu domestizieren, damit es zum Team passt, sondern umgekehrt, das Team zu stärken, damit es zum Talent passt. Trennung Zu den wichtigen Aufgaben von Führungskräften gehört es, das Ausscheiden leistungsschwacher oder überzähliger Mitarbeiter zu managen und dabei fürsorglich und umsichtig vorzugehen. Im Fußball wird das Vorgehen des Managements, inklusive Trainer, gegenüber Spielern, die nicht mehr erwünscht sind, oft als Rüde empfunden. Ein solches Verhalten ist aus professioneller Sicht unklug, denn man weiß nie, ob man einem Spieler nicht anderswo wieder begegnet. Ich habe das stets klar im Bewusstsein. Ich bin bisher selten in die Situation gekommen, das Ausscheiden eines Spielers aus dem Verein zu forcieren, aber als ich bei Real Madrid war, kam Javier Chicharito Hernández zu mir, um sich nach seiner Zukunft zu erkundigen. Ich sagte ihm, ich weiß nicht, wie meine eigene künftige Situation sein wird, sodass ich keine Antwort geben kann. Wenn ich bleibe, möchte ich, dass wir beide bleiben, aber das ist nicht meine Entscheidung. Bei großen Klubs ist es in der Regel die Entscheidung des Präsidenten und des Geschäftsführers und nicht des Trainers, ob ein Spieler bleibt. Und das wird immer ausschließlicher so sein, je kommerzieller der Fußball wird. Natürlich habe ich einen gewissen Einfluss. Wenn ich entscheide, dass ein Spieler nicht mehr aufgestellt wird, dann weiß der Geschäftsführer in der Regel, dass dieser Spieler auch wirtschaftlich kein Aktivposten mehr ist, sondern das Gegenteil. Oft kommt dann der Präsident ins Spiel und stellt Fragen. Die Antwort liegt häufig anderswo als nur auf dem Platz. Jemanden aus der Mannschaft zu nehmen und auf die Bank oder schlimmer noch auf die Tribüne zu verbannen, kann manchmal eine sehr heikle Angelegenheit sein. Ich versuche dafür zu sorgen, dass Spieler, die ich aus der Mannschaft genommen habe, weiterhin motiviert sind, indem ich andauernd mit ihnen kommuniziere und während des Trainings ein Auge auf sie habe. Aber trotzdem kann es knifflig sein. So war beispielsweise der Umgang mit Ika Casillas, der Torwart-Legende von Real Madrid, ohne Zweifel eine schwierige Angelegenheit. Vor meiner Ankunft hatte Casillas nicht gespielt. Mourinho hatte Diego López vorgezogen. Ich wusste um Casillas großartige Vergangenheit bei dem Klub und stand vor einem Dilemma. In einer solchen Situation ist es immer am besten, nüchterne Kriterien anzulegen. Wenn man meint, dass der eine besser ist als der andere, dann nimmt man ihn. Und ebenso, wenn einer bei einem entscheidenden Faktor vorn liegt. Es kann beispielsweise vorkommen, dass wir in der Abwehr sehr hoch stehen werden und ich deshalb den schnelleren der beiden, ansonsten gleichwertigen Keeper aufstelle. Ich beschloss, Diego López zur Nummer 1 im Tor zu machen und informierte Casillas vor dem ersten Spiel. Ich erklärte ihm, dass Diego López meiner Meinung nach im Moment weiter sei als er. Dagegen konnte er schwerlich argumentieren, weil López die volle Saisonvorbereitung mitgemacht hatte und Casillas nicht. Es gibt sicherlich zehn Kriterien zur Beurteilung eines Torwarts und in neun davon waren beide Keeper gleichwertig. aber in diesem einen Aspekt lag Diego López einfach ein bisschen weiter vorn. Obwohl ich diese Entscheidung getroffen hatte, wollte ich nicht, dass Casillas die ewige Nummer 2 wäre. Deshalb beschloss ich, sie rotierend einzusetzen. Den einen in der Liga und den anderen in den Pokalwettbewerben, also auch in der Champions League. Die Gespräche mit beiden waren hart, aber fair. Ich sagte Diego López, es sei mir wichtig, im Kader eine positive Stimmung aufrecht zu erhalten. Erst nachdem er informiert war, sprach ich mit Casillas und sagte ihm, ich wolle ihm Gelegenheit geben zu spielen. Ich weiß, dass du ein großartiger Torhüter bist, sagte ich, und es wäre nicht korrekt, dich auf Dauer zum Ersatz-Torwart zu degradieren. Er erwiderte, ich bin nicht glücklich, aber ich verstehe die Entscheidung. Ich werde weiterarbeiten. Es gibt Gespräche, die schmerzlich sind. Obwohl Casillas in den Pokalwettbewerben spielte, war er noch immer unglücklich. Er wollte in allen Wettbewerben die Nummer eins sein. Das Ergebnis meiner Entscheidung war letztlich, dass ich zwei höchst motivierte Torleute hatte. Sowohl Casillas als auch Lopez konnten mit Fug und Recht behaupten, dass sie in den wichtigsten Spielen aufliefen. Lopez in der spanischen Liga und Casillas in der Champions League und der Copa del Rey. Diego Lopez kam im Saisonverlauf auf 37 Einsätze, Casillas auf 24. Lopez ist ein echt bescheidener Mensch und ein seriöser Spieler. Das mit der Champions League war ihm recht. Vielleicht auch, weil ein permanent lauernder Casillas zu viel Druck für ihn bedeutet hätte. Es war nicht leicht für ihn, eine Madrider Legende zu ersetzen und so half meine Entscheidung vielleicht, ihm etwas von diesem Druck zu nehmen. Einen Mitarbeiter zu degradieren oder ganz zu ersetzen, sei es vorübergehend oder auf Dauer, ist schwierig und erfordert Feingefühl und Diplomatie, damit es einigermaßen konfliktfrei über die Bühne geht. Natürlich gibt es immer negative Aspekte, aber man darf nie vergessen, dass man die betroffenen Menschen eines Tages wieder über den Weg laufen könnte, als Vorgesetzter, als Ebenbürtiger oder gar als Untergebener. und dann wird man ganz sicher ernten, was man gesät hat. Die ruhige Philosophie Stars und Talente Sprechen Sie Ihre Leute, egal ob kreative oder andere Mitarbeiter, stets als Menschen an. Orientieren Sie sich bei der Rekrutierung an Ihren Werten und achten Sie darauf, dass die Neuen zur Unternehmenskultur passen. Versuchen Sie, den Kontakt mit Mittelspersonen wie Beratern zu vermeiden. Je mehr Ebenen, desto mehr Komplexität und Raum für Missverständnisse. Sprechen Sie, wenn möglich, immer direkt mit Ihren Leuten. Beim Coachen von Spitzenkräften geht es ums Feintuning, nicht ums Grundsätzliche. Die technischen Seiten Ihres Jobs sollten Sie ohnehin drauf haben. Sie müssen Ihnen dabei helfen, Führungsaufgaben wahrzunehmen. Sie können Kreative nicht steuern. Sie können lediglich die richtigen Informationen zur Verfügung stellen, damit Sie erreichen, was Sie erreichen wollen. Den Rest müssen die Kreativen selbst tun. Vergessen Sie nie, dass es das vorrangige Ziel von Spitzenkräften ist, Ihre besonderen Fähigkeiten zu wahren und zu entwickeln. Die Stars suchen sich Ihre Unternehmen ebenso selbst aus, wie sie von Ihnen ausgewählt werden. Betreiben Sie die Suche nach Kreativen entsprechend Ihrem Budget. Das könnte bedeuten, dass Sie talentierten jungen Mitarbeitern eine Chance geben müssen. Fürchten Sie sich nicht davor, sondern sehen Sie es als Chance. David Beckham über Ancelotti Mit Carlo hatte ich erstmals intensiver zu tun, als er mich 2009 auf Leihbasis zum AC Mailand holte. Wegen der vertraglichen Dinge hatte ich mich mit Adriano Gagliano unterhalten, aber ich wollte auch mit Carlo sprechen, um sicher zu gehen, dass auch er mich wirklich im Klub und im Team haben wollte. Die Idee, nach Italien zu gehen, wurde zuerst von Fabio Capello zur Sprache gebracht, der damals Trainer der englischen Nationalmannschaft war. Ich spielte damals bei Los Angeles Galaxy und sprach mit ihm über meine Chancen, ins englische WM-Aufgebot berufen zu werden. Er sagte mir, du musst dich ausleihen lassen, um berufen zu werden. Du brauchst das richtige fußballerische Niveau. Als ich ihn um Rat fragte, wohin ich gehen solle, sagte er, du solltest zu Milan gehen. Carlo wird sich um dich kümmern. Das sagt ihnen alles, was sie über Carlo wissen müssen. Tatsächlich begegnet bin ich Carlo zum ersten Mal in Dubai, wo die Mannschaft die Weihnachtspause verbrachte. Natürlich wusste ich, dass er ein exzellenter Trainer war, aber ich war nicht darauf gefasst, dass er dazu noch ein großartiger Typ ist. Ich denke praktisch, jeder Fußballer hätte ihn gerne als Trainer. Und zwar nicht nur wegen des Respekts für seine jahrzehntelange erfolgreiche Karriere als Spieler und als Trainer, sondern auch, weil er ein netter Kerl ist. Seine Spieler wollen einfach für ihn spielen und gewinnen. Und ich denke, genau darum ist es Carlo immer gegangen. Wenn ich sage, dass Carlo ein netter Mensch ist, dann muss ich hinzufügen, dass er auf dem Platz sehr fordernd sein kann. Er hat die Spieler immer hart rangenommen, weil er genau weiß, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Als ich zum ersten Mal nach Dubai kam, um zur Mannschaft zu stoßen, wusste ich, dass ich nie in der Startelf stehen würde, weil es Spieler gab, die schon seit Jahren da waren und ich war nur auf Leihbasis dort. Eigentlich hatte ich nicht mal über das Thema Startaufstellung nachgedacht. Aber ich arbeitete hart und brachte gute Leistungen im Training und dann in der ersten Rückrundenpartie nach der Weihnachtspause stand ich gegen die Roma im Team. Natürlich freute ich mich und mein Verhältnis zu Carlo war damals großartig. Für einen Spieler ist es das Schlimmste, wenn der Trainer nicht erkennt, dass du hart arbeitest, aber Carlo hatte meine Anstrengungen gesehen. Von diesem Moment an wusste ich, dass ich immer gern für diesen Mann spielen würde. Als sich meine Karriere in Amerika ihrem Ende zuneigte und ich die Chance hatte, sechs Monate zu Paris Saint-Germain zu gehen, fiel mir die Entscheidung nicht schwer. Die Herausforderung, der Mannschaft beim Erringen der ersten Meisterschaft nach 19 Jahren zu helfen, die Tatsache, dass es Carlo war, der fragte und natürlich, dass Ibra auch da war, es gab nicht viele Gründe, Nein zu sagen. In der Kabine bevorzugt Carlo die leisen Töne. Er glaubt, dass Spieler in der Lage sein sollten, sich selbst zu motivieren. Manche Trainer schreien und werden wütend, um Autorität zu zeigen. Aber Carlo hat diese Autorität von selbst, weil man ihn so sehr respektiert. Die Ruhe, die er ausstrahlt, hilft den Spielern ruhig zu bleiben. Und sie motiviert sie, für ihn zu spielen. Das ist eine seiner großen Stärken. In Sachen Taktik kann Carlo nichts überraschen. Erstens, weil er Italiener ist und diesen Aspekt des Spiels schon deshalb sehr ernst nimmt und zweitens, weil er alles über das Spiel weiß, was man wissen muss. Bei Milan hatten wir ständig Videositzungen und Besprechungen über die nächsten Gegner und dessen Spieler. Er umgibt sich mit großartigen Leuten und lässt kein Detail unbeachtet. Und genau deshalb ist er so erfolgreich und wird es weiter sein. Er feilt immer so lange am Erfolg, bis alles passt. Wenn die Mannschaft eine schwierige Phase durchmachte, nahm Carlo die gesamte Verantwortung dafür auf sich. und wenn irgendwo im Klub Unruhe herrschte, sorgte er dafür, dass wir Spieler davon unbehelligt blieben. Er nahm den externen Druck von uns und gab sich notfalls selbst die Schuld. Das tun nur große Trainer. Carlo war sehr entspannt. Aber wenn man nicht gut spielte und wenn man nicht das tat, was er für richtig erkannt und angeordnet hatte, dann erfuhr man durchaus, was er davon hielt. Wenn es eine Sache gibt, die ihn wütend macht, dann ist das mangelhafte Einstellung. Wenn man nicht seriös ist, wie er gern sagt. Zu meinem Glück bin ich von einem Trainer ausgebildet worden, für den die richtige Einstellung ebenfalls das A und O ist. Sir Alex Ferguson. Respekt vor dem Gegner und den Unwägbarkeiten des Spiels ist ihm ebenfalls wichtig. Wenn du 3 zu 0 oder 4 zu 0 gewinnst und danach herumprallst, dann hast du Carlo gegen dich. Er ist ein typischer Italiener. Es geht immer auch darum, die Dinge auf die richtige Art und Weise zu tun und nicht irgendwie. Carlo schätzt Spieler, die wissen, wann es darauf ankommt, ernsthaft zu arbeiten. Es war günstig für mich, dass ich das von Manchester United kannte, wo man eine Geldstrafe aufgebrummt bekam, wenn man sich eine Minute verspätete. Carlo hat dieselbe Haltung. Er will, dass man alles dafür tut, Erfolg zu haben und auch auf höchstem Niveau der Beste zu sein. Man muss immer professionell sein. Man kann sich nicht einfach durchs Training mogeln, ohne sich anzustrengen. Nehmen Sie Ibra, der eine Reihe von Jahren unter Carlo gespielt hat. Jeder weiß, dass Ibra einer der größten Fußballer überhaupt ist. Aber er ist auch einer derjenigen, die am härtesten arbeiten. Er wird von allen Kollegen respektiert, weil ihm egal ist, ob er in einer WM-Partie spielt oder in einem Trainingsspielchen fünf gegen fünf. Er will gewinnen. Und Carlo ist ganz genauso. Bis zu einem gewissen Grad hat Carlo nichts gegen Herumflachsen. Und solange man seine Sache professionell macht, ist das für ihn völlig in Ordnung. Aber wenn es Grund zur Enttäuschung gibt, hält er damit nicht hinter dem Berg. Selbst wenn seine Mannschaft gewinnt, wird er unzufrieden sein, wenn die Einstellung nicht stimmte. Auch beim Aufwärmen und Dehnen erwartet er volle Professionalität. Natürlich kann er ausrasten, wie jeder von uns. Aber das scheint keinen Einfluss darauf zu haben, dass die Spieler ihn mögen. Das einzige Mal, dass ich ihn habe austicken sehen, war im letzten Spiel der Saison, als ich bei Milan war und es um die Champions League-Teilnahme ging. Wir gewannen die Partie, spielten aber grottenschlecht. Ich könnte Ihnen nicht sagen, was genau er uns an den Kopf geworfen hat, denn wenn er wirklich mal ausrastet, tut er es auf Italienisch. Es ist sagenhaft und ein unverhofftes Schauspiel, aber irgendwie ist es auch unheimlich. Zum Glück verstehe ich Italienisch nicht so gut. Ich hatte das Glück, für großartige Trainer zu spielen und ich könnte keine Rangfolge aufstellen. Jeder hatte seinen eigenen Stil. Aber eines haben sie alle gemeinsam. Es sind Siegertypen. Jeder Trainer hat seine eigene Methode, eine Mannschaft und einzelne Spieler zu trainieren. Sir Alex Ferguson nötigte auf seine eigene Art Respekt ab und Carlo bekommt ihn automatisch, weil er alles über das Spiel weiß und die Spieler mit großem Respekt behandelt. Aber nur, wenn dieser Respekt erwidert wird. Ich erinnere mich noch sehr gut an Carlos letztes Spiel beim AC Mailand. Ich sah in der Kabine, wie viel Liebe die Spieler für ihn empfanden. Und dieses Wort ist nicht zu stark. Sie liebten ihn nicht bloß als Trainer, sie liebten ihn als Mensch. Es war für sie, als würden sie ihren Vater verlieren. Carlo hielt eine Rede in der Kabine und er war sehr gerührt. Aber noch gerührter waren die Spieler, die Jahre mit ihm zusammen gewesen waren. Ich hatte damals nur sechs Monate unter Carlo gespielt und er sprach Italienisch, sodass ich nur einen Teil davon verstehen konnte. Aber selbst ich war gerührt. Spieler wie Paolo Maldini, Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi und Alessandro Nesta heulten wie die Schlosshunde, weil sie wussten, dass der Verein sich verändern würde, wenn dieser eine Mann, dieser Mann, der dem AC Mailand so viele Erfolge beschert hatte, jetzt den Klub verließ. Wie Ibra später bei PSG sagte, jetzt wo er weg ist, wird man erkennen, wie gut er war. Leider passiert das sehr häufig. Erst wenn ein großer Trainer wie Carlo einen Klub verlässt, verstehen wirklich alle, was er für den Verein bedeutet hat. Über Zusammenarbeit Ein geheimnisvoller Nimbus umgibt die Kabine, das Allerheiligste im Fußball. Aber dort laufen im Prinzip dieselben Mechanismen ab wie an jedem anderen Arbeitsplatz. Ein waches Gespür für die Befindlichkeiten der Belegschaft gehört zum Grundinstrumentarium jeder Führungskraft. Während meiner gesamten Trainerlaufbahn musste ich mich immer wieder schnell auf die intensive Dynamik einstellen, die in einem Profiklub herrscht. An meinem ersten Tag in einem neuen Verein erweisen die Spieler und die übrigen Angestellten des Klubs mir Respekt für das, was ich als Spieler und als Trainer geleistet habe. Danach zählt meine Vergangenheit nichts mehr. Sondern sie beobachten mich Tag für Tag mit Argus-Augen. Was macht er? Wie ungezwungen ist sein Benehmen? Ist er seriös? Ist er professionell? Dies sind die Fragen, die den Spielern durch den Kopf gehen. Es ist, als müsste man jeden Tag eine Prüfung ablegen. Wenn sie nicht der Meinung sind, dass man sie voranbringen kann, dann ist es den Spielern egal, für wen man gespielt oder wen man schon trainiert hat. Es funktioniert aber auch andersherum. Wenn sie der Meinung sind, dass man ihnen nutzen kann, dann ist ihnen egal, ob man irgendwann mal irgendwo gespielt hat oder nicht. Es geht also nur um die Frage, was man für sie tun kann. Denn Spitzenkräfte und Kreative sind sehr selbstbezogen. Sie wollen, dass ihre Begabung gefördert wird. Und wenn ich ihnen das nicht bieten kann, bin ich nutzlos für sie. Die Wortführer Als ich zu Chelsea kam, dachte ich, dass die Eingewöhnung in die neue Umgebung weit weg von der Geborgenheit, den Annehmlichkeiten und der Sprache meines Heimatlandes für mich die größte Herausforderung sein würde. Es zeigte sich dann, dass organisatorisch alles vorhanden war, was mir die Eingliederung erleichtern konnte. Aber wie würde ich mit der Mannschaft klarkommen? Auch wenn es viele ausländische Spieler im Club gab, den Kern bildete die sehr starke Gruppe der englischen Spieler. Sie musste ich auf jeden Fall mit ins Boot holen, wenn ich hier erfolgreich sein wollte. Wie sich herausstellte, machte gerade das meine Arbeit leichter als gedacht. Ich traf auf ausgezeichnete englische Spieler, John Terry, Frank Lampard, Ashley Cole. Sie waren professionell im Training und auf dem Platz, wo sie mit der richtigen Einstellung und großer Intensität zu Werke gingen. Das war eine angenehme Überraschung. Rechnet man Spieler wie Petr Tschech, Didier Drogba und Michael Ballack dazu, so gab es eine zentrale Gruppe eindeutiger Führungsspieler. Jeder hatte seine eigene Art zu führen, aber alle waren starke Persönlichkeiten und großartige Vorbilder für die anderen. Ich begann zu jedem dieser Spieler ein eigenes Verhältnis aufzubauen. Ich spreche mit Spielern nicht nur gern über Taktik, sondern auch über persönliche Dinge und ich flachse gern herum. Bei der Arbeit sollte es nicht immer ernst zu gehen. Zu wissen, wer der Mensch hinter dem Spieler ist, ist mir wichtig. Es interessiert mich, was die Spieler beschäftigt und wie ich mich um sie kümmern kann, wenn nötig. Außerdem hilft eine gute persönliche Bindung in jenen Phasen der Saison, in denen manchmal harte Entscheidungen nötig sind. Deshalb sollte man sich als Trainer so früh wie möglich um diese Bindungen bemühen. Bei manchem fällt das leichter, bei manchem schwerer. Didier Drogba zum Beispiel war anfangs nicht sehr zugänglich, sondern eher misstrauisch. Es ist immer wichtig, echte Führungsspieler im Team zu haben. Sie müssen nicht sein wie ich. Stattdessen müssen sie mich ergänzen und vom Rest des Teams respektiert werden. Idealerweise sollte es mehr als einen Führungsspieler geben. Bei Chelsea waren es, wie erwähnt, besonders viele. Bei Real gab es Leute wie Ramos, Ronaldo und Pepe. Führungsspieler können nur führen, wenn ihre Mitspieler an sie glauben. Aus welchem Grund auch immer. Es kann die Persönlichkeit sein, wie bei Ibrahimovic oder John Terry, oder es kann ihre Vorbildwirkung auf dem Platz sein, wie bei Franco Baresi, mit dem ich bei Milan spielte, oder Ronaldo. Es kann beides sein. So jedenfalls sehe ich die Führungsspieler gern, als Lieder durch Persönlichkeit oder als Lieder durch Technik. Ein Lieder durch Persönlichkeit führt dank seiner Charakterstärke. Er ergreift in Besprechungen häufig das Wort, spricht viel mit seinen Mannschaftskameraden, schreit oft über den Platz und hilft überall aus, wo es brennt. Er sollte konstruktiv sein und furchtlos und er wird sich immer zeigen, wenn es nötig ist. Ein Lieder durch Technik spricht nicht zu viel, sondern führt mit seiner Spielweise. Solche Spieler sind immer sehr professionell und alle Youngster streben danach, so zu werden wie sie. Der Lieder durch Technik ist der Spieler auf dem Platz, der das meiste Wissen und die größte Spielintelligenz hat. Er trainiert hart, spielt hart und benimmt sich auch abseits des Rasens korrekt, ganz im Sinne der Kultur des Vereins. Ich habe festgestellt, dass es effektiv ist, eine Kombination der unterschiedlichen Arten von Führungsspielern zu haben, wobei mir bewusst ist, dass die Qualitäten sich nicht gegenseitig ausschließen. Ein Spieler kann eine starke Persönlichkeit sein und gleichzeitig ein großartiges Vorbild abgeben. Nehmen Sie Ibrahimovic. Außerdem gibt es noch den politischen Führungsspieler. Er gilt bei den Journalisten als Führungsspieler und ist für die Fans oft das Aushängeschild des Vereins, wird aber von seinen Mannschaftskameraden nur selten als echter Leader gesehen. Manchmal interessieren sich überragende Einzelkönner vom Kaliber eines Ronaldo nicht für den Rest des Teams, sondern nur für sich selbst. Aber für Christiano gilt das nicht. Er ist ein Leader qua Technik, äußerst seriös, äußerst professionell in allem, was er tut. Bei Milan hatte ich das Glück, Paolo Maldini zu haben, einen Leader qua Persönlichkeit und qua Technik und ein Idol für den Verein. Er war, wie Ramos bei Madrid, eine starke Persönlichkeit, niemals ängstlich, niemals verunsichert, immer konstruktiv und er sprach sehr viel mit seinen Teamkameraden. Dann war da Andrea Pirlo, ein ziemlicher Einzelgänger, ein bisschen schüchtern, aber in seinem Spiel, ein fantastisches Vorbild, ein Leader qua Technik. Alessandro Nesta war ebenfalls ein gutes Vorbild, ein anderer Typ als Maldini und Gennaro Gattuso ein weiteres. Andriy Shevchenko war sowohl eine starke Persönlichkeit als auch ein starker Techniker, aber er war sehr auf sein eigenes Spiel fokussiert. Er war ein Knipser, was soll man da machen? Ebenso verhielt es sich bei Hernan Crespo, der einfach großartig für das Team war, weil er wild auf Tore war. Natürlich wird es zwischen so vielen starken Persönlichkeiten immer Konflikte geben und um die muss man sich schnell kümmern. Bei Chelsea gerieten einmal Michael Ballack und Joe Cole aneinander, nachdem Ballack während des Trainings wirklich hart gegen Cole eingestiegen war. Er traf ihn, Joe reagierte, und sie fingen an, sich voreinander aufzubauen. Im Fußball erwischt man den anderen manchmal, der wird sauer und reagiert und die ganze Sache eskaliert. Wenn es zu Handgreiflichkeiten kommt, dann in der Regel, weil ein Spieler oder beide ein bisschen ungestüm sind und überreagieren, es ist selten eine große Sache. Bevor ich einschreite, warte ich in solchen Fällen erst mal ab, um zu sehen, ob sie es unter sich ausmachen. Wenn das nicht passiert, dann schicke ich die Streithähne in die Kabine. Manchmal, wenn es wirklich schlimm ist, gehe ich kurz darauf hinterher, um mich zu vergewissern, dass sie es nicht zu weit treiben, aber normalerweise ist die Sache schon geregelt, wenn ich in der Kabine erscheine und ich gehe wieder. Wenn nicht, spreche ich erst mit beiden gemeinsam und dann mit jedem einzeln und am Tag danach, wenn der Streit beigelegt worden ist, rede ich der ganzen Gruppe noch einmal ins Gewissen. Gestern gab es einen Streit. Seht zu, dass so etwas nicht nochmal vorkommt, denn wir sind Mannschaftskameraden und müssen zusammenstehen, wenn wir irgendwas erreichen wollen. Im Fall von Kohl und Ballack sprach ich mit beiden gemeinsam, sie schüttelten sich die Hände und die Sache war erledigt. Vielleicht habe ich insofern Glück gehabt, als ich es nie mit langanhaltenden Fäden zu tun hatte, wie der zwischen Andy Cole und Teddy Sheringham bei Manchester United, von dem er mir erzählte. Doch Sir Alex wurde damit auf seine Art fertig und der Erfolg des Teams blieb davon unbeeinträchtigt. Es wird immer so sein, dass manche sich mehr mögen als andere, aber alle müssen einsehen, dass persönliche Antipathien nicht das Spiel und den Erfolg der Mannschaft beeinträchtigen dürfen. Das wäre in niemandes Interesse. Das gilt auch für mich. Ich habe nicht zu allen Spielern ein gleich enges Verhältnis. Mit manchen komme ich besser zurecht als mit anderen, aber in der Kabine sind sie alle gleich. Sie müssen wissen, dass ich sie alle gleich behandle, weil ich Profi bin. Die kleinste Spur von Günstlingswirtschaft kann tödlich sein. Das Kapitänsamt. Manchmal wird zu viel Aufhebens um das Kapitänsamt gemacht, auch wenn es durchaus wichtig sein kann. Manche Spieler wollen Mannschaftskapitän sein und entwickeln sich weiter, wenn man ihnen das Amt überträgt. Andere wollen nicht Kapitän sein und haben es auch nicht nötig. Sie sind geborene Führungsspieler. Als ich bei Paris Saint-Germain Ibrahimovic die Kapitänsbinde anbot, lehnte er mit dem Hinweis ab, er wisse nicht, wie lange er bei dem Club bleiben werde und sei deshalb nicht die richtige Wahl. Aber das hielt ihn nicht davon ab, dank seiner Persönlichkeit ganz selbstverständlich als Führungsspieler aufzutreten. In meiner eigenen Spielerlaufbahn war ich nur einmal für kurze Zeit Mannschaftskapitän beim AS Rom. Es war ein bisschen merkwürdig, weil ich, um ehrlich zu sein, gar nicht Kapitän sein wollte. Sven Göran Eriksson war der Trainer und der Mittelfeldspieler Agostino di Bartholomei war Kapitän, bis er 1984 zu Milan ging. 1986 entschied Eriksson dann, dass ich die Binde tragen sollte. Er fragte die älteren Spieler, ob es eine gute Idee sei, mich zu ernennen und sie sagten, okay. Ich war ein bisschen überrascht, das Amt zu bekommen, aber es war eine Ehre. 1987 ging ich dann zu Milan, wo Franco Baresi Kapitän war. Er redete nicht viel, aber er war wirklich seriös und sehr stark. Seine Stärke rührte von seinem vorbildlichen Charakter, seinen Wertvorstellungen als Profi und seiner Arbeitsmoral. Maldini hat eine Menge von Baresi gelernt. In meinen drei Jahren als Kapitän musste ich nie irgendwelche echten Probleme lösen, was allerdings daran lag, dass die Institution des Mannschaftskapitäns damals noch nicht so wichtig war wie heute. Damals war das Amt eher eine Ehre als eine Aufgabe. Heute ist der Kapitän stärker eingebunden. Er spricht mit dem Trainer und den Schiedsrichtern, dient den Mitspielern als Vorbild und Bezugsgröße und ist der Ansprechpartner für den Vereinsboss. Weil die Kader heute größer sind, ist der Kapitän stärker in der Verantwortung, insbesondere den Spielern, die aus dem eigenen Nachwuchs in den Kader aufrücken, ein Beispiel zu geben. Wenn man als Trainer zu einem neuen Klub kommt, findet man gelegentlich schon einen Mannschaftskapitän vor. Bei Chelsea etwa war es John Terry und damit hatte die Sache sich bereits erledigt. Manchmal jedoch muss man den Kapitän austauschen, wie etwa bei Paris Saint-Germain. Als ich dort hinkam, war der erst 21-jährige Mamadou Sakko Kapitän. Ich belies ihn so lange im Amt, bis ein geeigneter Anwärter in Aussicht war, und als Thiago Silva kam, machte ich ihn zum Kapitän. Ich traf diese Entscheidung nicht, weil Sakko nicht gut war in dieser Rolle. Er hatte sehr viele Qualitäten, sondern weil zu viel Druck auf ihm lastete. Er stammte aus Paris, war ein Produkt der PSG-Nachwuchsakademie und, wie gesagt, sehr jung. Thiago redete nicht viel, aber wie Baresi war er ein Vorbild für die anderen Spieler. Als Trainer muss ich natürlich einen besonders engen Draht zum Kapitän haben, der aber professionell sein muss, statt persönlich. Zwischen mir und allen Spielern, selbst dem Kapitän, muss eine gewisse Distanz herrschen. Das habe ich von Paolo Maldini gelernt. Er hatte mir sehr viel geholfen, als wir Teamkollegen bei Milan waren, und ich dachte, dass das so bliebe, als ich als Trainer zurückkehrte. Aber Maldini verendete sein Verhalten sogar stärker als ich. Ich sah ihn noch immer als Mannschaftskameraden, aber er behandelte mich als den Boss. Ich hätte diesen Wandel nicht so schnell vollziehen können, wenn Maldini nicht klar gesagt hätte, dass wir ein neues, professionelles Verhältnis haben müssten. Ich verstand und war ihm sehr dankbar. Nicht immer ist der Kapitän auch der wichtigste Führungsspieler. Bei Madrid war Ramos nicht der Kapitän des Teams, diese Ehre gehörte Casillas. Aber Ramos war der Leader. Vor allem, weil Casillas nicht in allen Spielen eingesetzt wurde. In Madrid ist die Situation ohnehin speziell. Der Klub hat einen Kapitän und drei stellvertretende Kapitäne. Und diese Gruppe ist es, die als Vertreter der Mannschaft mit dem Präsidenten über Dinge wie Prämien spricht. In meiner Zeit war Casillas der Kapitän. Seine Stellvertreter waren die anderen Dienstältesten, Ramos, Marcello und Pepe. Wenn man die offiziellen Mannschaftsfotos betrachtet, dann sieht man den Präsidenten in der Mitte. Über den Präsidenten steht der Trainer und neben dem Präsidenten Casillas, Ramos, Pepe und Marcello. Es war also eine unklare Situation bei Madrid. Es gab den Kapitän, aber darüber hinaus noch andere Führungsspieler, von denen Ramos der wichtigste war. Bei Chelsea war es klarer. Der wichtigste Führungsspieler, John Terry, war auch Mannschaftskapitän. Der Vorteil bei einem starken und festen Kapitän ist, dass andere Spieler die Möglichkeit haben, auf ihre eigene Art zu führen. Spieler wie Terry, Maldini und Ramos zeigen zu jedem Zeitpunkt Charakter. Wenn Sie vor dem Spiel sprechen, wenn Sie mit Ihren Teamkollegen sprechen, wenn Sie auf dem Platz sprechen, mit Ihrer Einstellung beim Training. Der Kapitän ist wichtig, aber entscheidend ist, dass man im ganzen Team Spieler mit Führungsqualitäten hat. Verfügt man über beides und schafft es, das richtige Kräftegleichgewicht herzustellen, dann hat man die größte Chance zu gewinnen. Kabinenregeln Das innere Gefüge einer heutigen Profimannschaft unterscheidet sich in nichts von dem zu meiner Zeit als Spieler vor 20, 30 Jahren. Das Verhältnis zwischen den Spielern hat sich nicht verändert. Verändert hat sich nur, was außerhalb der Kabine passiert. Die heutigen Spieler müssen mit kommerziellen Zwängen durch Sponsoren, mit Interventionen ihrer Berater und einer Vielzahl anderer externer Unruhefaktoren fertig werden. Diese Zwänge entstehen auch innerhalb des Vereins, aber außerhalb der Kabine. Drinnen ist es genau so, wie es immer war. Natürlich hat man in den Spitzen liegen die Elite der Ausnahmespieler und Superstars. Wie schon mehrfach betont, ist es wichtig, mit diesen Spielern zu kommunizieren und ein professionelles Verhältnis zu ihnen zu haben. Und für sie ist es wichtig, ein solches Verhältnis zu ihren Teamkollegen zu haben. Der Starspieler muss wissen, dass er keine Privilegien erwarten kann, auch wenn sein Gehalt möglicherweise um ein Vielfaches höher ist als das seiner Mitspieler. Für ihn gelten dieselben Regeln wie für alle anderen. Fußball ist wirklich ein Mannschaftsspiel. Das ist und war immer schon ein Gesetz der Kabine. Die Spieler müssen verstehen, dass wir zum Wohle der Gruppe Flexibilität und Gleichheit brauchen. Und ich muss sie davon überzeugen, sich an dieses Prinzip zu halten. Das Problem ist, dass Spieler oft meinen, sie wüssten, was das Beste für sie ist, oder sie glauben ihrem Berater, wenn er ihnen erzählt, sie könnten Sonderrechte beanspruchen. Die ungeschriebenen Gesetze der Kabine sind auf dieselbe Weise kodiert wie in jeder anderen Firma. Die Leute wissen, was akzeptables und was inakzeptables Verhalten ist. Letztlich ist es eine Frage der Unternehmenskultur. Der Unterschied zwischen Unternehmenskultur und Arbeitsklima ist, dass Erstere dauerhaft ist oder sein sollte, während wir von Letzterem wissen, dass es schwanken kann. Genau so verhält es sich mit impliziten und expliziten Arbeitsplatzregeln. Explizite Regeln sind veränderlich, aber implizite Regeln stehen für die zugrunde liegende, von allen akzeptierte Kultur. Implizite Regeln sind schwierig zu handhaben, weil sie an den Kern dessen rühren, wovon man immer hofft, es möge der stillschweigende Konsens aller Beteiligten sein. Ich habe nur eine einzige implizite Regel und die lautet, sich professionell zu verhalten. Aber ich kann nur steuern, was auf dem Platz und auf dem Trainingsgelände geschieht. Was die Spieler außerhalb tun, kann ich letztlich nicht wissen. Genau deshalb ist gute Kommunikation so wichtig. Man muss jederzeit vermitteln, was man von den Spielern erwartet, und zwar auch dann, wenn sie nicht bei der Mannschaft sind. Man tut das am besten nicht nur mit Worten, sondern auch, indem man es ihnen zeigt. Ich kann den Spielern sagen, dass sie professionell sein müssen, ausreichend schlafen und sich richtig ernähren, aber ich kann sie nicht dazu zwingen. Ich kann sie nicht jeden Tag beobachten, also muss ich sie überzeugen. Durch Beeinflussung, durch Vorbild und durch das Vertrauen, das ich ihnen entgegenbringe. Das tue ich, indem ich auf jene Spieler verweise, die sich am professionellsten verhalten. Bei Real Madrid gab es eines Tages ein Problem im Training, als einer der Spieler plötzlich, ohne meine Erlaubnis, den Platz verließ und wieder in die Kabine ging. Ich stellte ihn später zur Rede. Du musst trainieren. Du solltest nicht dafür bekannt sein, dass du dich so verhältst. Er beschwerte sich, dass ein anderer Spieler nicht hart genug arbeite und so seine Mannschaftskameraden betrüge. Ich entgegnete. Aber heute waren 16 Spieler da draußen und du hast dich auf den einen Spieler konzentriert, der nicht richtig trainiert hat. Die anderen 14 Spieler haben gut trainiert. Warum musst du mit mir über den Spieler reden, der nicht rennt, sich nicht anstrengt? Warum suchst du dir diesen einen Spieler aus? Wieso schaust du nicht auf die Spieler, die Weltklasse-Profis sind, auf dem Platz? Konzentrier dich nicht auf den einen Spieler, der sich heute schlecht verhält, denn das ist bloß eine Ausrede für dich. Du denkst, weil es einen Spieler gibt, der nicht richtig arbeitet, kannst du es genauso halten? Große Spieler tun so etwas nicht. Wenn deine Teamkollegen dir an manchen Tagen zusehen würden und das Gleiche täten wie du, dann würden wir nie eine Trainingseinheit mit dem gesamten Team auf dem Platz beenden, weil es Zeiten gibt, wo du selbst nicht richtig trainierst. Ich habe dem Spieler, über den du dich geärgert hast, erklärt, dass er, wenn er dieselbe Wertschätzung genießen wolle wie Ronaldo, ebenfalls über viele Jahre 60 Tore pro Saison schießen müsse. Und ich sage auch dir, Ronaldo muss deine Bezugsgröße sein. Du musst deine Einstellung ändern. Du musst dich auf die Spieler konzentrieren, die gut trainiert haben. Jetzt verstehe ich, sagte er. Mit Florent Malouda war es dasselbe. Bei Chelsea verwendeten wir GPS-Geräte, um Daten über die Leistung jedes Spielers zu sammeln. Und Malouda nahm mitten in der ersten Trainingseinheit das GPS-Gerät ab und ging in die Kabine. Ich folgte ihm und fragte ihn, wieso er gegangen sei. Weil ich diesen GPS-Scheiß satt habe, sagte er. Es ist bloß, um mich zu kontrollieren, und ich mag nicht kontrolliert werden. Ich will nicht damit trainieren. Ich sagte ihm, du musst damit trainieren. Es ist nicht, um dich zu kontrollieren. Es ist, um meine Arbeit zu kontrollieren. Ich sagte ihm, sehr ruhig, dass dieses Verhalten nicht akzeptabel sei. Wenn du nicht rausgehst, fügte ich hinzu, wie Vito Corleone persönlich es vielleicht gesagt hätte, muss ich dich töten. Er ging raus. Danach kriegten wir die GPS-Geschichte besser in den Griff. Die Spieler wollten das Gerät wirklich nicht gern jeden Tag benutzen. Und meiner Ansicht nach ist es auch nicht immer nötig, es einzusetzen. Also schlossen wir einen Kompromiss. GPS ist nur unentbehrlich bei einer heftigen Trainingseinheit, damit die Trainer niemanden schädigen. Also sagte ich, lasst es uns an vier von sechs Tagen benutzen. Das nächste Problem war, dass einige, vor allem die britischen Spieler, es jeden Tag benutzen wollten. Sie konnten nicht verstehen, dass es für mich aufs Gleiche hinaus lief, wenn mein GPS nur an vier Tagen benutzte. Warum dürfen wir nicht härter arbeiten? fragten sie immer. So sind die Briten. Paul Clement erzählte mir, dass Clive Woodboard, der Trainer des englischen Rugby-Teams, das den WM-Titel gewann, der Meinung ist, es gebe zwei Sorten von Leuten, jene, die neuen Schwung vermitteln und die er als Energiespender bezeichnete, und jene, die Energie absaugen und den anderen jeglichen Schwung nehmen. Wenn ein Spieler sich auf dem Trainingsplatz so passiv verhält, wie im soeben geschilderten Fall bei Real Madrid, dann hat man es mit jemandem von der zweiten Sorte zu tun. Mit seinem Verhalten zehrt dieser Spieler von meiner, aber auch von der Energie des gesamten Teams. Dem Spieler, der den Platz verließ, hatte er mit Sicherheit jeden Schwung genommen. Es sind die Energizer, an denen wir alle uns orientieren, also Spieler wie Sergio Ramos. Sie sind unsere Bezugsgrößen und geben allen zusätzliche Energie, wenn sie reden, wenn sie trainieren, wenn sie spielen. Cristiano, Pepe, Benzema, auch sie sind solche Energiespender. Wenn ich zu einem Spieler sage, du musst professionell sein, dann muss er einsehen, dass ich das zu seinem eigenen Nutzen sage. Ich will dieses Gesetz nicht durchbuchstabieren, das meiner Ansicht nach implizit sein sollte, aber durch den Verweis auf andere Spieler kann ich es veranschaulichen. Sie können mit eigenen Augen sehen, wie sie sich verhalten sollen. Wenn jemand zum Verein kommt, der sich nicht professionell verhält, dann muss ich versuchen, mit ihm zurechtzukommen, indem ich selbst absolut professionell bin. Ich darf nicht zulassen, dass meine Meinung über das Verhalten des Spielers sich über Gebühr auf meine Arbeit mit ihm auswirkt. Allerdings ist das schwierig. Während meiner Karriere hatte ich immer große Vorbilder. Zuerst meinen Vater und danach meine Trainer. Heute ist der Trainer als Bezugsgröße für die Spieler nicht mehr so wichtig. Er ist immer noch ein Vorbild, aber nicht mehr so wie früher. Heute haben Sie Ihre eigene Fußballfamilie, Ihren eigenen Bezugsrahmen, Ihren Berater, die Presse. Deshalb ist es nicht mehr so leicht, eine persönliche Bindung herzustellen. Aber man muss es Tag für Tag versuchen, bis der neue Spieler allmählich die implizite Regel verinnerlicht hat und den von mir und vom Verein gesetzten professionellen Maßstäben gerecht wird. Es gibt andere implizite Regeln, die sich von Verein zu Verein unterscheiden. Bei Milan war ich es gewohnt, um 3 Uhr nachmittags zu trainieren, aber bei Chelsea trainierte man üblicherweise um 11 Uhr vormittags. In London kann man nicht um 3 Uhr nachmittags mit dem Training beginnen, weil es im Winter schon dunkel wird, bevor man um 5 Uhr Schluss macht. Und wenn man am Nachmittag trainiert, heißt das außerdem, dass man es danach nicht rechtzeitig zum Start des Rennens ins Wettbüro schafft. Diese impliziten Regeln sind ein anerkannter Teil der Kultur. Natürlich könnte ich neue, explizite Regeln aufstellen. Theoretisch habe ich diese Macht. Ich könnte den Spielern sagen, wir trainieren ab jetzt um 7 Uhr morgens. Aber das ist nicht der richtige Weg. Das dient nur der Demonstration der eigenen Macht. Es ist immer besser, seine Macht über die Spieler sanft, ruhig und zurückhaltend auszuüben. Die Spieler sollen den impliziten Regeln folgen, weil sie an diese Regeln glauben. Es gibt Zeiten, in denen man sowohl implizite als auch explizite Regeln anwenden muss. Ich hoffe, dass alle Spiele, die für mich arbeiten, wissen, worüber ich nicht mit mir verhandeln lasse. Meine wichtigste Regel lautet, man muss richtig trainieren. Also auch im Training immer 100% geben. Das muss jeder wissen, der für mich spielen will. Ich kann nicht zulassen, dass jemand es nur von den anderen erfährt. Das dauert so lange. Ich muss es ihm sagen. Die anderen werden es dann immer wieder bestätigen. Sie werden es ihm zu verstehen geben, wenn er die Grenze überschreitet. Das wird dem Boss nicht gefallen, werden sie sagen. Was nicht verhandelbar ist, muss sowohl explizit ausgesprochen als auch implizit durch das Verhalten der Spieler auf dem Trainingsgelände bestätigt werden. Wenn ich auf das Verhalten eines anderen Spielers verweisen kann, ist es sehr viel einfacher, als wenn ich es beschreiben muss. Es wird immer ein Zeitpunkt kommen, da ein Spieler seinen Trainer testen will. Und dann ist man gezwungen, seine eigenen Prinzipien gegen die Erfahrung abzuwägen. In meinem ersten Jahr bei Chelsea, als noch sieben Partien ausstanden, hatten wir vor unserem Spiel gegen Aston Villa eine Besprechung. Didier Drogba kam eine halbe Stunde zu spät und aus diesem Grund spielte er nicht. Nicht, weil ich verärgert war, sondern weil er bei der Besprechung hätte zugegen sein müssen. Ich hatte die taktische Marschroute für die Partie ausgegeben, sie allen Spielern erklärt und ich konnte Drogba keine Extraerörterung gewähren. Niemand durfte diese Mannschaftsbesprechung versäumen. Ohne ihn gewannen wir 7 zu 1. Sein Ersatz. Nikolas Anelka schoss kein Tor, aber er machte ein fantastisches Spiel. Er erledigte Aston Villa beinahe im Alleingang durch sein Spiel mit und ohne Ball. Im nächsten Spiel traten wir in Old Trafford gegen Manchester United an und Drogba spielte wieder nicht. Aber diesmal nicht, weil er zu spät gekommen war, sondern weil Anelka gegen Aston Villa so hervorragend gespielt hatte. Das ist das Gesetz der Kabine. Alle sind gleich. Keine Sonderrechte. Alle müssen sich professionell verhalten. Ich brachte Drogba in dem Match als Ersatz und er erzielte unser zweites und wie sich herausstellen sollte entscheidendes Tor. Es herrschte keinerlei Missstimmung zwischen uns, weil er nach seinem Rauswurf aus dem Team die perfekte Reaktion gezeigt hatte. Manchmal gehen solche Vorfälle über ein bloßes Austesten hinaus und werden inakzeptabel. Die Spieler müssen wissen, wo die Grenze ist. Da man von Leuten nicht erwarten kann, die Regeln zu akzeptieren, wenn sie nicht wissen, wie diese lauten. Man muss sie gleich am Anfang vermitteln. Es gibt sehr viele Dinge, die nicht toleriert werden können. Ständig zu spät zum Training zu kommen, gehört ebenso dazu wie respektloses Verhalten gegenüber Mannschaftskameraden. Und wer sich respektlos gegenüber meinem Mitarbeiterstab verhält, für den war es das. Das ist inakzeptabel. Bei diesen nicht verhandelbaren Punkten geht es um Verhalten. Und zwar ausschließlich um Verhalten. Es geht nicht um Fehler auf dem Platz. Wenn dieses Verhalten sich gegen mich richtet, dann kann ich darauf reagieren und damit umgehen. Aber Spieler, die meinen, sie bräuchten meine Mitarbeiter nicht zu respektieren, weil diese nicht ihre Vorgesetzten sind. Nein. Ich muss meine Mitarbeiter immer gegen Respektlosigkeiten verteidigen. Hier geht es um den Charakter des Teams. Also darum, wer wir als Team sind. Und darüber lasse ich nicht mit mir verhandeln. Die Spieler wissen, dass letztendlich ich die Entscheidungen treffe, aber sie müssen das Team respektieren, das mir hilft. Sie müssen wissen, dass jeder Angriff auf mein Trainingsteam ein Angriff auf mich ist. Mit einem meiner Spieler hatte ich aus diesem Grund ein Problem. Er verhielt sich während einer Trainingseinheit respektlos gegenüber meinem Assistenten Paul Clement und ich schickte ihn schnurstracks in die Kabine. Als ich danach mit ihm sprach, sagte ich ihm, das ist inakzeptabel. Ich werde dem Präsidenten sagen, dass ich möchte, dass sie gehen. Und er ging irgendwann. Aber das Vertrauen war von diesem Moment an weg. Die ruhige Philosophie. Zusammenarbeit. Als Führungskraft sind sie für jene verantwortlich, die sie führen. Vorbildwirkung und Beeinflussung durch Vertrauen sind besser als Zwang. Ersticken sie Fäden so schnell wie möglich. Schützen sie ihre Mitarbeiter vor respektloser Behandlung durch die Kreativen. Ermutigen sie ihre Mitarbeiter, ihr Arbeitsumfeld mitzugestalten. Der Arbeitsplatz ist ihr zweites Zuhause, wo sie viel Zeit verbringen. Geben sie ihnen die Möglichkeit, eigene Akzente zu setzen. Ermutigen sie die Energiespender. Nehmen sie Abstand von denen, die Energie ziehen. John Terry über Ancelotti Bevor Carlo als Trainer zu Chelsea kam, hatte ich wirklich gute Dinge über ihn gehört. Seine Menschenführung rangierte dabei ganz oben. Deshalb brannte ich darauf, ihn kennen zu lernen. Er hatte mit einigen der besten Spieler auf der Welt gearbeitet. Spieler, zu denen ich während meiner Karriere aufgeschaut hatte. Und doch war ich letztlich überrascht, wie gut er tatsächlich war. Sein Umgang mit Menschen war das Beste, was ich je bei einem Trainer erlebt habe. Dazu kamen seine exzellenten Trainingseinheiten. Das Verständnis, das er für Spieler und für Menschen hat, findet man nicht bei vielen Trainern. Er behandelt dich immer als Mensch, egal ob du gewinnst, verlierst oder unentschieden spielst. Dass sein Training hervorragend ist, war zu vermuten, weil er die besten Mannschaften der Welt trainiert hat. Aber es sind die persönlichen Gesten, die ihn besonders machen. Kleine Dinge, wie die Frage nach der Familie oder das Interesse für die Angestellten abseits des Platzes. Meiner Ansicht nach lieben ihn die Spieler genau deswegen. Er schuf ein Zusammengehörigkeitsgefühl, statt distanziert zu sein. Ein paar Mal ist er von jetzt auf gleich explodiert. Nicht oft, aber ich habe es erlebt. Er akzeptiert nicht, wenn man aus Nachlässigkeit verliert. Gelegentlich ließ er eine dieser Schimpftiraden los, während deren niemand ein Wort sagt und man zuhört und sich den Schuh bindet. Im nächsten Moment ist er wieder dein bester Kumpel. Nach Niederlagen kam er im Bus immer nach hinten und sagte, »Das wird schon wieder. In drei Tagen legen wir wieder los. Wir werden gewinnen. Keine Sorge.« Die kleinen Gesten. Er hat Paolo Maldini, Alessandro Costa Curta, Alessandro Nesta trainiert, diese absoluten Top-Innenverteidiger. Ich war super neugierig, darauf zu erfahren, was sie nach dem Training taten, was sie gemacht haben, um ihr Spiel zu verbessern und so weiter. Wie hat er mit diesen Spielern auf meiner Position gearbeitet, die wahrscheinlich unter den Besten waren, die es jemals gab? Wie waren diese Gespräche? Waren es Vier-Augen-Gespräche oder Gespräche mit der ganzen Viererkette oder mit der kompletten Mannschaft? Bei mir waren es überwiegend persönliche Gespräche. Ob er es so meinte oder nicht, er sagte, »JT, du bist auf Augenhöhe mit ihnen. Mach nur einfach so weiter wie bisher.« Er gab mir das Gefühl, so gut zu sein wie die, die ich während meiner ganzen Karriere bewundert hatte. Eigentlich ist es mir auch egal, ob er es so gemeint hat oder nicht. Dank seiner Worte war ich damals der Überzeugung, ich könnte Bäume ausreißen. In den wichtigen Spielen hat er nicht nur aus mir das Beste herausgeholt, sondern auch aus anderen Spielern. Er sorgte genau zum richtigen Zeitpunkt für gute Presse, die uns stolz und selbstbewusst machte. Er hielt alle zusammen, was ich lange Zeit nicht erlebt hatte. Und eine Gruppe von 25 Topspielern die ganze Zeit bei Laune zu halten, ist nicht einfach. Kein Problem bei den elf, die auflaufen. Aber alle vergessen die anderen 14, denen es stinkt, dass sie nicht spielen. Das sind die Jungs, die am Tag nach dem Spiel allein trainieren, während die anderen auslaufen und sich auf das nächste Spiel vorbereiten. Die Trainingseinheiten der Ersatzspieler müssen gut geleitet werden. Er muss da sein und aktiv mitmachen. Und das war er auch. Er erschien zu jeder Einheit, war immer sichtbar. Seine Tür war immer offen für jeden. Und ich glaube nicht, dass man das heutzutage allzu oft hat. Die meisten Trainer arbeiten hinter verschlossenen Türen und interessieren sich ausschließlich für die erste Elf. Aber er interessierte sich für die Nachwuchsspieler. Er kannte jeden mit Namen. Auch die F-Jugendspieler. Als Spieler, der selbst an der Fußballakademie ausgebildet worden ist, weiß ich, für die Jugendspieler war es das Größte, dass Ancelotti ihre Namen kannte. Carlo verhielt sich klug, als er den Posten übernahm. Er verstand, dass wir unter Mourinho eine überaus erfolgreiche Zeit gehabt hatten und dass viele der daran beteiligten Spieler noch da waren. Er kam nicht und sagte, also, das ist meine Methode, eine andere Methode gibt's für mich nicht und es wird so gemacht oder gar nicht. Nein. Er kam und redete mit den erfahrenen Spielern als Gruppe und mit jedem Einzelnen. Er sagte, hört zu, natürlich habe ich meine Vorstellung, aber ihr habt hier in den letzten Jahren Großartiges erlebt und erreicht. Ihr müsst mich ein bisschen darüber aufklären, was eurer Ansicht nach wirklich gut funktioniert hat und warum ihr so erfolgreich wart und auch, wie ihr euch die Dinge vorstellt, wie sie euch Spaß machen. Ich behaupte nicht, dass er alles beherzigte, aber dass er Lamps, Didier, Peter Tschech und mich, das Rückgrat der Mannschaft, ins Boot holte, war ein toller Anfang für unser Verhältnis. Und er machte so weiter. Und zwar nicht pro forma. Er wollte wirklich unsere Meinung hören. Er wollte wissen, welche täglichen Abläufe wir gewohnt waren und was unserer Meinung nach in den Spielern vorging. Natürlich hatte er seine eigenen Vorstellungen. Auf jeden Fall war ihm das Taktische wichtig. Bei Milan hatte er die Taktik gern ein paar Tage vor dem Spiel besprochen. Als wir ihm sagten, dass das in England nicht funktionieren würde, akzeptierte er es und besprach die Taktik am Tag vor dem Spiel, meist zusammen mit der Aufstellung. Nur bei Abendspielen wartete er mit der Aufstellung bis zum Spieltag selbst. Das Entscheidende ist, dass er wirklich zuhörte. Das unterscheidet ihn von den meisten anderen Trainern. Sobald man weiß, dass einem jemand zuhört, fällt es einem leichter, seine eigenen Vorstellungen zu formulieren. Er musste seine gewohnte Trainingsmethode ändern. In Italien trennt man das physische Training klar von den taktischen Übungen. Beides zusammenzulegen, wie wir es hier machen, war neu für ihn. Man konnte sehen, dass er wirklich darüber nachdachte. Man merkte, dass er rational vorging und Vorschläge ohne Vorbehalte darauf überprüfte, ob sie eine Verbesserung bringen könnten. Carlo war es gewohnt, nach dem Motto vorzugehen, spart euch die Kräfte für den Spieltag auf und verletzt euch bloß nicht im Training. Entsprechend fassungslos war er über Spieler wie Lambs, Frank Lampert, Ash, Ashley Cole und mich, weil wir auch im Training heftig in die Zweikämpfe gingen. Man konnte förmlich sehen, wie er dachte, nein, 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 so macht man das doch nicht. Aber er sprach es nie aus. Stattdessen sagte er immer, das ist eure Arbeitsweise, also macht weiter so, denn für euch funktioniert sie und hat offenbar auch früher funktioniert. Passt einfach ein bisschen auf. Er war offen für Ideen. Wir hatten ein Team aus Ernährungsberatern und Analytikern, also trugen wir bei Spielen immer Pulsmessgeräte, GPS und dergleichen und sie wollten diese Informationen ins Training einbringen. Beim Training postierte er immer einen Burschen am Spielfeldrand, der die Pulsmesser beobachten sollte. Und wenn es etwas zu weit in den roten Bereich ging, bat er den Spieler, eine Pause einzulegen oder es ruhiger angehen zu lassen. In neun von zehn Fällen sagte der Spieler nein. Meist war es einer der englischen Jungs, die sich immer richtig reinhängten. Und wieder hörte er zu und war für alles empfänglich. Er brachte eine Menge unverbrauchter und neuer Ideen, nicht nur in die erste Mannschaft ein, sondern auch in den Verein insgesamt. Die Akademie nutzt sie noch heute. Paul Clement war sein Assistent und er förderte ihn nach Kräften, sodass Clem hin und wieder eine Trainingseinheit leitete, auch wenn Carlo 90 Prozent selbst übernahm. Und selbst wenn er die Einheit nicht selbst leitete, war er doch da. Eines der Dinge, von denen er regelrecht besessen war und für mich und die anderen Verteidiger war das großartig, war die Arbeit mit den Abwehrspielern. Wir arbeiteten permanent an den Laufwegen und dem Stellungsspiel, an den perfekten Abständen. Solche Sachen eben. Wie ich schon sagte, waren wir Verteidiger ganz wild darauf, von seinen Erfahrungen zu profitieren. Diese Einheiten waren sehr intensiv, kurz und heftig. Das zeigte einmal mehr, dass er uns Spieler verstand. Wir absolvierten die Übungen immer in kurzen fünf- oder zehn-Minuten-Blöcken, weil ihm klar war, dass man sie nicht auf 30 oder 40 Minuten ausdehnen konnte. Die Spieler würden dann anfangen, sich zu langweilen, weil sie lieber ein Spielchen fünf gegen fünf machen. Wir wollen immer den Ball. Wenn wir am Stellungsspiel arbeiteten, trieb ein Innenverteidiger den Ball nach vorn und die anderen kamen dazu und urplötzlich machte man es instinktiv. Wir waren extrem gut gedrillt, wenn wir ins Spiel gingen und genau deshalb hatten wir eine so tolle Zeit unter ihm. Jeder kannte seine Position und zwar nicht, weil wir jeden Tag drei oder vier Stunden Taktik paukten. Es war sein Wissen und sein Verständnis für uns Spieler. Er wusste, dass es besser war, taktische Dinge nur kurz anzureißen, dann rauszugehen und ein bisschen Spaß zu haben und dann nochmal darauf zurückzukommen, wenn man sich am Tag vor einem Spiel mental auf die Partie einstellte. Er wusste, wann es Zeit war, auf Touren zu kommen und ernsthaft bei der Sache zu sein und genau so war er einverstanden, wenn es unter der Woche etwas lockerer zuging. Doch zwei Tage vor einem Match konnte man sehen, wie er in den Wettkampfmodus schaltete und das färbte auf alle ab. Ihm war bewusst, dass Chelsea ein großer Klub war und verlieren keine Option. Er sagte immer, in kleineren Vereinen sei ein wenig Inkonsequenz in Ordnung, aber nicht bei einem großen Klub. Er verlangte eine Spitzenklub-Mentalität. Auch Mourinho hatte diese Mentalität. Er akzeptierte Verlieren überhaupt nicht, nicht mal im Training. Carlo passte sich schnell an. Ich vermute auch deshalb, weil die Spiele in England Schlag auf Schlag kommen. Du hast gar keine Zeit, dich eine Woche lang mit einer Partie zu beschäftigen. Die italienische Liga ist ein bisschen anders. Da liegt eine ganze Woche zwischen den Spielen. Hier finden die Spiele am Wochenende statt. Am Mittwoch, wieder am Wochenende, an Feiertagen, an Sonntagen. Es gibt frühe Anstoßzeiten, späte Anstoßzeiten. Bisweilen, wenn alles gut lief auf dem Platz. Wir mit einem 2 zu 0 in die Kabine gingen und du dachtest, da hätten wir drei Punkte im Sack. Flippte er aus und urplötzlich waren alle wieder 100% bei der Sache, bereit für die zweite Hälfte. Als junger Spieler denkst du, wieso ist der Trainer jetzt sauer geworden? Aber wenn man ein bisschen älter ist, wie ich selbst und Lärms, denkt man einen Moment nach und sagt sich dann, das war clever von ihm. Wir drohten nachlässig zu werden. Wir kamen wieder aus der Kabine, machten das 3 zu 0 und kontrollierten dann den Ball und das Spiel. Die Partie war gelaufen. Er wusste genau, wie er aus jedem das Beste herausholen konnte und was er tun musste, damit auch in der zweiten Halbzeit alle mit voller Konzentration dabei waren. Wenn man älter wird, blickt man zurück und denkt, es sind gerade diese kleinen Dinge, die die Spreu vom Weizen trennen. Es ist wohl wie in jedem Unternehmen, ganz oben an der Spitze sind die Unterschiede so gering, dass es die Kleinigkeiten sind, die ins Gewicht fallen. Diese Abscheu gegen Niederlagen und der unbedingte Siegeswille sind etwas, das die großen Trainer gemeinsam haben. Diese Einstellung, dass Niederlagen nicht akzeptabel sind. Man trainiert so ernsthaft, wie man spielt und diese Mentalität pflanzt sich fort, vom Trainer bis ganz nach unten durch den gesamten Kader. Sie färbt auf jeden ab. Ich habe einige der Besten erlebt und nach einer Niederlage sollte man besser nicht in ihrer Nähe sein, selbst wenn es vielleicht ein ganz unbedeutendes Spiel war. Ich erinnere mich an Spiele im Training, ein paar Tage vor einem Match, wo es locker zuging und die erste Elf mit 2 oder 3 zu 0 verlor. Er kam dann in die Kabine und sagte ganz ruhig, dass das nicht akzeptabel sei. Wir verlieren nicht, sagte Carlo. Wir nehmen die Mentalität der Spiele mit ins Training. Carlo sagte immer, dass unsere Einstellung und Mentalität sich nicht nur auf die erste Elf auswirkten, sondern auch auf die Ersatzspieler. Die Mentalität des Nicht-Verlierens sollte die ganze Gruppe von 25 Spielern prägen und nicht nur die Startelf. Und diese Mentalität vererbt sich. Egal wohin ich gehe, ich nehme Carlos Mentalität mit. Und jetzt bin ich es, der dieses Vermächtnis hinterlässt. Wenn man die Spieler der aktuellen Stammbesetzung von Chelsea fragt, wird man feststellen, es herrscht Konsens darüber, dass man nicht verliert. Egal ob es ein 5-gegen-5-Spiel im Training ist oder ein Pflichtspiel. Das Vermächtnis existiert noch immer. Obwohl Lamps schon weg ist und ich auch irgendwann gehen werde, kann man sicher sein, dass unser Vermächtnis bleibt. Es ist mittlerweile in die DNA des Klubs übergegangen. Das andere, was die großen Leader haben, ist eine Big-Game-Mentalität. Carlo, Mourinho, sie sind beide Trainer für die großen Spiele. In England kann jeder jeden schlagen, aber wenn du gegen die Spitzenteams spielst, die Manchester Cities, Liverpools, Arsenals und Manchester Uniteds, vermittelt dir der Trainer ein Gespür dafür, wie wichtig dieses Spiel ist. Wir sprechen ein Spiel zwei Tage vorher kurz an. Einen Tag vorher reden wir dann ein bisschen ausführlicher darüber. Wir sprechen über die besonderen Spieler des Gegners. Nehmen wir Rooney. Er bekommt den Ball gern zwischen Mittelfeld und Abwehr, sagte Carlo immer. Wenn ihr ihm zu dicht auf die Pelle rückt, schafft das hinter ihm Raum für den Mittelstürmer, der diesen Laufweg bevorzugt. Also lassen wir lieber Rooney den Ball. Er geht mit dir durch, was zu tun ist. Und wieder ist es dieses Augenmerk auf Kleinigkeiten. Nicht 30 oder 40 Minuten, das wäre uns Spielern viel zu lang. Kurze und knappe Gespräche mit der Gruppe und mit dir als Einzelspieler. Raus damit! Was ist deine Aufgabe? Sagt er immer. Und es geht ums Detail. Die Fähigkeit, die ganze Gruppe auf Vordermann zu bringen, damit alle durchs Feuer gehen, damit sie trotz Verletzungen spielen. Das spricht für Carlo. Ich habe erlebt, dass Spieler trotz Verletzungen spielten, sich Spritzen geben ließen, um durchzuhalten, wenn sie eigentlich nicht hätten auf dem Platz stehen sollen, weil sie unbedingt für Carlo Ancelotti spielen wollten. Aus all meinen Jahren als Spieler weiß ich, wenn man alles andere weglässt, läuft es am Ende hierauf hinaus. Du strengst dich nicht für jeden besonders an. Diesen zusätzlichen Kilometer rennst du nur für Leute, die sich für dich als Mensch interessieren. Diese speziellen Gesten, wenn er Fragen stellt, wie etwa, wie geht es deinem Dad? Ich habe gehört, es ging ihm gesundheitlich nicht gut. Sie bedeuten sehr viel. Du denkst, Menschens Kind, woher weiß er das überhaupt? Er weiß es, weil es ihn wirklich interessiert. Und er nimmt sich Zeit dafür, sich um seine Leute zu kümmern. Und das ist es, was ihn zum Allerbesten macht. Für mich ist er das Nonplusultra. Über Verantwortung Entscheiden Wer Führungskraft ist, egal in welcher Branche, muss Entscheidungen treffen. Um im Fußball jeden Tag Fortschritte zu machen, muss ich als Trainer jeden Tag Entscheidungen treffen. Über das Training, über einzelne Spiele, über die Aufstellung, über die Taktik. Während des Spiels muss ich besonders schnell und selbstsicher entscheiden, soll ich wechseln? Muss ich taktisch umstellen? Für Unentschlossenheit ist kein Platz, denn die Uhr läuft immer weiter. Ich bin davon überzeugt, dass das Dinge erledigt kriegen in einem Job untrennbar verbunden ist mit dem Tempo und der Zielsicherheit von Entscheidungen. In meiner Branche erlebt man die anschaulichsten Beispiele für Entscheidungen natürlich im Spiel selbst, auf dem Platz. Ich bin immer wieder beeindruckt von der Art und Weise, wie die Topspieler Entscheidungen treffen und dadurch das Schicksal ihrer Mannschaft lenken. Genau hierdurch unterscheiden sie sich vom Rest des Teams. Nehmen wir die wirklich Großen, Leute wie Maradona, Pelé, Kreuf. Würde man sich eine Szene mit ihnen ansehen und das Video anhalten, kurz bevor sie einen Pass spielen, könnte man 100 Trainer fragen, wohin sie den Ball spielen sollten und alle würden dasselbe sagen. Und wenn man dann wieder auf Play drückt, sieht man, dass der Ball genau dorthin geht. Große Spieler spielen ausnahmslos den optimalen Pass. Sie treffen die richtige Entscheidung. Natürlich wollen sie alle auch selbst Tore schießen, aber wenn jemand anderes in einer besseren Position ist, dann spielen sie ihn an. Immer. Es sind diese Entscheidungen der großen Spieler, die darüber entscheiden, wer gewinnt und wer verliert. Spieler müssen diese Entscheidungen in einer Zehntelsekunde treffen. Aktuelle Beispiele hierfür sind Cristiano Ronaldo und Zlatan Ibrahimovic. Spieler wie Ibra werden immer die richtige Entscheidung für das Team treffen, nicht nur im Spiel, sondern auch im Training. Viele sagen, so etwas sei angeboren. Aber ich weiß, dass man es trainieren kann. Als ich Cristiano bei Madrid trainierte, besaß er diese Fähigkeit bereits. Aber wenn man ihn sich zu Beginn seiner Karriere bei Manchester United ansieht, dann erlebt man einen anderen, egoistischeren Spieler. Erst Sir Alex und sein Mitarbeiterstab haben ihn zum Mannschaftsspieler ausgebildet. Man kann den Unterschied studieren zwischen einem ehrgeizigen Spieler, der sich voll reinhängt, und einem mannschaftsdienlichen Spieler, dessen Engagement stets dem übergeordneten Ziel dient. Aus Sicht des Trainers sollten Spieler natürlich beides sein, ehrgeizig und mannschaftsdienlich. Ich muss meine Entscheidungen zum Glück nicht in Sekundenbruchteilen treffen, wenn auch manchmal schnell. Generell betrachtet muss ich strategische, taktische und operative Entscheidungen treffen. Strategisch müssen wir guten Fußball spielen. Mit gutem Fußball meine ich nicht irgendeine bestimmte Spielweise, sondern, dass wir offensiv wie defensiv effektiv sein müssen. Wir müssen wissen, was zu tun ist, wenn wir den Ball haben und was, wenn der Gegner ihn hat. Den Fokus, nur auf eine dieser beiden Entscheidungen zu legen, wird langfristig nicht erfolgreich sein. Es mag in einem Spiel funktionieren, aber nicht auf lange Sicht. Das ist der Unterschied zwischen Liga-Fußball und Pokalwettbewerben. Und aus diesem Grund ist es so ungeheuer schwierig, das Triple, den nationalen Pokal, die Meisterschaft und die Champions League zu gewinnen. Selbst wenn ein Team es mal schafft, kann ich kaum glauben, dass das möglich war. Für mich als Trainer ist es immer die größere Herausforderung, die Meisterschaft zu gewinnen. Der Vereinsboss kann die Prioritäten natürlich anders setzen und sich auf die Champions League fokussieren. Damit war ich bei Real Madrid konfrontiert. Dann muss ich als Trainer die Sache anders angehen. Strategische Entscheidungen sollten also langfristig angelegt sein. Allerdings machen die Klubeigner und die Fans täglich Druck. Insofern haben die Eigentümer starken Einfluss auf die strategischen Entscheidungen. Bei Paris Saint-Germain, wo ich glaubte, Teil eines langfristigen Projekts zu sein, wollte ich, um der nachhaltigen Entwicklung des Teams willen, vielleicht einen bestimmten Spielertyp aus dem eigenen Nachwuchs in den Kader holen oder kaufen. Aber ich musste stets auch auf den Boss hören, der vielleicht einen fertigen Spieler von außerhalb holen oder aus kommerziellen Gründen einen jungen Spieler gefördert sehen wollte, der dann verkauft werden sollte. Ich muss solche Wünsche beachten und mich darauf einstellen. Meine Entscheidungen darüber, wie wir mit der vorhandenen Mannschaft die Ziele erreichen können, die der Eigentümer vorgibt, werden daher in der Regel auf kürzere Sicht angelegt und größtenteils taktischer Natur sein. Nur wenn man lange Zeit bei einem Klub ist, wie ich bei Milan, ist man sicher genug, um auch bei strategischen Entscheidungen ein Wörtchen mitzureden. Bei Vereinen wie Real Madrid wird man als Trainer zwangsläufig immer nur auf kurze Sicht und taktisch entscheiden können. Denn letztendlich ist es der Boss, dem die Marke gehört und der deshalb die Politik und die Strategie vorgibt. Im Fußball gibt es ja zum Glück meist sehr klare Besitzverhältnisse. Wenn ich mir dagegen Unternehmen wie Volkswagen anschaue, dann sehe ich eine sehr komplexe Besitztruktur und vielleicht ist das ein Grund dafür, dass der Konzern aktuell so viel Ärger mit dem Abgasskandal hat. Taktische Entscheidungen zu treffen bedeutet, mit der vorhandenen Belegschaft so zu arbeiten, dass alle Teile, die Spieler und der Mitarbeiterstab, möglichst effizient an dem arbeiten können, was ich als guten Fußball bezeichnet habe. Die taktischen Entscheidungen werden auf diese Weise Teil der längerfristigen Strategie. Meine Aufgabe ist es, ein Spielsystem zu kreieren, das die Fähigkeiten der Spieler nutzt und dafür zu sorgen, dass die Spieler sich mit diesem System möglichst wohlfühlen. Ich glaube, dass das 4-4-2 in der Regel das beste System ist, weil es die beste Balance schafft, auf jeden Fall in der Defensive. Es spiegelt die Form des Spielfeldes wieder, ein Rechteck. Aber, wie schon gesagt, der wichtigste Faktor sind die Spieler. Wenn es für Ronaldo besser ist, nicht als zweiter Stürmer zu spielen, okay, probieren wir ein 4-3-3. Am Ende waren wir bei Real Madrid in der Lage, während des Spiels umzuschalten. Von einem defensiven 4-4-2 auf ein offensives 4-3-3. Operative Entscheidungen sind Tagesentscheidungen, die ich treffen muss. Für mich betreffen die wichtigsten davon die Spieler, weil man nur mit den Spielern das System aufbauen und seinen taktischen und strategischen Ziele erreichen kann. Wenn ich einem Spieler erklären muss, warum ich ihn nicht aufstelle, dann muss ich das richtig anpacken. Das Gleiche gilt, wenn ich nach einer Reihe von Testspielen entscheide, das Trainingspensum zu reduzieren. Wer täglich Entscheidungen trifft, muss eine klare Vorstellung davon haben, wann er ein bisschen flexibler sein kann und wann Konsequenz gefragt ist. Diesen Punkt muss jeder für sich herausfinden. Wenn ich entscheide, dass wir zur Mittagszeit trainieren und die Spieler kommen zu mir und sagen, können wir nicht schon um 11 trainieren, dann können wir danach zu Hause mit der Familie Mittagessen, warum soll ich das nicht erlauben? Doch wenn wir uns einmal auf eine Zeit geeinigt haben, dann muss ich streng sein. Wenn die Spieler die Entscheidungen treffen und die Regeln festsetzen, ist es leichter, sie auf diese Regeln zu verpflichten. Der frühere Rugby-Coach des englischen Nationalteams, Clive Woodward, sagt dasselbe. Lass die Spiele die Regeln aufstellen und darüber abstimmen. Aber es ist meine Aufgabe, sie auf ihre eigenen Regeln zu verpflichten. Verhandlungsspielraum und Flexibilität gibt es bei der Entscheidungsfindung, aber sobald die Entscheidung getroffen wurde, muss ihre Befolgung streng durchgesetzt werden. Sollte ich meine größte Schwäche als Führungskraft benennen, dann würde ich sagen, dass ich manchmal etwas zu lange für Entscheidungen brauche. Ich denke gern gelassen über die Dinge nach und prüfe alle Aspekte. Aber natürlich kann man auch zu viel grübeln. Ich sollte manchmal weniger meiner Vernunft und mehr meinem Bauchgefühl vertrauen. Aber andererseits zahlt es sich hin und wieder aus, geduldig zu sein. Es geht darum, den goldenen Mittelweg zu finden. Am Anfang meiner Trainerlaufbahn machte ich mich verrückt, als ich versuchte, mich für einen wichtigen Spiel zwischen zwei Mittelstürmern zu entscheiden. Ich lag die ganze Nacht wach und grübelte. Ich drehte und wendete alles und konnte mich trotzdem nicht entscheiden. Am nächsten Morgen war der erste Mensch, der mir im Club begegnete, der Arzt, und erteilte mir mit, dass einer der beiden Mittelstürmer krank sei und nicht spielen könne. Ich musste die Entscheidung nicht treffen. Sie war mir aus der Hand genommen worden. Natürlich bin ich mit wachsender Erfahrung besser darin geworden, solche Entscheidungen zu fällen und meine schlaflose Nacht hat mich immerhin eine wertvolle Lektion gelehrt, nicht zu früh bekannt zu geben, wer spielen und wer auf der Bank sitzen wird. Denn wenn der nominierte Spieler dann nicht spielen kann, muss man auf den bereits Aussortierten zurückgreifen. Aber der hat sich möglicherweise nicht so gründlich vorbereitet, weil er dachte, er würde nicht spielen. Es ist immer ein Abwägen. Ob man richtig oder falsch entschieden hat, scheint leicht messbar zu sein. Aber ich glaube nicht, dass dem so ist. Wenn die Folgen meiner Entscheidungen sich als nicht so gut erweisen, bedeutet das dann, dass ich die falsche Entscheidung getroffen habe? Nein. Es bedeutet lediglich, dass sie sich als falsch herausgestellt hat. In dem Moment, in dem ich eine Entscheidung treffe, denke ich natürlich, dass sie richtig ist. Warum sollte ich sie sonst treffen? Ich habe nichts zu bereuen, weil ich mit den mir zur Verfügung stehenden Informationen getan habe, was ich für das Beste hielt. Ich kann es nicht mehr ändern. Obwohl es wichtig ist, zurückzublicken und zu analysieren, wo Dinge falsch gelaufen sind, ist es auch unabdingbar, sich nicht zu sehr damit aufzuhalten. Das macht einen fertig. Als wir uns 2007 mit Milan auf das Champions-League-Finale gegen Liverpool vorbereiteten, musste ich mich zwischen den beiden Stürmern Alberto Gilardino und Filippo Inzaghi entscheiden. Die Spieler und der Verein machten deutlich, dass sie Gilardino für den aktuell stärkeren hielten, aber er hatte in zehn Champions-League-Spielen nur zwei Treffer erzielt. Inzaghi hingegen konnte ausgezeichnete Leistungen im europäischen Wettbewerb vorweisen. Er hatte sehr viele Champions-League-Tore geschossen. Also entschied ich mich, Inzaghi aufzustellen. Und er schoss im Finale zwei Tore. Für mich wäre es die richtige Entscheidung geblieben, auch wenn er nicht getroffen hätte, weil es meine Entscheidung war. Ich bin derjenige, der mit der Entscheidung leben muss. Also will ich, dass es meine ist. Bereuen würde ich nur Entscheidungen, die ich mir aus der Hand hätte nehmen lassen. Schließlich werde ich dafür bezahlt, solche Entscheidungen zu treffen und ich werde gefeuert, wenn ich mich zu oft falsch entscheide. Würden Sie mich fragen, wieso ich mich damals für Inzaghi entschied? Dann müsste ich auch nach genauester Prüfung des damaligen Entscheidungsprozesses antworten, dass ich am Ende auf meinen Bauch gehört habe und nicht auf das, was alle um mich herum sagten. Manchmal trifft man eine Entscheidung, ohne dass es einen logischen Grund dafür gibt. Es ist bloß so ein Gefühl. Auch den Spielern ist das nicht immer leicht zu erklären. Wenn ich mich für die linke Seite bei Real Madrid zwischen Ronaldo und einem Nachwuchsspieler entscheiden muss, ist die Entscheidung leicht. Und es ist auch leicht, dem jungen Spieler zu erklären, warum er nicht spielt. Doch wenn ich zwischen James Rodriguez und Angel Di Maria entscheiden muss, dann ist das nicht so leicht. Ich kann nicht sagen, der eine Spieler sei besser als der andere und selbst, wenn ich das denken würde, kann ich ihm das nicht sagen. Wahrscheinlich ist es letzten Endes eine Frage des Instinkts. Wenn es einfach mein Gefühl an dem Tag ist, dann muss ich mich nach Kräften bemühen, meine Entscheidung als die Beste für das Team darzustellen. Der Spieler, der nicht berücksichtigt wurde, wird natürlich nicht zufrieden sein, aber er wird es akzeptieren. Spieler sind nie zufrieden, wenn sie nicht spielen. Was Entscheidungen betrifft, halte ich mich für einen Pragmatiker. Ich muss die Strategien, die Politik und sogar die Launen der Eigentümer akzeptieren. Ich hoffe, dass mir das bislang gelungen ist und ich trotzdem meinen eigenen Idealen treu geblieben bin. Mit den widerstreitenden Vorstellungen und Egos von Superstars und von Bossen zurechtzukommen, ist eines der Schlüsselmerkmale einer ruhigen, zurückhaltenden Führungskraft. Mein Prinzip lautet, dass es einfach vernünftig ist, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man beeinflussen kann. Was man nicht steuern kann, damit muss man sich auch nicht intensiv befassen. Natürlich habe ich meine eigenen Ansichten über die strategischen, taktischen und operativen Entscheidungen auf Team-Ebene und ich muss auch zur Kenntnis nehmen, dass man mich kaum je in die strategischen Entscheidungen bezüglich der Organisation einbeziehen wird. Für mich hängen alle derartigen Team-Entscheidungen, die ein Kernelement ruhiger, zurückhaltender Führung sind, auf Ängste mit dem Verhältnis zu den Spielern zusammen. Frust und Rückschläge Verärgerung ist eine natürliche Reaktion, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir wollen oder wenn Spieler sich nicht so verhalten oder spielen, wie wir es gern hätten. Eine Führungskraft muss sich gut überlegen, ob sie ihren Frust zeigt. Sicher kann das manchmal ein nützliches Mittel sein, aber viel öfter dürfte es kontraproduktiv sein und dazu führen, dass man an Autorität verliert und Zweifel an seiner Professionalität sät. Ich bin kein Mensch, der schnell wütend wird. Ich kann Situationen besser verstehen und analysieren, wenn ich die Ruhe bewahre. Wut ist instinktiv, aber man muss versuchen, sie intelligent zu zügeln. Nur dann kann sie effektiv genutzt werden. Ich nutze sie gern als Mittel der Motivation. Und manchmal bin ich natürlich einfach so wütend. Die Spieler sagen, ich falle wieder ins Italienische zurück, wenn ich ausraste. Das Einzige, was mich wirklich wütend macht, ist mangelhafte Einstellung. Nicht die Leistung, die Einstellung. Ich erinnere mich an ein Spiel, in dem wir zur Halbzeit 2 zu 0 führten. Wir waren überlegen, aber ich war wütend, weil es mir nicht um den Spielstand ging. Die Einstellung war nicht akzeptabel, nicht professionell. Hätten wir so weitergemacht, hätten wir am Ende verloren. Also schrie ich die Mannschaft in der Kabine wütend an, um die Spieler wissen zu lassen, was ich dachte. Und sie gingen raus und spielten gut. Wir trafen früh zum 3 zu 0 und von da an war alles einfach. Die Einstellung ist entscheidend, selbst wenn man bereits führt. Das Ergebnis kann man nicht steuern, die Einstellung aber sehr wohl. Und deshalb macht es mich wütend, wenn sie nicht stimmt. Möglich, dass man an manchen Tagen auch mit einer mangelhaften Einstellung gewinnen oder mit einer guten verlieren kann. Aber man gewinnt definitiv mehr Spiele, wenn die Einstellung stimmt. Normalerweise werde ich nicht wütend, wenn Spieler Fehler machen. Vielleicht verschießen sie Elfmeter. Oder begehen Fehler im Spiel, was enttäuschend sein kann, aber es passiert nun mal. Wenn die Einstellung stimmt, dann okay, vergiss es und mach weiter. Doch wenn Spieler respektlos sind oder sich unprofessionell verhalten, dann sind das Anzeichen einer falschen Einstellung. Und so etwas macht mich wütend. Ich weigere mich, es hinzunehmen und die Spieler sollten es sich nicht gefallen lassen von ihren Teamkollegen. Meine Spieler erinnern sich an die Gelegenheiten, bei denen ich ausgerastet bin, weil es so selten vorkommt. Würde ich täglich rumwüten, könnten sie sich nicht an die einzelnen Male erinnern. Dann hätte es keinen Effekt. Selbst nach jener berühmt-berüchtigten Nacht in Istanbul, nach dem Champions-League-Finale 2005 gegen Liverpool, das wir nach einer 3 zu 0 Pausenführung im Elfmeterschießen verloren, war es nicht angebracht, wütend zu sein, weil die Einstellung perfekt gewesen war. Das Spiel, das wir an jenem Tag lieferten, war das qualitativ beste Finale, das ich je gecoacht habe. Es ist ein Musterbeispiel dafür, dass ein Trainer fast alle Aspekte eines Spiels bestimmen oder prägen kann. Strategie, Taktik, Motivation, die gegnerische Mannschaft, aber eben nicht das Endergebnis. Es gibt eine Zufälligkeit im Fußball, im Leben, die man mit keiner Analyse des Spiels ausschließen kann. Allerdings kann man alles in seiner Macht Stehende tun, so viele Störfaktoren auszuschalten wie möglich. Natürlich war es eine gewaltige Enttäuschung, das Finale zu verlieren, aber im Nachhinein muss ich sagen, dass ich heute nichts anders machen würde. Alle meinen, wir hätten nach der ersten Halbzeit aufgehört, Fußball zu spielen, aber das stimmt nicht. Wir haben gut gespielt, sogar noch in der Verlängerung. Liverpool spielte sechs von 120 Minuten gut, und Milan spielte 114 Minuten gut. Als das erste Liverpooler Tor fiel, spielten wir so gut, dass ich dachte, wir würden noch mehr Tore schießen. Nach dem zweiten überlegte ich zu wechseln, um die Defensive zu stärken, aber das dritte Tor fiel so schnell, dass wir dazu keine Gelegenheit hatten. Nach diesen verrückten sechs Minuten beherrschten wir das Spiel wieder, und wir hätten noch ein paar Mal treffen können, aber es sollte nicht sein. Die Stimmung im Verein war solidarisch. Weder der Präsident noch Gagliani zweifelten jemals an uns. Der Klub stellte sich vor mich, und ich erhielt sehr viel Unterstützung von oben. Alle litten. Die Spiele allerdings nicht so sehr, wie man denken könnte. Nicht, weil es ihnen egal gewesen wäre, sondern weil es das letzte Spiel der Saison gewesen war, und sie ihre Urlaube antraten, wo sie die Enttäuschung auf ihre eigene Weise verarbeiten konnten. Als wir nach der Sommerpause wieder zusammenkamen, gab es einen Neuanfang. Und statt für Frust zu sorgen, war dieses Ergebnis ein Anreiz für uns. Ich bin mir sicher, dass die Niederlage uns half, die Champions League 2007 zu gewinnen, als wir im Finale wiederum auf Liverpool trafen. Zuhören und Lernen Zuhören ist eine oft unterschätzte Fähigkeit. Sich anzuhören, was andere Leute zu sagen haben, die Mitarbeiter, die Kreativen, der Geschäftsführer und auch die Außenstehenden, und es in sich aufzunehmen, danach zu handeln, oder einen Dialog darüber zu eröffnen, ist meiner festen Überzeugung nach unerlässlich für jede Führungskraft. Wie bereits erwähnt, führe ich sehr viele Gespräche mit meinem Trainerstab, höre zu und nehme ihre Ideen und Ansichten auf. Ideen können von überall her kommen, also sollte man Leuten immer zuhören. Vor allem muss ich mir natürlich anhören, was die Spieler denken. Bei der Spielvorbereitung kann man einem Spieler eine Idee vortragen, um zu erfahren, was er darüber denkt. So geschah es, als ich überlegte, Sergio Ramos im Mittelfeld einzusetzen. Alle fragten, wieso, warum? Aber wir waren durch einige Verletzungen geschwächt und bei hohen Bällen verwundbar. Der Einsatz von Ramos im Mittelfeld würde die Viererkette schützen. Und ich hätte einen weiteren starken Spieler, der bei Standardsituationen verteidigen konnte, zusammen mit den Innenverteidigern Pepe und Raphael Varane. Ramos würde lange Bälle schon vor den Verteidigern in der Luft abfangen können. Bevor ich irgendjemandem außer Paul Clement von dieser Idee erzählte, sprach ich mit Ramos. Er war einverstanden. Wir übten es nicht einmal, damit niemand erführe, was ich vorhatte. Ich wollte den Gegner damit überraschen. Wichtig war, dass ich Ramos gut zuhörte, als wir darüber sprachen. Hätte er durchblicken lassen, dass er sich nicht wohl dabei fühle, hätte ich es nicht gemacht. Auch von der gesamten Mannschaft will ich Ideen hören. Wenn es gegen Barcelona ging, hatte ich immer eine Idee, wie wir spielen sollten. Aber bevor ich sie vortrug, wollte ich wissen, wie meine Spieler diesen Gegner angehen würden. Wenn wir in solchen Situationen dieselbe Idee haben, kein Problem. Dann können wir es so machen. Interessant wird es, wenn wir unterschiedliche Vorstellungen haben. Dann muss ich gut damit umgehen. Entweder ändere ich meine Idee und passe sie den Überlegungen der Spiele an, oder ich erkläre sie besser, betone das Positive. Am Ende müssen wir alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Ich habe kein Problem damit, mir die Zeit zum Erklären zu nehmen, aber wenn wir unterschiedliche Vorstellungen haben, dann muss ich sie davon überzeugen, dass meine Idee besser ist als ihre. Natürlich können auch sie mich überzeugen. Das Gespräch darf keine Einbahnstraße sein. Nur dann entfaltet sich die positive Wirkung des Zuhörens. Ich nehme für mich in Anspruch, stets ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Spieler zu haben. Ich schnüffle nicht herum, vor allem nicht in ihrem Leben außerhalb des Clubs, aber ich höre zu. Es gibt Spieler, die unbedingt über ihre persönlichen Probleme sprechen wollen. Und es gibt solche, die das nicht wollen. Beides ist okay. Ich will niemanden zwingen, wenn er sich nicht wohl dabei fühlt. Das Verhältnis funktioniert nur, wenn der Spieler Vertrauen hat. Bei Chelsea erzählten Spieler wie John Terry und Ashley Cole mir private Dinge, weil sie mir vertrauten. Sie sprachen ohne Scheu über Persönliches, was es mir erleichterte, mit ihnen klarzukommen. Aber man kann das nicht erzwingen. Wie man solche Gespräche einfühlsam führt, man muss sich eben für Menschen interessieren. Der Rest ist eine Sache der Lebenserfahrung. Das lernt man nicht in einer Fortbildung. Je älter man wird, desto besser kann man es in der Regel. Auch als erfahrene Führungskraft darf man niemals aufhören zu lernen. Meine Spieler, meine Mitarbeiter, meine Familie, die Kultur und die Sprache, es gibt so vieles um mich herum, von dem ich lernen kann und eine gute Führungskraft darf niemals stillstehen. Genau genommen können wir es uns auch gar nicht leisten, so schnell, wie sich im Fußball alles ändern kann. Und für die Spieler ist es wichtig zu sehen, dass auch ich stets weiterlerne. Die wichtigste Voraussetzung heißt, man muss lernen wollen. Ich denke, dass ich sogar das meiste Neue von meiner eigenen Mannschaft lerne. Wie kann ich meine Spieler optimal einsetzen und welches Spielsystem ist das Beste für uns? Soll ich etwas verändern? Ich probiere entweder etwas aus und lerne auf diese Weise oder ich frage die Spieler und lerne aus ihren Antworten. Eine Theorie mag auf dem Papier ganz gut aussehen, aber manche Dinge müssen in der Praxis ausprobiert werden. Learning by doing. Und man muss natürlich aus seinen Erfahrungen lernen. In meinem ersten Jahr in Madrid spielten wir stets ein 4-3-3. Aber im Champions League Halbfinale 2014 gegen Bayern München wurde mir im Hinspiel 1-0 klar, dass das nicht das beste System war, um die Bayern zu schlagen. Wir mussten etwas anderes versuchen. Also spielten wir beim nächsten Mal anders und gewannen 4-0 in München. Im Training probiere ich oft etwas Neues aus und finde rein zufällig die eine Neuerung, die den Unterschied ausmacht. Natürlich darf man in der laufenden Saison nicht zu radikal sein. Es sollte mehr ums Feintuning gehen. Die Zeit, um neue Dinge auszuprobieren, ist die Saisonvorbereitung. Wenn man neu ist, kennt man ja die Besonderheiten der Spieler nicht, aber man hört zu, man lernt, man probiert neue Dinge aus und irgendwann kommt man zu einer Lösung. 4-4-2 ist meiner Meinung nach das System, das die Spieler am schnellsten verstehen. Für den Anfang mit einem neuen Team ist es daher eine gute Ausgangsbasis. Aber von da an wer weiß. Die ruhige Philosophie Verantwortung Es genügt nicht, wenn ein Mitglied ihrer Organisation ehrgeizig ist. Es muss auch teamorientiert sein. Geduld ist nicht immer eine Tugend. Warten Sie mit schwierigen Entscheidungen nicht zu lange. Fördern Sie eine Kultur des Zuhörens und Lernens und sorgen Sie dafür, dass das keine Einbahnstraße ist. Sanfte Macht ist am wirkungsvollsten. Diktaturen sind nicht von Dauer. Versuchen Sie nicht zu oft wütend zu werden. Je seltener es passiert, desto wirkungsvoller ist es. Sie dürfen nicht zulassen, dass ein Rückschlag das Ende bedeutet. Nehmen Sie eine Neujustierung vor und fangen Sie von vorn an. Paul Clement über Ancelotti Ich werde manchmal gefragt, ob es bei Carlo irgendetwas gibt, das nicht verhandelbar ist. Und das ist eine schwierige Frage. Er baut so starke Beziehungen zu Menschen auf, das fast alles verhandelbar zu sein scheint. Er hat ein fantastisches Verhältnis zu den Spielern, das auf totalem Respekt beruht. Er begibt sich mit ihnen auf eine Ebene, will Feedback von ihnen und will ihnen helfen und sie anleiten. Doch eines der Dinge, über die er nicht mit sich reden lässt, ist das, was er mangelhafte Einstellung nennt. Wenn jemand sich unprofessionell verhält. Er wollte immer, dass alles höchsten Anforderungen genügte. Wie wir reisten, wie wir spielten, trainierten und uns benahmen. Alles musste korrekt getan werden und jeder hatte sich korrekt zu benehmen. Merkwürdigerweise machte er sich keinen großen Kopf, wie die Spieler sich außerhalb des Klubs aufführten, so wie ich es getan hätte. In dieser Hinsicht war er ziemlich tolerant. Er sagte immer, das könne er sowieso nicht steuern. Verärgert reagierte er auch, wenn ein Spieler es an Respekt gegenüber den Angestellten des Vereins mangeln ließ. Vor einem Auswärtsspiel wollte Carlo ein bisschen Taktik trainieren. Er hatte die Aufstellung für die Partie bereits bekannt gegeben und ein Trainingsspiel 11 gegen 11 angesetzt. Die Nominierten gegen den Rest des Kaders. Er leitete die Übung. Ich stand in der Spielfeldmitte bei den Bällen, um das Spiel am Laufen zu halten. Und Ray Wilkins stand außerhalb des Spielfelds. José Bozingua spielte Rechtsverteidiger in der zweiten Mannschaft. Ashley Cole und ich glaube Florent Malouda spielten in der ersten Mannschaft auf links und Bozingua ließ sie permanent an sich vorbeitänzeln, als wäre er gar nicht da. Er machte einfach nicht mit. Offensichtlich aus Enttäuschung darüber, dass er am nächsten Tag nicht spielen würde. Ich erinnerte ihn daran, wie wichtig es sei, sich professionell zu verhalten und sagte, wir haben morgen ein Spiel, auf das jeder sich richtig vorbereiten muss, ob er aufläuft oder nicht. Und er ging mich ziemlich heftig und respektlos an. Ich redete weiter mit ihm und am Ende mussten ein paar Leute dazwischen gehen, darunter Didier Drogba und Carlo. Natürlich nicht, um eine Schlägerei zu verhindern, aber auf jeden Fall war es eine verbale Auseinandersetzung. Carlo entschärfte die Situation und die Übung lief weiter, aber Bo Singwa's Einstellung änderte sich nicht groß. Ich schäumte danach vor Wut. Wie konnte ein Spieler so auf Kritik reagieren, wenn er seine Arbeit nicht ordentlich erledigt hatte? Am Abend sprach Carlo im Hotel zur Mannschaft über den Vorfall und stellte klar, dass dieses Verhalten inakzeptabel sei. Er sagte, er würde nicht zulassen, dass so etwas noch einmal passiert und er vergewisserte sich vor versammelter Mannschaft, dass auch Bo Singwa sich darüber im Klaren war. Danach kam so etwas nie wieder vor. Carlo konnte richtig ungemütlich werden, wenn er glaubte, jemand habe sich nicht korrekt verhalten. In den sechs Jahren, die ich mit ihm zusammengearbeitet habe, hatte er sich immer sehr gut unter Kontrolle und er befasste sich mit den Fakten und lieferte Lösungen. Er war ausgezeichnet darin, seine Gefühle zu beherrschen. Bei einem allerdings lernte ich ihn von einer anderen Seite kennen. Wir spielten mit Paris Saint-Germain in Evian und wir waren wirklich schlecht. Nach dem Spiel kam Carlo in die Kabine und schlug die Tür so heftig zu, dass ich mir Sorgen um seinen Arm machte, nicht um die Tür, während ich ihm folgte und die Spieler aufblickten. Mitten im Raum stand eine Kiste und er trat dagegen und schoss sie Ibra an den Kopf. Ich dachte, oh nein. Aber man muss fairerweise dazu sagen, dass Zlatan sie bloß aufhob, ohne eine Mine zu verziehen. Dann ließ Carlo eine Tirade gegen die Spieler vom Stapel, sehr heftig und emotional. Es war das einzige Mal in sechs Jahren, dass ich ihn so erlebt habe. Ein paar Mal habe ich es, vor allem in Paris erlebt, dass er ins Italienische verfiel. Immer ein Zeichen, dass er wütend war. Normalerweise schwiegen dann alle einfach und senkten die Köpfe, weil sie keinen Schimmer hatten, wovon er redete. In Paris gab es ein Paar, die Italienisch sprachen, sodass sie ihn verstanden haben dürften. Ich denke, es auf Italienisch zu sagen, half ihm, seine Emotionen rüber zu bringen. In der Zweit- oder Drittsprache ist das ja schwierig. In der Halbzeitpause lief Carlo zur Hochform auf. In der Kabine herrscht ja manchmal richtig dicke Luft, vor allem wenn das Spiel eng ist oder man hinten liegt. Er nutzte die Pause, um den Spielern zu helfen. Ein paar Mal war er so wütend, dass er meinte, er müsse sofort in die Kabine stürmen und die Spieler aufrütteln. Aber normalerweise ging er zuerst in einen anderen Raum, um seine Gedanken zu ordnen. In dieser Zeit kamen die Spieler ein bisschen runter, erholten sich ein wenig und redeten untereinander. Er sprach mit mir und den anderen Trainer Assistenten, nahm unsere Einschätzungen auf und vielleicht entspann sich ein kleiner Dialog zwischen uns. Dann ging Carlo zu den Spielern und sprach ruhig über Fakten. Also schön, sie machen dies, also müssen wir das machen, sagte er und visualisierte die Änderungen an der Taktiktafel. Er sprach immer nur zwei oder drei Dinge an. Es gab kein Geschwafel, keine Klischees à la Los, kommt schon Jungs, wir müssen uns mehr reinknien. Es ging immer nur um Änderungen der taktischen Aufstellung, um Schwächen, die er beim Gegner erkannt hatte oder darum, was bei uns gut funktioniert hatte. Für Carlo war die Kabine zweierlei. Der Ort, wo er seine Arbeit tat und zugleich die Ruhezone der Spieler. Sobald wie möglich zog er sich zurück, wenn er fand, dass er seinen Teil getan habe, mit Training, Videoanalyse und Taktikbesprechung. Wenn die Spieler begannen, sich umzuziehen, um zum Warmmachen rauszugehen, ging er oft einfach weg und spielte irgendwo eine Runde solitär auf dem Smartphone. Jetzt, wo ich selbst ins Traineramt gewechselt bin, verstehe ich, dass er sich auf diese Weise ablenkte. Er ließ mich und die Assistenten in der Kabine, damit wir kurze Zweiergespräche unter vier Augen mit den Spielern führten und die Dinge wiederholten, die wir vorher besprochen hatten. Er bat mich dann etwa, Paul, rede ein ruhiges Wort mit dem und dem und überzeugt dich, dass er begriffen hat, was er heute tun soll. Sobald die Aufstellungen raus waren, nahmen auflaufen würden und überlegten uns, wer bei Standardsituationen wehen decken sollte. Ich zeigte das an der Taktiktafel und er wandte sich wieder seinem Zeitvertreib zu. Nach dem Aufwärmen gingen wir wieder rein und dann erschien er noch einmal. Er gab Leuten letzte Anweisungen und wir umarmten uns und gingen anschließend raus. Meiner Ansicht nach kriegte er diese Balance gut hin, sich wieder präsent zu sein. Eine seiner Aufgaben sah Carlo darin, die Spieler von den Störgeräuschen aus den oberen Etagen abzuschirmen. Stattdessen nutzte er uns Assistenten als Resonanzboden. Er erzählte mir die ganze Zeit, was oben vorging. Das ist auch der Grund, warum er so großen Wert darauf legt, dir vertrauen zu können. Wenn er sich auf jemanden verlassen kann, ist er absolut loyal. Er ließ niemals zu, dass die Unruhe aus der Führungsetage die Spieler erreichte. Und wenn die Schlipsträger mit den Spielern reden wollten, was normalerweise der Fall war, wenn sie mit irgendetwas nicht zufrieden waren, war er dabei und versammelte danach die Mannschaft um sich, um klar zu machen, wichtig sind nur wir und wir müssen nur eines tun, zusammen halten. Carlos größte Stärke ist Ich trainiere heute Derby County. Wir spielen in der zweiten englischen Liga und haben bei Heimspielen 33.000 Fans im Stadion. Als Cheftrainer Nummer eins spürt man natürlich den erhöhten Druck und die Erwartungshaltung. Nicht nur von Seiten der Fans, sondern auch aus den Medien und vom Eigentümer her. Und dann ist da noch der Druck, den höchsten Niveau ausgesetzt und wurde souverän damit fertig. Er trainierte die größten Clubs der Welt, wo das Medien Interesse, die Intensität und die Erwartungen sich ins Astronomische steigern. Seine Fähigkeit mit all dem umzugehen ist erstaunlich. Wenn man die Nummer zwei ist, assistiert man dem Trainer und man spürt den Druck nicht in derselben Weise. Er ist es schließlich, der die wichtigen so gut man kann und man versucht sich in seine Lage zu versetzen. Carlo und ich kamen uns im Laufe der Jahre näher und er fasste allmählich mehr Vertrauen zu mir und traute mir mehr zu. Das war einer der Gründe, aus denen mir die Arbeit mit ihm so viel Spaß machte. Er gab einem das Gefühl, beteiligt zu sein. Und das ist ja ein wesentliches Bedürfnis von Menschen. Man möchte das Gefühl haben, dass der eigene Beitrag geschätzt wird. Und dieses Gefühl vermittelte er mir. Er bezog uns Assistenten stets ein. Ganz selbstverständlich. Er fragte, was machen wir heute im Training? Habt ihr irgendwelche Ideen? Oder wie sähe eure Mannschaft fürs Wochenende aus? Oder er verriet mir seine Vorstellung und fragte mich, ob ich einverstanden sei oder Wort von Gesprächen gab es jeden Tag, sodass jeder sich als Teil des Ganzen empfand. Man hatte nie das Gefühl, dass einem etwas aufgezwungen wurde. Meine Lieblingsgeschichte, was diese Seite von Carlo betrifft, passierte vor dem FA-Cup-Finale gegen Portsmouth. Er übertrug die Verantwortung für die Entwicklung der Taktik komplett der Mannschaft. Ich notierte sie so auf der Tafel, wie die Spieler sie mir sagten. wir gingen raus und gewannen den FA-Cup. Carlo hat so viele Qualitäten. Vor allem ist er geduldig, ruhig und entspannt. Seine Geduld legen ihm manche als Stärke aus, andere als Schwäche. Und obwohl sie ihm in vielen Situationen gute Dienste geleistet hat, gab es ein oder zwei Situationen, in denen ich dachte, dass er vielleicht ein bisschen zu geduldig war. Stets beeindruckt lachlich zu sehen. Auch wenn es mal schlecht lief. Und er bewahrte stets seine Würde und Integrität. In Carlos zweitem Jahr bei Chelsea hatten wir Schwierigkeiten. Es sah nicht so aus, als würden wir irgendetwas gewinnen. Es sei denn, wir würden im Viertelfinale der Champions League Manchester United schlagen. Wir verloren unser Heimspiel mit 0 zu 1, sodass im Rückspiel im Old Trafford die gesamte Saison auf dem Spiel stand. Wir verloren und flogen aus dem Wettbewerb. Als wir nach dem Schlusspfiff wieder in die Kabine kamen, saß dort Abramowitsch ganz allein und wartete auf uns. Alle setzten sich und für einen Moment herrschte Schweigen. Viele fingen an zu Boden zu starren, als suchten sie dort nach Antworten und wir sahen uns immer wieder an und fragten uns, was jetzt kommen würde. Ein paar weitere Schlipsträger erschienen, darunter Ron Gurley, der Geschäftsführer, aber für eine gefühlte Ewigkeit herrschte Schweigen. Einigen wurde langsam unbehaglich zumute. Würde jemand irgendwas sagen? Würde der Eigentümer sprechen, der Geschäftsführer? Warteten sie, dass der Trainer etwas sagte? Schließlich gab Abramowitsch Ron Gurley ein Zeichen, dass irgendjemand das Wort ergreifen müsse. Der Geschäftsführer wirkte etwas verlegen, also zeigte Carlo sich als Ehrenmann und übernahm die Verantwortung für das Ausscheiden. An seine genauen Worte kann ich mich nicht erinnern, weil die Atmosphäre so angespannt und emotional aufgeladen war. Das Beste wäre gewesen, sich anzuziehen und von hier zu verschwinden. Aber das konnte Carlo nicht tun. Er war schien kein Ende zu nehmen. Es kam einem so vor, als wären wir für immer hier drin gefangen. Es war ein denkwürdiger Moment, wenn auch leider ein trauriger. Ohne Carlo wäre ich vielleicht Jugendtrainer geblieben. Nur durch seine Inspiration und Motivation erhielt ich die Chance auf höchstem Niveau zu arbeiten. Und das will ja jeder in dieser Branche. Egal in welchem Bereich er tätig ist. Nachdem ich anfangs auf Leihbasis mit dem Kader der ersten Mannschaft gearbeitet hatte, sagte ich ihm, dass es für mich vielleicht an der Zeit sei, in die Nachwuchsakademie zurückzukehren. Ich sei mir nicht sicher, ob ich schon bereit sei für die erste Mannschaft. Er wollte nichts davon hören. Natürlich bist du bereit, sagte er. Du bleibst bei mir. Seine Unterstützung ermöglichte mir, eine Stufe höher zu steigen. Kein anderer Trainer und kein anderer Mensch hat mehr Einfluss auf meine Karriere gehabt als er. Wir sind weiter regelmäßig im Kontakt. Wir telefonieren und schicken uns SMS. Als er zu Chelsea kam, war er eine Ikone des europäischen und des Weltfußballs. Und anfangs war das ganz schön einschüchternd. Aber sobald man ihn kennenlernt, merkt man, dass er ein liebenswürdiger und bescheidener Kerl ist. Carlo ist ein ganz besonderer Mensch. Er beurteilt jeden ausschließlich nach seinen Leistungen. In seinen Augen ist kein Mensch besser oder schlechter als die anderen. Jeder hat seinen Wert. Und er interessiert sich für die Menschen in seinem Verantwortungsbereich. Für seine Spieler und für seine Mitarbeiter. Er ist ein Kümmerer. Über das Produkt. Den Kern jedes Unternehmens macht die Lieferung des Produkts an den Verbraucher aus. Im Fußball ist dieses Produkt das Geschehen auf dem Rasen. Was dort passiert, speist die grundlegenden Einnahmequellen der Branche Ticketverkäufe, Merchandising, Sponsoring und Übertragungsrechte, die in den Spitzenliegen Europas den Löwenanteil des Umsatzes ausmachen. So wichtig alles andere auch sein mag, letztendlich werde ich am Spiel und am Erfolg gemessen. Erfolg bedeutet bei den großen Clubs natürlich Titel und Pokale. Bei kleineren Clubs geht es eher darum, den Abstieg zu vermeiden oder einfach im Geschäft zu bleiben. Identität Im Produkt, also dem Geschehen auf dem Rasen, spiegelt sich die Identität der Mannschaft. Mit Identität meine ich hier den Stil, den der Trainer seiner Mannschaft verordnet. Bevorzugt er die Defensive? Was denkt er über Ballbesitz? Was tut sein Team, wenn es den Ball hat? Dies sind die Faktoren, welche die Identität der Mannschaft bestimmen. Ich denke nicht an meine eigene Identität, sondern an die der Mannschaft. Und die hängt zum einen davon ab, was der Klub von mir verlangt, zum anderen von den Eigenschaften und Besonderheiten der Spieler, sowie der Geschichte und Tradition des Vereins. Real Madrid hat eine sehr klare Identität, die in der Geschichte und den Traditionen des Vereins wurzelt. Zwischen 1956 und 1966 gewann die Mannschaft sechsmal den Europapokal der Landesmeister, davon fünfmal in Folge und pflegte einen bestimmten Stil, der Teil der DNA des Klubs geworden ist. Dies war einer der Gründe, warum La Décima so wichtig war. In Madrid mag man Offensiv Fußball. Die Fans erwarten ihn und dem muss der Präsident Rechnung tragen. Wenn man zu einem Klub kommt, möchte man ein paar Dinge verändern, um die Spieler neu zu motivieren und um klarzumachen, wofür man steht. Aber man wird tunlichst nicht versuchen, die Identität des Vereins grundsätzlich zu verändern. Milan und Paris Saint-Germain spielten beide mit viel Ballbesitz und versuchten Raum zwischen den gegnerischen Reihen zu finden. Also veränderte ich, als ich zu diesen Teams stieß, zwar viele Trainingseinheiten, aber ich bewahrte die vorhandene Identität. Die Spieler absolvierten andere Übungen als vorher und wir veränderten generell viele Abläufe, um uns die Aufmerksamkeit der Spieler zu sichern. Wenn man neue Ideen einbringt, sind die Spieler stärker motiviert zuzuhören und zu arbeiten. Sie Die Wahrung der Identität war das Problem für Louis van Kahl, als er zu Manchester United kam. Und seinem Vorgänger David Moyes war es nicht anders ergangen. Die Identität von Manchester United heißt, wie die von Real Madrid, Offensiv Fußball. Im Falle von United heißt das, mit Power und Tempo angreifen. Wenn die Mannschaft unter einem neuen Trainer weiter gewinnt, dann werden stilistische Veränderungen akzeptiert. Aber wenn die Erfolge ausbleiben, wird die Identität ein Thema. Bei Real Madrid wird sie sogar eines, wenn man gewinnt. Fabio Capello wurde entlassen, nachdem er die spanische Meisterschaft gewonnen hatte. Jupp Heinkes flog 1998 nur acht Tage nach dem Gewinn der Champions League raus. Und Mourinho erwartete das gleiche Ende. All das war auch für mich ein Problem, als ich zu Real Madrid kam. Vor den Spielern war eine aus Madrid Sicht untypische Spielweise verlangt worden, die Stärke auf Konterfußball beruhte. Die Spieler waren meiner Ansicht nach nicht das Problem. Meine Aufgabe war es, ihnen bei der Rückkehr zum Real-Stil zu helfen. Natürlich war es hilfreich, dass wir Spieler verpflichteten, die zur Kernidentität des Vereins passten. Hier stimmten der Präsident und ich überein, was es stets leichter macht. Wir nahmen Gareth Bale von Tottenham und Isco von Malaga unter Vertrag. Jedes Team hätte gern einen so herausragenden Spieler wie Bale. Isco wollte ich, weil er ein talentierter Spieler ist, aber auch ein harter Arbeiter. Ich glaubte, dass er für lange Zeit ein wichtiger Spieler für Madrid werden könnte. Sobald alle Spieler da waren, konnte ich das System auf sie zuschneiden, mit dem Ziel von mehr Ballbesitz. Ich nahm ein paar Änderungen vor, unter anderem versetzte ich Mittelfeld. Für meine zweite Saison, 2014-15, konnten wir Toni Kroos von Bayern München holen. Er ist genau der Spielertyp, der zur Identität von Real passt. Mit seiner Präzision ist er perfekt geeignet, das Spiel von hinten aufzubauen. Ich wollte Xabi Alonso nicht verlieren, weil ich dachte, er und Kroos könnten zusammenspielen. Bis dahin hatten wir Luka Modric und Alonso zusammeneingesetzt. Als Modric sich verletzte, machten wir eine schlimme Zeit durch, weil es ohne Alonso, der im August 2014 zum FC Bayern gewechselt war, keinen idealen Ersatz gab. Und auch Semmi Kedira fiel mit einer langwierigen Verletzung aus, sodass ich im Mittelfeld verschiedene Varianten ausprobieren musste, etwa Ramos mit Kroos einzusetzen, aber es war nicht dasselbe. Ramos machte seine Sache wirklich gut und er hat selbst dann eine enorme Präsenz, wenn er schlecht in Form ist, weil er Ramos ist. Aber im Mittelfeld ist er kein Naturtalent wie Modric oder Alonso. Als wir dann auch noch Karim Benzema verletzungsbedingt verloren, war der Kern unserer Identität dahin. Wir mussten ein 4-4-2 statt eines 4-3-3 spielen, mit Ronaldo und Bale als Sturmpartner. Die Leute sehen in Benzema nur den Stürmer, aber er hat auch die Fähigkeiten eines klugen Mittelfeldspielers. Er ist ein fantastischer Allround-Fußballer. Er hielt unser Spiel zusammen. Als er ausfiel, schadete das unserer Identität. Ich werde oft gefragt, warum Real Madrid Mourinho anheuerte. Die Antwort ist leicht. Sie wollten endlich Barcelona die Grenzen aufzeigen. Mourinho war damals der beste Trainer in Europa, also sagten sie sich bei Real Real, die Identität der Mannschaft interessiert uns nicht, wir wollen gewinnen und wir müssen gewinnen. Der unbedingte Wunsch Barcelona in die Schranken zu weisen, hatte also Vorrang vor der Tradition des Clubs. Die Tradition vergessen? Natürlich. Siegen ist die beste Tradition von allen. Und sich als Trainer der Identität und Kultur des Clubs anzupassen ist nicht genug, wenn man nicht gewinnt. In meiner letzten Saison bei Real spielten wir Offensiv Fußball und schossen mehr als 150 Tore. Wir folgten der Tradition, der Geschichte des Clubs, aber letztendlich zählte das nicht. Letztendlich wird man gefeuert, wenn man keine Titel gewinnt. Natürlich kann der Cheftrainer auch Einfluss auf die spielerische Identität der Mannschaft nehmen, aber er darf dabei nicht die Tradition und die Marken Identität des Clubs aushebeln. Jeder Trainer hat seine eigene Spielidee und ein Verein, der einen Trainer holt, muss akzeptieren, dass er diese Spielweise einbringen wird. Wenn man einen Guardiola oder einen Wenger engagiert, dann lässt man sich auf eine bestimmte Spielidee ein. Beide sind geradezu besessen davon, dass dieser Stil Spielkontrolle durch Ballbesitz Ergebnisse erzwingen wird. Wenn es ein Ferguson oder ein Mourinho ist, lässt man sich auf eine andere Spielidee ein, aber am Ende heißt das Ziel stets gewinnen. Und diesem Ziel wird der Stil rigoros untergeordnet. Natürlich wünschen sich alle Vereine eine Siegermentalität. Sie sind vielleicht stolz auf ihre Identität, aber sie würden sie bedenkenlos opfern, wenn sie dafür die Meisterschaft oder einen Pokal bekommen. Von dieser Regel gibt es nur wenige Ausnahmen wie Barca und merkwürdigerweise West Ham United in England. Als Sam Allardyce dort Trainer war, wurde er wegen seiner Spielweise kritisiert, die den berühmten West Ham Stil infrage stellte. Er pflegte zu antworten, dass West Ham ein falsches Bild von sich habe und dass der West Ham Stil darin zu bestehen scheine nichts zu gewinnen. Obwohl Allardyce, nachdem der Klub in der Saison 2010-11 aus der höchsten englischen Spielklasse abgestiegen war, in der kommenden Saison den sofortigen Wiederaufstieg in die Premier League schaffte und der Verein sich dort ordentlich schlug, wurde er letztlich gefeuert. Er hatte zwar alles geliefert, was die Klubbosse von ihm verlangt hatten, sich dafür aber an der Identität des Klubs vergangen. Danach wurde Slawen Bilic angeheuert, um Erfolge im West Ham Stil zu liefern. Die Identität von Sir Alex Manchester United auszumachen war immer leicht. Diese Spielweise passte perfekt zum Markenimage des Klubs. Der Trainer und die Besitzer stimmten überein. Sie spielten jedes Mal gleich. derselbe Stil, dieselbe Einstellung, dieselbe Intensität. Das lag auch daran, dass Sir Alex nicht nur eine Mannschaft aufgebaut hatte, sondern eine Infrastruktur von oben bis unten. Er hatte alles aufgebaut. Ich spürte überall im Verein, bei jedem Einzelnen ein echtes Zugehörigkeitsgefühl. Es erinnerte mich an meine Zeit bei Milan. Da war er wieder, dieser Sinn für Familie und Tradition. Bei Chelsea-Spielern wie John Terry und Frank Lampert konnte man ein ähnliches Zugehörigkeitsgefühl spüren. Vielleicht holen Vereine deshalb oft ihre ehemaligen Spieler als Trainer. Sie glauben, dass sie ein selbstverständlicher Teil der Familie sein werden. Jedenfalls wurde ich genau aus diesem Grund bei Reggiana und Milan eingestellt. Das ist natürlich keine Erfolgsgarantie. Wir haben viele ehemalige Spieler kläglich scheitern sehen als Trainer, aber es ermöglicht immerhin eine schnelle Integration und ein rasches Verständnis für die Organisation und die Identität des Vereins. Der Erfolg von Diego Simeone bei Atletico Madrid ist sicherlich auch seinem exzellenten Verhältnis zu den Fans und zum Klub aus seiner Zeit als Spieler geschuldet. Aber auch er musste Ergebnisse liefern, was ihm glänzend gelungen ist und das mit einer sehr besonderen Spielweise. Hier wurde ein Cheftrainer ausgesucht, der die Kultur des Klubs kannte und lebte und der die Identität des Teams dann dieser Kultur anpasste. Hätte Atletico die Identität verändern wollen, dann wäre Simeone möglicherweise nicht die richtige Wahl gewesen. Nach Sir Matt Busby versuchten sich bei Manchester United mehrere Trainer in dem Job, aber keiner war erfolgreich, bis Sir Alex kam. Erst mit ihm konnte die wahre Identität des Klubs wiederhergestellt werden, was ihm natürlich zusammen mit den vielen Titeln dabei half, so lange dort zu bleiben. Busby war 24 Jahre lang Trainer gewesen und sein erster Nachfolger hielt sich kein Jahr. In einer ähnlichen Situation war David Moyes als Nachfolger von Sir Alex. Leider sieht es so aus, als seien diese Langzeittrainertypen, die sowohl Erfolge liefern, als auch die Identität und Tradition des Klubs bewahren, im Aussterben begriffen. Taktik Obwohl die Gesamtidentität des Teams, die Spielweise auch für die Performance auf dem Platz sehr wichtig ist, begreift man sich vielleicht am besten als Teil der Strategie. Nicht minder wichtig für den Erfolg ist die Taktik, wie man in einem bestimmten Spiel oder in einer bestimmten Phase der Saison spielt oder wie man gegen bestimmte Gegner das System und oder die Aufstellung verändert. Wenn Leute über Fußball reden, scheinen sie oft zu glauben, dass Offensivspielen gut sei und Defensivspielen schlecht. Das stimmt nicht. Wenn eine Mannschaft defensiv gut und offensiv schlecht spielt oder andersherum, dann deutet das auf einen schlechten Trainer hin. Man muss stark sein im Angriff und in der Verteidigung. Im italienischen Fußball sind die Tradition und die Geschichte des Spiels defensiv. Der Cardinaggio, ein defensives Spielsystem, setzte sich zuerst in Italien durch, wo er von einem Argentinier eingeführt wurde, Elenio Herrera. Beim Angriffsspiel sind die kreativen Fähigkeiten der Spieler gefragt, aber das Defensivspiel ist anders. Gut verteidigen kann jeder lernen. Wenn Spieler nicht gut verteidigen, dann liegt das daran, dass der Trainer das zulässt oder dass die Spieler keine Lust haben, gut zu verteidigen. Defensivspiel auf Top-Niveau ist heute größtenteils eine Frage der Organisation und des Stellungsspiels. Es geht nicht mehr so sehr um Zweikämpfe. Entscheidend ist die Konzentration. Natürlich muss man körperlich trainiert sein, muss rennen und sich aufopfern. Spieler mögen es nicht, wenn sie den Ball nicht haben. Niemand läuft gern ohne den Ball. Sie wollen alle mit ihm laufen. An diesem Punkt werden Spielsysteme wichtig. Als ich anfing, war ich, wie gesagt, mit dem 4-4-2 verheiratet. Heute habe ich gelernt, flexibler zu sein, obwohl ich nach wie vor glaube, dass das 4-4-2 das überragende Defensivsystem ist. Man hat die beste Absicherung des Spielfeldes. Es ist einfacher, Pressing zu spielen und hoch aufzurücken, mit Absicherung hinter den aufrückenden Spielern. Beim 4-3-3 beispielsweise kann man zwar hoch stehen, weil man drei Spitzen hat, aber hinter diesen Stürmern können Lücken im Mittelfeld entstehen, vor allem auf den Außenbahnen. Wenn die eigenen Stürme außerdem nicht gut im Stören sind, kann es für die gegnerischen Verteidiger leichter sein, sie zu überspielen und in Überzahl die nächste Reihe zu erreichen. Beim 4-4-2 ist das weniger wahrscheinlich. Hier kann man die Flügelspieler hinzuziehen und so das Mittelfeld verstärken, damit die Spieler im Zentrum nicht überrannt werden.